Ich hoffe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, denn du tromst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schliehen sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden zu schaden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, wehren das Maul auf und schütteln den Kopf. Ich sage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihn. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein in der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgegen, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihre Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Ihr müsst den Beitrag teilen, den Sie schon liken. Die Kräfte sind verrocknet wie ein Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gau. Du legst mich in des Todes Staub. Die Hunde haben mich umgegen und der bösen Rotter hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Örnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob. Und vor ihm schuld, ihr alle vom Hause Israel. Er hat nicht verachtet noch verschmäht das Gehle zu des Warn. Sein Handlitz wurde ihm nicht verborgen. Als er zu ihm schrie, hörte er es. Und ich will mich preisen in der großen Gehle. Denn meine Gelübte erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Wenden sollen wissen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Der Herz soll ewig gehen. Es werden gelingen, die sich zum Herrn bekehren, aller der Enten. Und vor ihm anbeten alle Geschlechter daheim. Denn des Herrn ist das Reich. Und er herrscht unter den Heim. Ihm allein, er anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen. Alle, die zum Staube hinabfuhren. Erheben nicht, konnten erheben. Er wird nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Die werden kommen und seine Gefechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird. Wenn er hat's getan. Wenn er hat's getan. So sieht's aus. Denn es wurde, es ist vollbracht. Das hat der Herr Jesus Christus am Kreuz aufgerufen. Und ihr Muslim, ihr glaubt sogar an die Psalmen. Das, das müsst ihr mal geben. Die Muslime glauben an die Psalmen. Aber wenn man dann die Psalmen zitiert, dann sagen sie, nee, ist alles verfälscht worden. Alles ist verfälscht worden. Aber als der Mohammed nach der Tora gefragt wurde. und er die Tora bekam, hat er die Tora auf dem, auf ganz behutsam auf einen Stein gelegt und gesagt, ich glaube an den, der es herabgesandt hat. Ich glaube an das Buch und an den, der das herabgesandt hat. Wie kann es sein, dass Mohammed auf ein verfälschtes Buch schwört? Armin, ich hab Lust auf Schokolade, ja. Ich hab auch viel Lust auf Schokolade. Aber das macht fett. Ist das nicht bemerkenswert, dass die Muslime sagen, dass die Bibel verfälscht wäre, beziehungsweise die Tora verfälscht wäre, obwohl wir zig von Beweisen haben. 20 Jahre vor Jesus Christus haben wir sogar die Abschriften der Tora, die mit unseren Bibeln heute 1 zu 1 übereinstimmen. Wahnsinn, ne? Wann soll die Tora denn verfälscht worden sein? Ja, ihr werdet einen hohen Preis bezahlen. Ihr werdet für alle Ewigkeiten verloren gehen, ihr Muslime. Ihr tut mir, ihr tut uns wirklich sehr, sehr leid, sehr leid. Das kommt davon, wenn man ein fliegendes Schienenbein Glauben schenkt oder ein Gott, der einen Fuß hat, der ihn über die Hölle setzt und so, ne? Das kommt dann da raus, ne? Traurig. Ja. Ich hoffe natürlich, dass ihr dieses fliegende Schienenbein zur Seite legt und zum wahrhaftigen Gott und zum ewigen Leben Jesus Christus findet, damit ihr gerettet werden könnt. Was redest du eigentlich nur, weil du ein bisschen Wasser auf den Kopf bekommst, bis du gehörst? Nein, dieses bisschen Besprengelte mit dem Wasser auf den Kopf, das bringt überhaupt nichts. Es ist der lebendige Glaube an den Herrn Jesus Christus, den wir tagtäglich verfolgen und befolgen. So sieht's aus. Leute, ihr müsst den Beitrag liken, liken, likey, likey machen. Likey, 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 so sing ich wieder für euch. Breaking News, Breaking News. Ja. Und der Sam Shimon hat mit jemandem diskutiert, warte, ich zeig euch das mal. Und der Typ meinte, ja, die Tora ist verfälscht. Da sagt er, wann soll das verfälscht worden sein? Das ist ja Quatsch. Hier. Also der sagt, ich glaube nicht an die Bibel, aber der Sam sagt, ja, aber dein Prophet hat in der Bibel an die Bibel geglaubt. Der Römerbrief wurde geschrieben von Paulus. Ich glaube nicht, was Paulus mir über Jesus erzählt. Aber du glaubst deinem Propheten Mohammed, der über Jesus, der was berichtet, der 600 Jahre später kam, den glaubst du dann eher, ne? Obwohl Paulus ein Augenzeuge war und mit den Jüngern und mit den allen Leuten, der geredet hat, ne? Hi. Hello. Hello. Nicht nur deine Familie. Ist schon weg. Hört mal. Yes. Oh, wait, wait, say it again. Armin und seine Greatest Hits möchte ich auf der ehrlichen Betriebsfeier werden. Armin, ich habe eine Frage, kann aber nicht live kommen, ja. Was für eine Frage denn? Könnt ihr mich hören, ihr Lieben? So lange. Siehst du mich? Nein, ich höre dich. Ich höre dich auch. Mal gucken, ob sich das noch verbindet. Ansonsten gehe ich wieder. Ja, dann gehe ich wieder. Hört mal weiter, ihr Lieben. Was denn jetzt? Wer reinkommt, nicht reinkommt, ist das? Du denkst, du hast deines Lebens darin gefunden, über den Islam schlecht zu reden, oder? Und tust dann nur noch so, als wären das irgendwelche Fakten. Ich will gar nicht wissen, was dir im Gefängnis widerfahren ist, dass du rumerzählst, du hättest den Islam irgendwann mal ausgelebt oder sonst was. Du hast ihn nicht ausgelebt. Du hast ihn noch nicht mal praktiziert. Du hast, sei mal ruhig, du hast die zwei Zeilen durchgelesen aus Langmeile, wahrscheinlich, weil dir im Gefängnis auch noch irgendeinem Scheiß widerfahren ist. Okay? Du bist einfach nur hohl im Kopf und du versuchst die ganze Zeit nur über den Islam, du hast zu viel, also alle Kritik hier sind, oder? Du hast, du, du hast, du hast, du hast... Stimmst du dich nicht? Über was soll ich mich stimmen? Alle Kritik mit rein, auch! Du versuchst dir doch, ihr Fame aufzubauen, über den Islam. Du versuchst dir doch, ihr Fame aufzubauen, über den Islam. Frankfurter Bahnhof, das war das Niveau von Frankfurt Bahnhof. Ali Krimbic und Frankfurt Bahnhof in einem gepaart, kam das dann dabei raus. Ali Krimbic. Hafti, Haftis Girl, war da, habt ihr gesehen? Haftis Girl, Haftis Girl, Haftis Girl. Das war Haftis Girl, Haftis Girl, Haftis Girl. Moin. Morgen. Ami, Ami, ich hab, Ami heißt du doch, ne? Ja, genau, Ami heiße ich. Ami, Bruder, guck mal. Ich hab eine Frage an dich, ne? Abgesehen, welche Religion ich bin, oder welche du bist. Ja, wir grüßen uns doch erst mal, wenn du reinkommst. Sag mal, hallo, Ami, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Gott segne dich an deine Familie. Ich hab doch Moin gesagt. Moin ist in Hamburg so... Ja, das war ja, das ist keine Begrüßung. Ich möchte, dass du sagst, guten Morgen, Dr. Scherer, Ami, wie geht's dir? Gott segne dich an deine Familie. Gott segne uns alle, Inschallah. Ja, Amen, okay. Und ich hab eine Frage, ne? Du warst ja Muslim und bist ja jetzt Christ geworden, was ich persönlich auch respektiere, weil grundsätzlich muss man jede Religion und jeden Menschen respektieren. Aber warum redest du wirklich durchgängig über den Islam? Meine Vorstellung wäre eigentlich von einem Ami, der zum Christentum konvertiert ist, dass er einfach nur das Schönste von der Bibel oder vom Christentum erzählt. Mache ich doch die ganze dazwischendurch. Aber ich muss ja auch die klarstellen, die der Koran da über die Bibel falsch wiedergibt, oder nicht? Würdest du denn akzeptieren, Würdest du denn akzeptieren, wenn eine Schrift über dich Lügen erzählen würde und du einfach nichts dagegen tust, sondern das einfach hinnimmst und sagst, ja gut, wenn das da drin steht über mich, dann akzeptiere ich das einfach so. Das Ding ist, guck mal, was ich das Problem bei dir finde, also ich bin Muslim, ne? Überzeugter natürlich. Aber was das Problem bei dir ist, ich würde dich eigentlich voll gerne noch mehr respektieren, als ich es schon tue, aber du reißt immer ganz viele Sachen aus dem Kontext raus. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel, oder wenn im Koran steht, tötet sie, wo immer sie auch findet, zum Beispiel. Dann liest du nur so einen Satz, liest du nur diesen Satz raus? Das stimmt doch gar nicht. Ja, okay, wenn du jetzt sagst, stimmt doch gar nicht, dann kann ich nicht weiter viel argumentieren, aber ich habe mir auch wirklich oft deine Lives so angeschaut und mir ist das wirklich aufgefallen. Also dir ist nicht aufgefallen, dir ist also nicht aufgefallen, dass ich ein Vers lese und dazu die Interpretation vorlese, weil die Leute mir ja immer vorwerfen, dass ich irgendwas aus dem Kontext reißen würde, dann sage ich doch immer, warte doch, ich interpretiere hier überhaupt gar nichts. Ich lese nur vor, was Ibn Kathir, Al-Kurtebi, Al-Tabari, Al-Jalalain zu dem Thema sagt. Und dafür schämen sich die meisten Muslime, weil die Gelehrten den Islam zerbomben und zerruinieren. Verstehst du, das ist das Problem. Ich sage dir ehrlich, es gibt meiner Meinung nach viele Schicks und so, die nicht unbedingt das Richtige übermitteln. Da gebe ich dir grundsätzlich recht, das ist gar nicht so falsch. Aber du kannst nicht alle über einen Kamm scheren. Du kannst nicht sagen, ah, dieser Schäk hat das gesagt über diesen Vers und so. Guck mal, das stimmt schon. Nein, das habe ich nicht verstanden. Guck mal, Bruder, wenn du dir selber ehrlich bist, Amir, dann weißt du doch selber, Digga, keine Religion, sei es Christentum, Judentum oder Islam, sagt, töte grundlos Menschen. Ja doch. Der Mohammed wurde von Allah befohlen, die gesamte Menschheit zu bewerben, du weißt schon. Ja, das ist doch wahr. Und erst dann hat er aufgehört, ihre Habe und ihr Blut zu vergießen, TikTok-sportlich natürlich. Ja, ich verstehe. Aber wenn man im Krieg ist vielleicht, ja. Ja, aber der Islam befindet sich doch im Krieg. Der Islam hat die ungläubige Welt in Dararhab und Darar-Islam aufgeteilt. Das Haus des Islams, was islamisiert wurde, unsere Länder, wo du auch herkommst, das wurde alles islamisiert. Und was es noch zu Islamisieren gibt, das nennt sich Dararhab, Haus des Krieges. Du musst dich bitte mit diesen zwei Dingen auseinandersetzen, damit du den Islam verstehst, TikTok-sportlich. Ich verstehe schon, also ich kann den Islam schon ganz gut nachvollziehen. Du hast doch noch niemals ein Koran-Fers in deinem Leben gelesen, oder? Guck mal, das ist keine Basis für ein ehrliches und offenes Gespräch. Ich weiß nicht, das ist keine Frage. Nein, das ist keine Frage, du unterstellst mir, du sagst es gerade, du hast noch keinen Vers aus dem Koran gelesen. Warum sagst du sowas? Ja, weil ich anhand deiner Sätze, die du da aussprichst, davon ausgehe, dass du überhaupt nie dich mit dem Islam auseinandergesetzt hast. Wow, Digga. Jetzt verstehe ich die Leute, die dann immer so sauer werden bei dir im Live und dich beleidigen und so, ich sag dir ehrlich. Also du wärst dauer, weil du dich nicht mit dem Islam auseinandergesetzt hast und ich mich mehr mit dem Islam auseinandergesetzt habe? Na, dein Wissen über, du hast Wissen, dagegen sag ich gar nichts. Also du kennst dich gut aus mit Versen und so, hast vieles und sehr vieles auswendig gelernt. Darin sag ich doch gar nichts. Das sagst du ja gerade. Aber du kannst euch deinen Mitmenschen unterstellen, die mit dir ein Gespräch führen wollen, ein vernünftiges Gespräch führen, auf einer vernünftigen Basis, unterstellst du aber, du hast doch nicht einmal den Koran gelesen. Das stimmt doch gar nicht. Ja, hast du den Koran gelesen? Schwer auf Allah, dass du den Koran gelesen hast. Ich hab den Koran gelesen, ja. Ob ich alles so verstanden habe, wie ich es verstehen soll? Ja, schwer auf Allah, dass du den Koran gelesen hast. Bei Allah, ich hab den Koran gelesen. Warum soll ich dich auch nicht sagen? Komplett durchgelesen? Nicht auf Arabisch, auf Deutsch, ne? Hast du den Komplett durchgelesen? Nein, ich hab den nicht komplett durchgelesen. So weit bin ich gar nicht. Weil wenn du 20 oder ich sag mal die Hälfte liest, du verstehst gar nicht alles beim ersten Mal. Okay, hast du den Koran bei dir? Nee, ich fahr gerade Auto. Ah, du fährst gerade Auto. Ja, was hältst du denn zum Beispiel von deinem Buch, dem Koran, wenn der sagt, kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben? Aber guck mal, das meine ich ja. Du nennst wieder irgendeinen Satz, der da drinnen steht, beziehungsweise ein Vers, der da drinnen steht und sagst, ja, was hältst du davon? Das ist, guck mal, du spaltest die Leute unnormal an mir. Äh? Normalerweise, wenn du... Ich frag dich doch nur etwas. Nein, Bruder, nein. Du weißt genau, worauf ich hinaus möchte. Du spaltest die Leute. Anstatt du den Leuten beibringst, weil viele Leute auf dich hören und du hast viele Follower und viele Leute, die live sind. Anstatt du denen sagst, Jungs, respektiert den anderen, respektiert deine Mitmenschen, respektiert die Muslime, die Juden und die Christen. Sagst du, ja, Koran sagt so, Koran... Digga, das stimmt nicht. Du reißt Sachen aus dem Kontext raus und sagst, alle Muslime, äh, weiß nicht, hassen andere Religionen, alle Muslime sagen tötet. Das stimmt nicht. Du verstehst schon wieder nicht. Ich habe dir gerade eben erklärt, zu Anfang, du wiederholst ja wieder deine Behauptungen. Ich habe dir zu Anfang gesagt, wenn ich zum Beispiel Surah 9, Vers 5 lese, ähm, interpretiere ich überhaupt gar nicht, sondern ich lese den Tafsil von Ibn Khadil. Weißt du, wer Ibn Khadil ist? Amir. Kannst du mir die Frage bitte beantworten? Weißt du, wer Ibn Khadil ist? Nein, lass bitte, lass. Wirklich lass. Merkst du denn nicht, dass du dich noch niemals mit dem Islam richtig auseinandergesetzt hast? Und natürlich jetzt vor unvollendenden Tatsachen hier gestellt wirst, weil du selber... Überhaupt nicht. ...niemals Zeit für den Islam genommen hast, um herauszufinden, was aus sich hat mit den ganzen Gruppierungen, die im Namen Allahs... Du bist so heftig, Digga. Du bist so ein Spalter, das ist unglaublich. Okay, ich merke schon, dieses Kindergarten mit dir zu leben. Danke dir für dein Aufregel. Danke dir auch. Das bringt nichts, das ist Kindergarten. Metti, Mist. Ist das immer Metti? 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 Ja, pure Zeitverschwendung. Der junge Mann, der hat keine Ahnung von seiner Religion gehabt. Und wenn ich ihm dann diese ganzen Tatsachen an den Kopf bretze, dann kann er gar nichts damit anfangen. Man bräuchte also jemanden, der ein gewisses Repertoire besitzt im Islam, wo man diese Namen halt erwähnt, wie Ibn Kathir al-Kurtubi al-Tabari al-Jalalaim, wo der dann halt merkt, okay, der Amir, der hat sich schon mit unseren Gelehrten auseinandergesetzt und die Tafside aufgeschlagen zu gewissen Versen aus dem Koran. Also, der besitzt ja schon eine gewisse, ähm, ein gewisses Repertoire, ne? Und ich reiße hier überhaupt nichts aus dem Kontext, ne? Ihr wisst ja ganz genau, was ich mache. Ihr seht, dass ich, äh, ein Vers lese und dann zum besseren Verständnis den Tafsid aufschlage, ne? Was das Ganze denn auf sich hat? Ihr kennt ja den, äh, berühmten, äh, berühmten Video von Pierre Vogel, als er sagte, was sagt es denn damit aus? Ist das ein allgemeingültiger Vers oder ist das so einfach herabgesandt worden? Und wenn wir, und wenn wir wissen wollen, wie ein Vers zu verstehen ist, dann müssen wir zurückgehen. Zu den authentischen Quellen. Ja, wenn, wenn du, Pierre Vogel, mir rätst, zu den authentischen Quellen zu gehen, und zwar zu Ibn Kathir al-Kurtubi al-Tabari al-Jalalaim, und mir das durchlesen, wie der Vers zu verstehen ist, ja, dann nimmt das ja noch größere Katastrophe an. Dann nehmen die Ausmaß, ja, das ist ja, unglaublich, Mann. Ja, Kamel-Urin wird ja dann von Mohammed in, äh, Jamia-Tirmidi, Hadith 2042, ähm, empfohlen. An die Muslime, ihr könnt euch das mal durchlesen. Jamia-Tirmidi, Hadith 2042. Ja, der Mohammed sagt, äh, wenn ihr Kamel-Urin trinken wollt, dann macht das einfach. Guck mal, wenn du noch einmal schreibst, Armin, soll ich deinen Mund küssen, wärst du hier gestummt. Hast du das kapiert? Am besten jetzt auch. Reicht mal langsam. Armin, soll ich deinen Mund küssen? Irrenhaus hier, oder was? Ich hab den schon stumm geschaltet, ey. Reicht mal. Okay, ein, zwei Mal kann man darüber lachen, aber 80 Millionen Mal im Chat schreiben, na ja, hallo? Das ist nicht gut. Hört mal weiter. Wo ist die Logik? Danke, danke für die ganzen Geschenke in ihm. Ja, also Apostel Paulus, ähm, so weglassen und nicht an ihn glauben, was er über Jesus Christus so berichtet, aber, äh, dem Mohammed glauben, der auf einmal, äh, uns etwas über Jesus Christus, äh, berichten möchte. Das ist so krank. Aus der historischen Perspektive, aus der historischen Perspektive, aus der historischen Perspektive, müssen wir sofort Mohammed ablehnen und das, was er uns da zeigt, über Jesus Christus. Da muss ich ein bisschen, äh, muss ich ein bisschen, äh, abstauben. Das ist ja cool, da kann ich ja Geld machen. Unglaublich. Raus, raus, raus mit so einem Teufelszeug. Mit so teuflischen Sachen will ich nichts zu tun haben hier. Match, 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 Dreck. Unglaublich. Lasst euch niemals von sowas verführen, Match machen und, äh, da Spenden reinhauen und sowas. Wenn jemand geben will, der gibt. Wenn jemand nicht geben will, der gibt nicht. Fertig aus. Das ist das hier von diesem Match. Diese ganzen armen Leute, die da von morgens bis abends bei diesen TikTokern hängen und nichts Besseres zu tun haben, als, kommen jetzt alles mal drei, alles mal neun, alles mal fünf, jetzt ein Boxhandschuh. Der Schlimmste von allen ist dieser Nino Gashi. Das ist mit der Schlimmste, den ich hier auf TikTok gesehen habe. So einen Betrüger hat die Welt noch nie gesehen, ehrlich. Der ist, der Schlimmste, wie der die Leute einlullt mit Teamfamilie, kommen jetzt alle zusammen. Boah, dem würde man gönnen, dass der so einmal, dass der gesperrt wird bei TikTok und nie wieder diese Platte nutzt darf. Wie der die Leute ausnutzt, der ist so krank, ey. Leute ausnutzt, der ist so krank, ey. Doch, ich bin an der LKW fahren, aber ich verstecke mich hinter der Dings, hinter dieser Mauer. Ja? Und rede wie Dings, wie Allah, hinter einer Wand. Astagfirullah. Astagfirullah. Weißt du was? Ja, achushar muta. Was? Redest du gerade über deine Mutter? Hast du gerade deine Mutter erwähnt? Achushar muta. Hast du gesagt, Gott segne dich und deine Familie? Gott segne dich und deine Familie. Habt ihr das gerade gehört? Das ist das Verhalten eines Muslims. Dein Prophet, geh und beißt in den P.E. Die Mutter ist Vater. Das ist das heftig, ey. Ja, ja. Der Rufa haben wir ja. Ja? Ja, ich kenne dich schon lange. Ich wollte dich fragen. Ich kenne dich schon länger jetzt, seit Jahren eigentlich, aber ich wollte dich fragen. Ich bin auf eine echt coole Entdeckung gemacht. Also ich bin Chris, wir haben unseren Facebook seit Jahren. Aber ich habe hier eine echt coole Entdeckung gemacht, auch für die Leute im Stream. Schon im Mose, wegen Jesu, die Gott, ein Vers, über den eigentlich niemals jemand nachgedacht hat. Eigentlich mehr, aber ich habe hier eine faszinierende. Also ich will nochmal sagen, es fängt ja schon im Mose an, ob überhaupt irgendjemand auf das gekommen ist. Und Gott sprach, schon im Mose, ja, als er die Welt gemacht hat, lass es uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Ja, also er spricht schon im Mose vom Plural. Die Frage ist, wenn es nicht Vater, Sohn und Heiliger Gast sind in einem Wesen, warum sagt er uns? Ja, das ist das, Elohim. Dieses Wort, also Heilige Gott. Bitte was? Hast du den, wärst schon mal so nachgedacht? Natürlich, ich kenne den Vers. Lasst uns Menschen machen, uns nach unserem Bilde ähnlich. Und Gott sprach, sei und es ist, also Gott, das Wort und der Geist, Gott schwebt da auf dem Wasser. Wir haben ja schon die Trinität in den ersten Sätzen der Bibel. Ja, und die haben ja die Tore übernommen. Also, das finde ich halt unlogisch für sie. Und gleichzeitig auch in Jesaja, 700 Jahre vor, bevor Jesus kam, im Alttestament steht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Ja, da gibt es einige, da gibt es einige Sufi-Discotänzer, wie Samira, der dann behauptet, das wäre Mohammed. Mohammed ist also der starke Gott. Auf einmal ist er auch bei Ihnen Gott, oder? Dieses Kind, was geboren wird, wird starker Gott genannt werden. Wer soll Mohammed sein? Habt ihr so einen Freaky gehört? Als ich das gehört habe, ich lag auf dem Boden. Ich sage es euch in ihm. Also die machen ja auch Mohammed damit zu Gott. Also ja, ich wollte das nur... Sobald ein Muslim seinen Mund aufmacht und Mohammed in der Bibel so finden will, dann nimmt das an Lächerlichkeit, ey, das ist einfach nur krass. Hm, okay, ja. Also ich habe so viel mehr, aber ich werde wahrscheinlich selber Livestreams machen bald. Ich mache das Projekt und dann... Jo, es wird lustig. Ich war gestern in einem Livestream, hab gefragt, wo der Ursprung von diesem schwarzen Stein ist in Mekka. Ich habe mal die Geschichte recherchiert. Hast du dich schon mal damit befasst? Okay, ich höre dich nicht mehr. Was sagst du? Ich habe mich letztens befasst damit, wo der Ursprung von diesem Stein in Mekka ist. Hast du dich schon mal damit befasst? Ob ich mich mit dem Stein von Mekka befasst habe? Ja, der Ursprung war recht interessant, weil sie sagen, er wurde ja herabgesandt. Und dann habe ich mich dann tiefer in die Materie geholt. Das ist einfach ein Meteorit, den die einfach da in diese Ecke da reingehauen haben. Einfach ein Meteorit, die Saudi-Arabien lässt bis heute nicht zu, dass man diesen Stein kontrolliert hat. Also so untersucht, um herauszufinden, woher kommt dieser Stein denn? Dieser ganze Blödsinn würde ja aufliegen. Ja, weil ich habe das wirklich... Also ich bin Programmierer und ich hinterfrage und recherchiere bis ins letzte Detail. Und ich habe gesehen, ja, die haben gestern im Livestream gesagt, dass die in Allat diesen Stein herabgesandt. Und ja, geschichtlich gesehen und jetzt, wenn ich mich so recherchiere, habe ich gesehen, dass zuvor schon arabische Götter mit so einem Stein angebetet haben. Ja, natürlich. Das sind heidnische Kulte, heidnische Praktiken, die damals die Quraysh und die Völker der damaligen Zeit in der arabischen Halbinsel praktiziert haben. Dieses siebenmaliges Umrunden von so Steinen und so. Das siehst du auch in Sayy al-Bukhari, als die Leute gesagt haben, wir waren es gewohnt, Steine anzubeten. Und sobald wir einen Stein gesehen haben, haben wir ihn angebetet und ihn umrundet. Und falls wir einen besseren gesehen haben, haben wir den besseren genommen. Und unser Umrat daran gemacht. Wahnsinn. Das sind also Götzendienerische Praktiken. Ja, und weißt du auch, wen die anbeten? Weil der hat auch hier, dieser Hubal hat hier auch schon Sonne, Stern und Mond. Also ist ja voll arg eigentlich. Ja. Ja, Hubal. Das ist so eine Astralreligion. Da merkst du diese siebenmalige Umrunden. Das hat sehr, sehr komischen Ursprung wie von so Astralreligionen und Astralglauern und so Blödsinn. Es ist voll arg, weil sie meinten, er wurde herabgesandt. Und ja, dieser Stein. Und dann schaue ich so in Google herum ein bisschen die Geschichte um. Und dann sieht man so Fotos, wo die ihn aufgebaut haben mit Ziegelmauern. Also ich weiß nicht, aber ich glaube, ich muss schon raus, weil sonst ärgern die sich zu viel. Okay, mein Schmerz. Gut, ich sehe dich schon. Viel Spaß, das wird sicher nicht. Alles gut, tschau. Ja, vorheidnische Praktiken, die der Mohammed einfach übernommen hat. Vorislamische heidnische Praktiken, die der Mohammed einfach übernommen hat und in seine Religion gepackt hat. Ja, die Zabea zum Beispiel haben auch fünfmal am Tag gebetet, das war ja Götzendiener und alles. Und Mohammed hat das alles übernommen. Die Zabea werden sogar im Koran erwähnt. Hört mal weiter. Puberty, that you can trust. Your Prophet marrying his adopted sons, the worst wife, that you can trust. Your Prophet abolishing adoption, that you can trust. Your Prophet saying, take Mary, tap the woman and that you can trust, but we can't trust Paul. You make sense, man. You want me to show you in your Koran, where your fake Prophet said, my Bible is true and I'm to use it to judge him. It does say that you have to judge by the Torah and the Gospel, but that was at the time of the Prophet, the Prophet Mohammed. Okay, now you... Ah, in der Zeit von Mohammed sollte man nach der Tora und dem Evangelium richten. Aber Muslime sagen ja immer, die Tora und das Evangelium ist ja verfälscht mit der Zeit. Aber in der Zeit von Mohammed war sie überhaupt gar nicht verfälscht. Nicht ein Strich wurde da drin verfälscht. Guck mal jetzt, was der Sam sagt. See, now you're a liar or you're ignorant, because you have copies of the Torah that were written before Jesus, after Jesus, during the time you're Prophet, and it's the same we have today. Okay, so I'm going to change. Also, wir haben Kopien und Abschriften aus der Zeit vor Jesus Christus von der Tora und nach Jesus Christus, die mit unseren Bibeln eindeutig übereinstimmen. Es hat nie eine Verfälschung stattgefunden. Die Muslime, ich, das kannst du keinem erzählen. Ihr seid mit das Heftigste, was die Welt jemals hervorgebracht hat. Einfach Verschwörungstheoretiker, das ist einfach eine Verschwörungstheorie. Ich glaube, es hat verändert, dass der Prophet Mohammed... Okay, gut. Gut, gut. Oh, warte, 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 warte. Jetzt gebe ich dir eine Englische Translation des Kopien des Old Testamentes, von Kopien der Bibel, die in 200 Jahren vor Jesus waren. So, gut. Jetzt lasst du dir das. Jetzt sind wir stuck. Hier ist es. Hier geht's. Ich will, dass du das hier sehen kannst. Die Dead Sea Scrolls Bibel. Die älteste Bibel. Jetzt zeigt er die älteste Bibel, die vor Jesus Christus gefunden wurde. Da, wo die Tora auch, also da, wo die Abschriften der Tora gefunden wurden. Guck mal hier. Das ist die Tora. from the most ancient copies of the Old Testament, written in Hebrew, found in 1947, written about 20 years before Jesus, translated in English, and it's identical to what I read in my Bible today, and this is before Muhammad. So you said after Muhammad, now I got copies before Muhammad. You're stuck. Archaeological proof tells us what the Torah was, because we found manuscripts in Hebrew of the Torah, the Old Testament, written before Jesus. That means if you believe in your Quran, the only Torah, which Jesus had historically, this is a fact, is what I have today, and it's right here. So if you believe in your Quran, you better stop telling me I reject your Bible, because that means you don't believe in your Quran. So sieht das aus. Habt ihr gerade gesehen? Das war's. Somit ist der Islam komplett ruiniert worden. Nur mit ein paar Sätzen und Beweisen, archäologischen Beweisen, dass niemals eine Verfälschung stattgefunden hat. Unfassbar, ne? Nein, 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 nein. Allein die Jesaja-Schrift wollen, ist denn eigentlich nicht, wie es geht? Hallo. Hallo? Hallo. Hallo. Ah, sorry. Ich bin gerade noch am Arbeiten. Schönen guten Tag. Guten Tag, mein Lieber. Guten Tag, mein Lieber. Guten Tag, mein Lieber. Guten Tag. Danke. Gott sei Dank. Lutzung, mach bitte aus. Ja. Ich höre mich doppelt. Besser jetzt? Ja, viel, viel besser. sehr gut sehr gut sehr gut ja ich habe noch eine frage nur eine frage glaubst du an den endzeit die endzeit glaube ja wir sind ja mittendrin weil ich habe jetzt übers viele videos gesendt anscheinend der jesus bei uns kommt bei der endzeit ist das so der jesus christus wird eines tages zurückkehren und seine wiedergeborenen zu sich ziehen ja das wird so sein und das hat mit dem jerusalem zu tun oder nicht sorry ich bin voll den anfangen wenn es um das geht ja kein problem der jesus christus wird demnächst wenn bald das ganze system hier zusammen bricht seine heiligen christin mit sich ziehen das findest du er kommt ja zurück mit den krieger oder ist es falsch erst mal nicht erstmal nur für die entwicklung und dann gibt es das komplette dahinschlag der ganzen menschheit sportlich manchmal habe ich angst wenn ich sowas sage dass ich gesperrt werde mein lieber okay okay das war es schon vielen dank ja du kannst dir gerne ein paar videos von roger liebi rein sind zu dem thema sehr sehr gute videos erstellt ja ich bin eben viel am videos am gucken ja aber nur wenn ich nicht mehr arbeite ja okay also dann gott der sekte dich auch und deiner familie tschüss ciao okay ciao ich komme jetzt gleich wieder die einzelne ja ich habe das auf stumm geschaltet habt ihr lecki lecki gemacht ihr lieben komm 3 2 1 jetzt jetzt alle zusammen lecki lecki machen lecki 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 so so moin mein spaßgeräuschen amir Ich hatte eine Frage, und zwar ich lese die Bibel, und mir ist beim Korintherbrief, habe ich gelesen, also das war 1. Korinther 6, dass man irgendwie auch Christen, dass auch Christen Sklaven haben können. Christen Sklaven haben können? Ja, kannst du es vorlesen? Ja, kannst du es vorlesen, wenn du es vorlesen? Ja, okay, warte noch ein Moment, ich komme jetzt. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ich meine nicht, du denkst Korinther, ich meine Timotheus. Timotheus. Ich verweckte es immer. Okay. Ja, ich stehe noch vor. Ja, okay. 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 Ja. Ja, okay. 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 Du bist, glaube ich. Da geht es sehr viel auch in den Gemeinden so zu, dass auf einmal jemand, der so mit schönen Klamotten da ankommt, der Apostel Paulus redet das ja auch an, dass jemand mit schönen Klamotten ankommt und die Leute zu ihm sagen, ja komm, setz dich mal hierhin und zu dem, der auch aber im Glauben ist, aber der mit schrecklichen Klamotten da ankommt und nicht so gepflegt ist, zu ihm sagt, geh mal da hin, setz dich mal da hinten hin. Nein, du wirst jedem, der im Herrn ist, gleich behandeln, ob es ein reicher ist oder ein armer ist, ein Sklave ist oder ein freier ist. Verstehst du jetzt? Ja, das verstehe ich. Und mich hat es halt nur gewundert, dass da wirklich explizit Sklave steht, auch in jeder Übersetzung. Ja, in was für einem Kontext musst du dir vorstellen? Also beziehungsweise in was für einem Kontext ist das gemeint? Gemeint, verstehst du? Wenn der Herr sagt, wir sollen keinen so übervorteilen, sondern wir sollen immer alle auf Augenhöhe sein und uns einander lieben, selbst wenn dein Chef Christ ist und du auch Christ bist, so hast du trotzdem auf deinen Chef zu hören und sich ihm auch unterzuordnen. So ist das. Was hältst du eigentlich von dieser Bibelübersetzung Hoffnung für alle? Lass das weg. Du kannst entweder in Elberfelder ist gut oder eine Schlachter 2000. Wir sind mit der besten Übersetzung, die wir haben. Und wenn etwas unklar ist, dann kannst du immer noch eine Wortstudie unternehmen. Ja, du kannst immer noch in Biblehook.com reingehen und dann kannst du Wort für Wortstudie unternehmen. Und da wird das auch erklärt. Alles, jedes Wort wird erklärt, was damit gemeint ist und so. Das ist einfach genial, ehrlich. Kann ich dir nur empfehlen, wenn du so Probleme hast mit einem Wort, mit einem Satz oder so, kannst du dann eine Wortstudie unternehmen. Ja, nee, ich finde die einfach ein bisschen einfacher zu lesen. Also ich finde, die unterscheidet sich nicht von den anderen. Aber hier liegen immer wieder auch. Ja, wie gesagt, also in der Schlachter 2000 oder Elberfelder ist mit Tiefen die akkuratesten Übersetzung. Ja, nee, ich finde es wirklich sehr gut, was du machst. Mach es weiter, sehr. Eine Milliarde Leute spielen hier. Ja, das klingt mein Lieber Gott, denke dich und deine Familie. Danke. Und so viele Menschen, mit denen du noch gar nicht geredet hast, die haben auch so viele auch schon zum Herrn geführt. Wovon du noch gar nichts weißt. Also so viel passiert immer durch diese Arbeit. Die ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, ich danke dem Herrn, dass er jeden Einzelnen von uns benutzt und mich auch benutzt, damit wir sein Reich mit Menschen füllen. Und nicht wie Allah die Hölle mit Menschen füllen, ne, TikTok-sportlich. Kannst du uns vielleicht so auf Stelle vielleicht ein Erlebnis erzählen, wie du den Herrn gesehen hast, das erlebt? Ich habe den Herrn noch niemals gesehen. Ich hatte nur einmal einen Traum gehabt und da habe ich ihn auch nicht gesehen, sondern das pure Licht. Er hat sich im purem Licht gezeigt, als der Teufel versucht hat, meinen Bruder und mich zu ertränken. Und ich den Namen Jesus Christus gerufen habe und das gesamte Dach von diesem Haus abgerissen wurde und ich ein Licht gesehen habe, was ich in meinem Leben noch niemals gesehen habe. Das war das heftigste Erlebnis, das jemals hat. Das war ein Traum. Aber ich muss mir vorstellen, ich rufe den Namen Jesus, er hilft mir und sofort hört das auf mit dem Regen und das Ertränken hört dann auf und das Dach explodiert. Man sieht den Handy, also man sieht dann pures Licht, pures Licht, also das war heftiger. So, ich kann in die Sonne so reingucken, ne. Man kann ja eine Sekunde oder zwei, drei Sekunden in die Sonne so reinschauen. Aber dieses Licht, was ich gesehen habe, war so grell, dass ich fast geblindet war. Also, das war unglaublich. Und da habe ich mich auch aufgewacht. Ich verfolge mich, ich habe die Geschichte schon oft gehört, aber die ist wirklich nicht... Aber soll ich sagen, nicht so... Man weiß einfach, dass... Und mal lauter sprechen, bitte. Hörst du mich jetzt besser? Ja, du musst so nahe kommen, wie es geht ans Telefon. Nee, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Okay, alles klar, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Alles Gute wünschen, danke dich auch und Gott will mir auch deinen Hund. Ciao. Hallo. Hi. Gottes Segen. Na ja, bitte lauter sprechen. Ja, mir Gottes Segen wünsche ich dir. Gottes Segen auch dir, dir und deiner Familie. Dankeschön, gleichfalls. Ich habe eine Frage, wieso sagen viele Christen, dass sich die Bibel halt, ja, was heißt, widerspricht, dass Jesus halt sagt, er ist nicht Gott. Und er würde halt, also sie stellen den dar, als er kleiner ist als der Vater, dass er halt immer zum Vater betet, beziehungsweise es gibt Verse, wo es eindeutig steht, dass Jesus halt nicht Gott ist, sondern der Vater Gott ist. Nein, das Problem dabei ist, dass die immer wieder außer Acht lassen, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus und die Unterordnung. So ist das. Der Herr Jesus Christus ist in der Stellung kleiner als der Vater, aber im Wesentlichen sind sie der gleich ewige Gott. Jesus Christus hat ja kein Anfang, kein Ende. Deswegen sagt er auch in Offenbarung 1, 17, ich bin das Alpha und das Omega, das A und das O. Siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du weißt ja, alles, was Ewigkeit ist, ist ja Gott, oder nicht? Ja, eigentlich schon, aber die kommen dann halt mit Verse, die dann halt sagen, er ist nicht Gott. Aber so in dem... Ja, aber die müssen ja auch die anderen Verse in Einklang bringen, wo der Herr Jesus Christus auf seine Gottheit eingeht. Also wie erklären wir das denn dann? Also geht das nur mit der Trinität und der völligen Entäußerung Gottes in Philippa 2, Vers 6 bis 11. Denn wir sollen so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als seine Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festzielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Kreuz. Ja, bis zum Kreuz. Ja, bis zum Tod. Und darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und ihn einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu Christi sich alle Knie derer beugen, die auch im Himmel, unter der Erde und auf der Erde sind. Damit sie bekennen, dass er der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. So ist das. Also du siehst, dass Gott sich selber entäußert hat. Ein Teil dieses ewigen Gottes, der Sohn, hat sich losgelöst und wurde ein sterblicher Mensch. Aber er hat niemals aufgehört, Gott selbst zu sein. Der Vater betet sogar zum Sohn. Und so heißt es in Johannes 17, 5 und in Hebräer 1, 8 bis 12, Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Du siehst also, dass Jesus Christus, ehe die Welt war, schon existiert hat. Und so sagt er es auch zu den Juden in Johannes 8, 18, 50. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr Abraham wart, bin ich. Und bin ich ist der Name Gottes aus dem Alten Testament. Das war's. Genau, deswegen denke ich mal, gibt es auch so viele Spaltungen im Christentum. Nein, es darf eigentlich keine Spaltung geben. Wenn man all diese Texte im Einklang bringt, alles im Kontext betrachtet und nicht nur auf die menschliche Komponente des Herrn eingeht, sondern auch auf die göttliche, die Zwei-Naturen-Lehre muss man beachten, dass der Herr Jesus sowohl 100% Mensch als auch 100% Gott ist. Das ist genauso, wie wenn ich sage, der Olaf Scholz, der bekleidet ein höheres Amt als Dr. Scheer Abu Amir, der nur so ein normaler Arbeiter hier in dieser Gesellschaft ist. Olaf Scholz ist ja der Bundeskanzler. Aber wir bleiben trotzdem das eine Wesen, und zwar der Mensch. Der Olaf Scholz ist ja kein höherer Mensch als ich. Er bekleidet nur ein höheres Amt. Das war's. So kann man das verstehen. Was waren denn die ersten Christen, sagen wir mal so, Urchristen? Woher kommt das, diese Unitarier und Baptisten und Katholiken? Ja, der Arius. Der Arius hat das hervorgebracht. Da war ja der große Streit zwischen den Trinitariern und den Arianern. Und das wurde ja auch zum Konzil zu Nezäa dann festgelegt. Darüber haben sie dann debattiert. Wo der Kaiser der Konstantin die Christen dann zusammengerufen hat, weil es eine große Spaltung im Land gab. Weil Arius dann anfing, die Trinitätslehre dann in Frage zu stellen und gesagt hat, der Vater ist der allein wahre Gott. Und Jesus so ein, ja, weiß ich, die machen aus Jesus so einen kleineren Gott. Also so Politismus ist das. Das ist ein Quatsch. Ja, und dann gab es diese Diskussion und dann wurde festgelegt beim Konzil zu Nezäa, dass Gott, sowohl Gott der Vater als auch Gott der Sohn und der Heilige Geist, ein und derselbe Gott sind. Also diese drei Personen, diesen einen und den einen Gott, der in Ewigkeit sich überoffenbart hat, widerspiegelt. So ist das. Ja, Armin, dann bedanke ich mich für die ausführliche... Ja, du musst dir nur mal... Du kannst dir mal im Internet raussuchen, was die frühen Christen geglaubt haben. 100 Jahre nach Christus zum Beispiel, vor Konzil zu Nezäa. Da siehst du, dass die Menschen absolut an die Gottheit des Herrn Jesus Christus geglaubt haben und gesagt haben, wir beten unseren Herrn Jesus Christus an. Der ist Gott der Allmächtige. Du siehst also, die frühen Christen haben an die Gottheit des Herrn Jesus Christus geglaubt. Und somit ist die Trinität absolut biblisch. Absolut biblisch. Dann im Nachhinein gab es dann halt diese Spaltung, wo es dann halt Unitarier gab und Zeugen Jehovas und wie sie dann alle heißen. Das kam alles im Nachhinein dann halt. So sieht es aus. Du siehst, dass der Satan keine Möglichkeit hat, die Bibel mehr zu korrumpieren, verfälschen oder was auch immer. Nein, er macht es jetzt mit Religionen und versucht, die Christenheit zu durchseuchen und falsche Lehren reinzubringen. Du siehst ja, dass die Lehre sehr wichtig ist. Du kannst anhand der Lehre verloren gehen. Und so sagt der Herr Jesus Christus ja auch in Johannes 8,24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Mit anderen Worten, wenn ihr nicht glaubt, dass ich der Gott des Alten Testaments bin, der sich Mose geoffenbart hat in Exodus, Kapitel 2, Vers 14, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Der Herr Jesus hat durch den Dornbusch mit Mose gesprochen. Geh und sag den Kindern Israels, ich bin halt nicht zu euch gesandt. So ist mein Name. Ich bin, der ich bin. Ja, aus dieser Vers, Ehe, Abraham, war ich oder ich bin. Also das sind ja Verse, die eindeutig beweisen, dass Jesus Gott ist. Und dann sagen, ja, wo ist es denn? Genau, sehr gut. Der Herr Jesus Christus sagt damit nichts anderes, dass er schon vor Abraham existiert hat. Und die Juden waren natürlich schockiert über seine Aussage. Du bist nicht mal 50 Jahre alt und hast Vater Abraham gesehen. Und dann sagt der Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr Abraham wart, bin ich. Und dann versuchen die Juden ihn schon wieder zu steinigen. Ja, deswegen verstehe ich auch nicht Muslime, die sagen, ja, wo sagt Jesus, dass er Gott ist. Also das ist... Er gibt sich allen 99 Namen ihres eigenen Gottes. Allah hat 99 Namen. Und sie nennen sich Al-Isma, Al-Husna. Das sind die wunderschönen Namen Allahs, die kein menschliches Wesen oder kein Prophet sich geben darf. Und wenn du einen dieser Namen dir gibst, machst du dich Gott gleich. Und dann sagt der Herr Jesus, ich bin euer Allah. Denn der Herr Jesus Christus ist ja die Wahrheit. Al-Hak. Das ist einer der Namen Allahs. Es ist Al-Hak, die Wahrheit. Und dann sagt der Herr Jesus in Johannes 14, 6, ich bin die Wahrheit. Ich bin Al-Hak. Ja, was haben wir? Da haben wir ein riesen Problem. Nee, entweder der Herr Jesus Christus betreibt die Blasphemie und behauptet Gott zu sein oder die Bibel, stimmt doch was nicht. Also wir müssen dem Herrn Jesus Christus glauben und verstehen, dass der Herr Jesus Christus von Ewigkeit her der ewige Gott ist, der Mensch wurde, um für unsere Schuld zu bezahlen. So wie es auch in Zachariah 12, 10 steht, dass Gott sich selber ankündigt, durchbohrt zu werden. Wie geht denn sowas? Kann man Gott durchbohren? Nein, es geht nur, dass Gott physische Gestalt annimmt, damit er bezahlen kann. Du kannst es selber lesen, Zachariah 12, 10. Das ist ein sehr, sehr bezeichnender Vers. Das kannst du auch den Juden zeigen. Ja, die Juden, die lehnen ja den Jesaja Kapitel 53. Warum lehnen die Juden? Das wird ja gar nicht mehr in der Synagogen mehr gepredigt. Weswegen wohl? Also weil das wirklich ein Vers, da spricht, also da ist wirklich zu verstehen, dass das Jesus ist. Ja, so sieht es aus. Ja, Amir, und im Koran, da steht ja auch, was steht denn da jetzt mit dem, wie hieß das nochmal? Ja, Allah hasst den König der Könige oder was steht denn da richtig übersetzt? Das ist ein Hadith. Das ist ein Hadith, den Mohammed da den Muslimen mitgibt. Und da heißt es, dass es am Tage der Auferstehung jemanden gibt, der sich König der Könige nennt. Und das ist so das, was Allah so am meisten verabscheut, wenn sich jemand König der Könige nennt. Weil Allah ja Malik Allah am Laak ist. Allah ist ja der König der Könige. Wenn du einen Muslim fragst, wer ist denn der König der Könige? Dann sagt er, Allah, mein Gott ist der König der Könige. Dann sagst du, ja, aber hier mein Herr Jesus Christus behauptet, der König der Könige zu sein. Und das ist der grausamste, der schrecklichste Name, den Allah so mehr oder weniger sinngemäß verachtet. Du siehst also, dass der Herr Jesus Christus, der wahre König der Könige, von Allah sehr, sehr, ja, der Allah gefällt nicht, dass Jesus sich König der Könige nennt. Das ist traurig, dass wirklich so viele Menschen dieses Gnadengeschenk ablehnen. Das ist wirklich traurig. Ja, Amil, vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch. Danke dir, Gott segne dich und deine Familie. Ja, danke, gleichfalls, Amil. Okay, ciao. Ciao. Matti, du, ich verstehe nicht, dass du hier reinkommst. Du musst erst mal psychologisch behandelt werden, damit du wieder klarkommst. Aber ich kann dir den besten Arzt empfehlen, das ist der Herr Jesus Christus. Du brauchst Jesus in deinem Leben, du bist dämonisch beladen und, ja, ich bitte dich da, die Bibel zu lesen und den Herrn Jesus Christus, ja, das ist dieser Imam mit, der jetzt vor kurzem den Herrn so übelst beleidigt hat und da diese widerwärtigen Sachen gesagt hat, ne, der ist psychisch beladen, unfassbaren, ja, Dämonen. Immer, Matti, ich bin der, ich bin der Hütte des Islams. Sunniten, Schiiten sind alles Götzendiener. Ich bin der, ich bin der letzte Prophet. Das ist so krank, ey. Der hat so einen Dachschaden, TikTok-sportlich, ne. Ich bin immer, Matti, der Hütte des Kurans, der Wächter. Möge der Jesus Christus ihm seine blinden Augen öffnen, ehrlich, ey. Oh, was ist das denn jetzt? Das ist ja ja nicht gut. Das ist ja ja nicht gut hier. Ja, ich war schockiert, ne, bei seiner Aussage, ne, was du da so rausgehauen hast, ne. Übel. Mich hat er ja schon bedroht, ne, übelst. Mit, äh, ja, ihr wisst schon. Oft, äh, ja, ihr wisst schon alles Götzendienst. Trilgerisch. Trilgerisch, trilgerisch, trilgerisch. Trilgerisch, trilgerisch, trilgerisch. ard. Prilgerisch. Wenn du noch einmal eine Anfrage sendest, wirst du für alle Ewigkeiten hier blockiert. Du kannst hier drinnen bleiben und zuhören, das Wort Gottes, das dich eventuell dann befreit von diesen Dämonen, die in dir sind. Möge der Herr Jesus Christus dir gnädig sein und dir vergeben für all deine Worte, die du gesprochen hast, für all deine Bedrohungen, die du getätigt hast. Vielen Dank. Ja, dein bösen Geist, ja, absolut, ja. Das, was er da gesagt hat, das ist ultraschlimm. Mit Kindern und sowas, habt ihr gehört, ne? Das ist so abartig, ne? Abartig. Hallo, Gottes Segen, Amir. Hi, Gottes Segen, dir auch, Ali. Weißt du, was mir letztes Mal aufgefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe? Die Muslime sagen ja nämlich, der Koran ist das Wunder, was Mohammed denen gegeben hat und so. Und dass das alles perfekt ist und so weiter und so fort. Warum braucht man denn die ganzen Hadithe und Tafsire und die Sunna des Propheten und so weiter? Also der Allah schafft es nicht mal, eine einzige konkrete Botschaft zu senden. Ja, aber 124.000 Mal schafft er das nicht. Das ist ja das Problem, was wir haben. Ja. Der Allah kriegt das absolut nicht hin, seine Botschaften so zu bewahren. 124.000 Gesandte setzt er. Ja. Ja, das ist heftig auf jeden Fall. Das, ja, wie gesagt, also im Koran steht ja auch zum Beispiel nicht, habe ich mitbekommen, wie man betet. Dafür braucht man auch Mohammed und die Sunna. Richtig? Das ist krass, ne? Schon wieder, der Koran ist ein unvollständiges Buch, ne? Ja, aber man braucht, ne? Du brauchst das nicht, um den Koran zu verstehen, das ist krank. Obwohl Allah sagt, das ist ein deutliches Buch von deutlichen, ähm, also es gibt keinerlei Zweifel und, 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 ne? Ich hab mal gehört, dass es 500.000 Hadithe gibt oder so, stimmt das? Ja, der Buhradi hat 600.000 Hadithe so ausgelattet, ne? Viel Spaß beim Lesen, liebe Muslime. Nach der... Ja, du meinst viel Spaß. Nee, das ist einfach der Wahrheit. Nee, wirklich, also das ist wirklich lächerlich. Wenn man sich dann die Bibel anguckt, das ist eine Botschaft herabgesandt von Gott und alles ist drin, was wir benötigen, Gottes Wort und wie gesagt, an alle Muslime. Wirklich, wacht bitte auf aus eurem Winterschlaf. Ihr werdet mit dem Islam alle in die Hölle gehen, TikTok-sportlich. Ähm, wirklich, geht auf die Suche nach dem Herrn Jesus Christus und er wird euch freimachen und ewiges Leben geben. Tut Buße und keinem. Amen. Wo finden wir das? Johannes 11, 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Amen. Amen. Kann das ein Prophet sagen, Olli? Nein. Kann ein Prophet sagen, ich gebe euch ewiges Leben, wer an mich glaubt? Wer an mich glaubt, dem gebe ich ewiges Leben. Kann sowas ein normalsterblicher Mensch machen? Nein. Nein. Absolut nicht. Es muss sich um Gott handeln. Denn Gott gibt uns nur ewiges Leben. Das, dieser eine Satz, merkt euch das. Gott gibt uns ewiges Leben. Und wenn jemand sagt, ich gebe dir ewiges Leben, so macht er sich zu Gott. Das war's. Ich muss auch sagen, als ich das erste Mal dann die Bibel gelesen habe, oder das Neue Testament gelesen habe, da wurde mir auch gleich klar, das kann kein Mensch geschrieben haben. Das ist lebendig, dieses Wort. Das ist so weise und voller Wahrheit und Klarheit. Es ist ganz anders als normale Bücher von Menschen geschrieben. Amen. Du kannst ja kurz ein bisschen dein Zeugnis erzählen. Ich komme jetzt gleich wieder. Bis gleich. Ja, gerne. Wie gesagt, war ich 15 Jahre lang Atheist. Also Hardcore-Evolutionslehre-Anhänger. Und dann, ja, habe ich Amir und Reza lange verfolgt. Und irgendwann meinte dann der Bruder Reza in einem Video, geht doch mal wirklich auf die Knie, wenn ihr wissen wollt, stimmt das alles, was wir hier sagen. Und irgendwann hatte ich sozusagen die Schnauze voll, TikTok-sportlich, und meinte, nee, jetzt will ich echt wissen, was da dran ist. Ich höre ihm schon so lange zu, aber nee, jetzt will ich es wissen. Bin auf die Knie gegangen, habe mich in mein Kämmerlein angeschlossen und habe ins Universum rausgebetet. Herr, wenn es dich wirklich gibt, oder Gott, wenn es dich wirklich gibt, zeig dich mir bitte. Was ist da dran an dieser ganzen Sache, was ich hier höre seit Jahren von Jesus? Ja, und so habe ich aufsichtigen Herzens ein Gebet ins Universum gesprochen. Und dann hat sich der Herr mir kurze Zeit später offenbart. Und dann hatte ich dann die Möglichkeit, entweder ignorant zu sein und verdorben und zu sagen, nee, es ist ja alles nur Zufall jetzt gewesen, das ist ja Quatsch und so. Oder ich hatte halt die Möglichkeit, in mich zu gehen und darüber nachzudenken, was mir geschehen ist. Und ja, dann habe ich mich kurze Zeit später entschieden, ja, den Herrn Jesus Christus als mein Herr und Heiland anzunehmen. Und heute weiß ich auch durch die Bibel, dass der Gottvater mir das offenbart hat, dass es mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist und mir wirklich bewusst wurde, was der Herr Jesus für mich getan hat. Dass er für meine Sünden ans Kreuz gegangen ist, wo ich hätte hängen sollen. Aber er hat es für jeden von uns Einzelnen gemacht. Obwohl wir solche Sünder sind, liebt er uns Menschen. Er hasst die Sünde, aber er liebt den Menschen. Und dennoch, obwohl ich so dreckig bin und mir wurde dann wirklich bewusst, was für ein ekelhafter Mensch oder allgemein wir alle, wie dreckig wir sind. Dass wir lügen und betrügen und von morgens bis abends Kacke machen. Und dennoch, das geht bis heute nicht richtig in meinen Kopf rein, wie Gott sich als Mensch hier reinmachen konnte. Also nicht falsch verstehen, ich glaube daran 100 Prozent, aber es ist so unfassbar, dass Gott sich selber zu Mensch macht. Das ist so ein Liebesbeweis. Und dass er selber diesen Leidensweg dann geht. Es ist einfach unfassbar. Ja, wie gesagt, ich kriege Gänsehaut. Und ja, das ist einfach der absolute Wahnsinn, wenn man sich bewusst wird, was der Herr Jesus für uns gemacht hat. Dass er sein Leben für uns gegeben hat, damit wir aus Gnade leben dürfen. Aus Gnade sind wir errottet. Ja, was für eine wunderschöne Liebesbotschaft. Und leider verstehen das viele Muslime nicht, weil sich so gut wie keine Liebe im Islam widerspiegelt. Man sieht das ja, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, was für Früchte bringt der Islam hervor. Sag mir das bitte. Keine guten Früchte. Und deswegen werden die auch am Tag des Gerichts alle abgehauen und ins Feuer geworfen. Deswegen, mein lieber Muslim, der du mir zuhörst, geh bitte auf die Suche, genau wie ich es getan habe und ganz, ganz viele andere Geschwister. Ich habe auch mal einen anderen schönen Satz gehört. Ich weiß nicht mehr, wo ich den aufgeschnappt habe. Lieber Muslim, denk mal darüber nach. Bist du es dir selber wert, auf die Suche zu gehen? Oder willst du blind einfach deiner Religion folgen? Es gibt ja diese Ewigkeit. Das glaubt ihr ja auch. Es gibt ja diese Ewigkeit. Aber ihr müsst ja auf die Suche gehen und herausfinden. Und du musst selber für dich entscheiden. Bist du es dir selber wert, auf die Suche zu gehen? Oder möchtest du einfach weiterhin so in den Alltag hineinleben und dann irgendwann in den Tod gehen? Oder möchtest du dich hinsetzen, ins Gebet gehen, lesen, prüfen, dein Verstand einschalten? Sei es dir selber wert, mein Lieber. Oder meine Liebe. Und mein lieber Muslim oder meine liebe Muslima, wenn du wirklich wissen möchtest, ob diese Bibel, was ja so unter den Muslimen im Islam gang und gäbe ist, dass die Bibel verfälscht wurde, dann schaut euch mal bitte den Vortrag von Roger Liby an. Wurde die Bibel verfälscht? Und da erklärt er ganz genau, dass in den ganzen Höhlen, das hat Amir auch schon öfter gesagt, 1948 oder so war das, dass in den Höhlen von Qumran die Isaiah-Rollen und ganz viele andere Schriften des Alten und Neuen Testaments gefunden wurde. Und man heute ganz genau datieren kann, wann sie geschrieben wurden. Und das ist einfach unfassbar. Schwarz auf weiß, dass wir immer die gleiche Bibel hatten. Also, ich habe auch noch nie eine gute Argumentation von irgendein Moslem irgendwo gesehen, auf YouTube oder TikTok oder sonst irgendwo, wo er irgendwann ansatzweise belegen konnte, dass die Bibel verfälscht sei. Das ist ja Quatsch. Das habe ich noch nie gehört. Wenn ja, kann derjenige oder diejenige gerne hochkommen und alle hier widerlegen, dass die Bibel verfälscht ist. Mit richtig stichfesten Beweisen. Das könnt ihr aber nicht. Denn unser Gott ist kein Hampelmann. Der bewahrt sein Wort. Und das wurde mir auch damals, als ich das dann mitbekommen habe, dass es eine Höhle gab und die Schriften wurden gefunden. Und man konnte sie genau datieren. Und die Prophezeiungen, wie der Herr dann am Kreuz gestorben ist. Ja. Absoluter Wahnsinn. Das kann nur einer geschrieben haben, der über Raum und Zeit beherrscht. Ja. Bitte an alle Geschwister, betet auch für alle, die hier im Stream sind. Alle Atheisten, Muslimen, alle Andersgläubigen, geht bitte ins Gebet für sie und dass der Herr ihnen die Augen öffnet. Dass ihre Herzen weich werden und ihr Herz öffnet für die Wahrheit, die in Christus Jesus ist. Ja, gelobt bei der Herr. Vielleicht macht Armin gleich nochmal den Song an. Die Lobpreisung. Die Lobpreisung. So groß ist der Herr. So groß. Das können wir uns gar nicht vorstellen mit unserem menschlichen Verstand, wie groß er ist. Dass wir echt nur wie Staubkörner sind. Und für diese Staubkörner hat er sein Leben gegeben. Weil er uns liebt und mit uns Gemeinschaft haben möchte. Ich war ohne Jesus in meinem Leben wie ein Staub, das sich alleine in der Welt verlaufen hat. Ja. So ging es, glaube ich, jedem. Alle irgendwie. Bei mir war das auch extrem so. Ich war immer auf der Suche nach dem, wer das Sagen in dieser Welt hat. Dann habe ich immer so, mir war früh bewusst, dass diese ganzen Politiker und so nichts zu sagen haben. Weil diese Welt läuft so verkehrt und den Kindern wird in der Schule beigebracht, geht immer schön wählen und dann müsst ihr die richtige Partei da auswählen und euch vorher informieren und dann eure Stimme abgeben. Und mir wurde schnell klar, dass das alles nur so ein Zirkusspiel ist. Dass wir gar nichts ändern können. Dass das totaler Quatsch ist. Und mir wurde auch schnell klar, dass die Politiker gar keine Macht haben, sondern dass sie auch der Elite dienen. Dem Geldsystem. Und schlussendlich dem Satan. Alle dienen. TikTok sportlich. Und ja, schlussendlich bin ich dann bei dem Herrn Jesus angekommen. Und jetzt bin ich am Ziel angekommen. Und kann sagen, ja. Den Sinn des Lebens erreicht mit dem Herrn. Du hast ein sehr, sehr cooles Wort. Bitte? Du hast ein sehr, sehr cooles Zeugnis. Ja. So oder so. Armin, wollen wir gleich nochmal So groß ist der Herr hören? Oder hast du das heute schon? Nee, können wir gleich hören von mir. Das mache ich gleich an. Du hast recht. So groß ist der Herr. So groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Ich muss wieder inkognito gehen. Auf Wiedersehen. Ich musste das gerade machen, weil Live-Sichtbarkeit für 10 Minuten eingeschränkt. Dein Live ist nicht für Empfehlungen qualifiziert. Heftig, ne? Die versuchen, mich so aufzuhalten. Ähm, Dings, du bist ja auch wieder mit deinem großen Account online. Da machen die ja immer bei dir Dings. Ja, ja, Trouble, ja. Trouble. Trouble. Ja, so sieht's aus, hast recht. Ja, weil die wissen, was für eine Detonation ich hier auslöse, ne? Und die Leute sich fragen, ist da wirklich die Weide, ne? Ist da wirklich die Weide. Ach, guck mal, das wollte ich dir auch schon mal länger sagen. Damals hatte ich dich noch auf YouTube, ähm, wobei immer noch. Aber ich habe dich ja auch ganz, ganz jedes Video zweimal geguckt oder so auf YouTube. Und dann dachte ich mir damals schon so, oh, dem würde ich gerne den ganzen Tag zuhören. Und dann benutzt dich der Herr, dass du auch diese Plattform nimmst und man so normal mit dir sprechen kann und du auch ganz lange, ähm, online sein kannst, auch durch die Arbeiten das nutzen kannst. Wie der Herr dich benutzt hat, dass du auch hier auf TikTok diese, ja, Arbeit tun kannst. Das ist wunderbar. Ach, Mann, ne? Gott segne wirklich euch alle auch, ehrlich. Und jetzt kann ich dich von morgens bis abends hören. Jetzt kann ich dich von morgens bis abends hören, Armin. Von morgens bis abends sind und sich den Armarin. Ey, so wundervoll. Ja, Mann, ey, Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich. Ja, Mann, ehrlich. Ja, dass der Herr mir das so ermöglicht hat, der ehrlich ist. Ich danke ihm immer und immer wieder, ne? Dass er uns alle benutzt für seinen Himmelreich, ne? Alle. Wir alle. Ja. Okay, mein lieber Olli, dann hören wir uns dann später, oder was, ne? Alles klar, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie auch. Ciao. Ciao. Ich denke mir, vielleicht gibt es hier viele Atheisten, die das hören müssen. Ein richtig guter Denkanstoß. Vielleicht auch an die Muslime. Überhaupt die Bibel an sich. Wenn man das schon in Frage stellt, ja, dann muss man, wenn man es gelesen hat, es sind hier sehr viele versteckte Botschaften oder Rätsel, die sich dann im Neuen auflösen, ja. Aber meine Reise hat so begonnen, dass ich, ich habe damals, weiß ich noch, angefangen, diese Pyramiden-Doku anzugucken und da dachte ich, ach du Scheiße, das werden ja keine Menschen gebaut haben. Was steckt dahinter? Die Wissenschaft hatte keine Erklärung dafür, woher dieses Wissen und diese Kräfte kommen. Die Steinblöcke hatten, wo Steinblock eine Tone, ja, und die hatten da eine Technologie, das können wir bis heute nicht nachbauen. Und jetzt habe ich es in der Bibel gelesen, dass zu diesen Zeiten zum Beispiel eine Art, ja, oder ich sage es mal straight, die Nephilim gelebt haben. Und genau zu dieser Zeit wurden auch diese ganzen Tempel und Weltwunder gebaut. Und die Wissenschaft kann es nicht erklären, wie sowas zustande gekommen ist, ja, oder in Peru auf diesem Berg, Machu Picchu. Und wenn man jetzt nachzieht, wer die Nephilim ist, das war so der nächste Step. Das ist voll aufregend. Die Bibel sagt, dass die gefallenen Engel sich mit den Frauen auf der Welt gepaart haben. Damit klingt ein wenig krass. Dann dachte ich mir, warum machen die das? Und die wussten schon damals, wer kommen wird und die Menschen retten wird und wollten jede DNA verschmutzen. Und aus diesen Kindern sind die Nephilim entstanden. Das waren eine Art Riesenmenschen. Ja, ganz, ganz viele Beweise und Dokus dafür, archäologische Funde. Und die haben all diese Tempel, diese Weltwunder errichtet, wo sie Baal angebetet haben. Weil Baal ist ja auch wieder nur ein Deckmantel vom Teufel. Oder mehrere Namen hat er. Welzebund und so weiter. Und dann denke ich mir, die wussten ja schon, die wollten jede DNA verschmutzen mit dieser dämonischen DNA von den gefallenen Engeln. Und dann dachte ich mir, weil wir lernen ja in der Schule, wie grauen am Gott ist, angeblich. 0,5 Prozent der Bibel, wo er halt sicher aus gutem Grund so handeln musste. Und das erklärt dann, warum er die Sintflut tatsächlich machen musste. Weil diese Nephilim waren weltweit verbreitet. Ja, und es musste eine Erneuerung der DNA geben. Und Noahs DNA war, glaube ich, sogar die einzige Kline, er und seine paar Leute. Ja, also es war nicht nur einfach, weil die Menschen in übelste Sodomie, Polygamie reingeraten sind. Schlimmer als jetzt, schlimmer als jetzt, weltweit. Plus die Nephilim. Und da gibt es echt coole Dokus drüber, wenn man die mal, die Riesenmenschen Nephilim, so. Ja, und dann zeigt die Bibel zum Beispiel, so wo ist die Arche Noah hin platziert oder gelandet, auf dem Berg Ararat. Dann habe ich gesehen, gibt es über das Belege. Und über das finde ich dann auch Belege. Natürlich. Dann sieht man die Wissenschaftler auf diesem Berg in der Türkei, wie es in der Bibel steht. Und, und, und. Also ständig die ganzen biblischen Geschichten werden vom Staat irgendwie geheim gehalten. Warum ist es kein Tourismusort? Sodom und Gomorra besuchen die Menschen, die davon gehört haben. Eine verschmolzene Stadt zum Beispiel, wo man sieht, dass diese Stadt in Schwefel verbrannt wurde. Oder die Salzsäule irgendwo auch. Also sehr viele biblische Geschichten, was ich sagen will, sind auffindbar, bewiesen, aber geheim gehalten vom Staat. Und jetzt kann man da wieder, wenn man sieht in der Bibel die ganzen Storys, der Staat oder diese religiösen Führer wollten schon immer Gottes Volk vernichten und geheim halten. Ja. Verfolgen. Und. Ich komme jetzt gleich wieder, ja? Ja, Moment. Ja. Ich komme jetzt gleich wieder, ich komme jetzt gleich wieder, ich komme jetzt mal 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 wieder Untertitelung des ZDF, 2020 So, Dr. Sheer Rav Amir, es wieder da. Shaky shakes, the shakes of the shakes. Shaky shakes, the shakes. Shaky shakes, the shakes. Shaky shakes, the shakes. Shaky shakes, the shakes. An unsere gesegneten Brüder. Weil diese Muslime ihre eigenen Frauen unter Druck setzen. Ja, das war es. Das ist es. Das ist es, Senat. Du lebst in einer Lüge, mein Lieber. Du lebst in einer Lüge. Du wirst für alle Ewigkeiten bezahlen. Und zwar in einem Ort, wo du dann Schätan Hallo sagen kannst. Und seinen Dämonen. Absolut. Absolut. Ja, komm und mich ärgern. Das ist mein Lieber. Hörst du mich? Ich höre dich, Herr. Ja, was können wir dafür, wenn er wenig Geschlechtsverkehr hat oder mit Männer heiraten? Deswegen kommt ja kein Kinder bei so viele. Und bei uns vier Frauen, 18 Kinder, 18 Kinder. Ja, aber der Herr Jesus, mein Lieber, der Herr Jesus Christus hat ja gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Du siehst also, wenn Christen nicht darauf hören, dann können wir, haben die Christen, haben die, hat der Herr Jesus keine Schuld, sondern die Christen sind da schuld. Hörst du mich auf Jesus? Zum Beispiel, viele Christen werden entweder mit Frauen heiraten oder Männer mit Männern. Ja, aber das waren doch keine Christen, du Wahnsinniger. Wann das Christen? Doch, viele Christen. Guck mal, selbst der Präsident da im Parlament hat sogar einen Mann geheiratet. Und jetzt sind christliche Länder, ja, was denn jetzt? Ja, guck mal, bei uns zum Beispiel, wir heiraten mit vier Frauen. Und wundere dich nicht, wie so viele Muslime auf die Welt kommen. Aber bei euch zum Beispiel, Frauen mit Frauen oder Männer mit Männern, was soll das? Ich weiß, habt ihr gehört, wie er gesagt hat, wir heiraten vier Frauen, siehst du? Er sieht darin gar kein Problem, weil sein Gott, ein Gott der Unzucht ist. Merkt ihr das? Das war nur metaphorisch gemeint, natürlich. In Deutschland ist es nicht erlaubt. Ja, okay. Ich meine, wundere dich nicht, wenn es zu viele Muslime gibt. Ja, okay. Sennat, du darfst bis zu vier Frauen haben. Dürfen noch mit vier Männern vier Männer haben. Nein, geht nicht. Das weiß man nicht, von wem, wer der Vater ist. Aber wenn ein Mann mit vier Frauen steht, dann weiß man, wer der Vater ist. Das ist nur einfach und logisch. Man kann also nicht herausfinden, wer der Vater ist von den vier Männern. Nein, mit vier Männer mit einem Haus schlafen ist problematisch. Sennat, hast du noch ein Gehirn, Sennat? Ist noch dieses Gehirn da oben am Funktionieren, Sennat? Doch, dank Deutschland habe ich es, diese Gehirne. Ich bin in Deutschland gekommen, habe mich so integriert und in Schule gegangen und so. Ich habe viel gelernt in Deutschland. Dankeschön, Deutschland. Du hast überhaupt gar nichts gelernt in der Schule. Wo, welche Schule warst du? Warum Schule? Warum? Ich beweist ja hier, dass ich eine Ausbildung habe, dass ich die Realschule fertig gemacht habe und dass ich ein Programmierer bin. Ein Programmierer bin. Alter, Schande auf denjenigen, der dich eingestellt hat mit diesem Auffassungsvermögen von einem kleinen Kind. Ey, ich schwöre dir, bei Heiligen, es war eine Mädchen vom Gymnasium bei uns und ich war sogar ein Praktikant, ich war schlauer als sie. Sie hat studiert, ich kam in Deutschland, als der Probe tat und ich war schlauer als sie, obwohl sie Leben lang studiert hat. Das kann doch nicht wahr sein. Hör auf, damit ich mein Rückgang kann. Wir sind doch schlau. Das kann doch nicht wahr sein. Das versteht dich denn als Programmierer ein. Du bist doch nicht wahr sein, kleinste Dinge, kleinste Zusammenhänge zu verstehen. Wie willst du denn komplexe Themen wie Programmieren zu machen? Wieso kannst du einem Propheten folgen, der, du weißt doch was gemacht hat? Guck mal bitte nur ganz kurz. Du hast letztens in deinem Video gesagt, die Frauen werden im Islam nicht gut behandelt. Aber in Sirus 26, Vers 25 steht, dass die Frauen sollte man wie einen Hund behandeln. In was? Jesus Siruch, Kapitel 26, Vers 25 steht, die unverschämte Frauen sollte man wie eine Hundin mit denen umgehen. Wie eine Hund. Du zitiest gerade ein Apokryph, ne? Trotzdem ist es in der Bibel. Das steht wirklich in der Bibel. Wie heißt das doch mal? Also guck mal, ich muss dich perfekt ausprechen. Das ist Siruch, oder? Siruch? Ja, wie heißt das denn? Du bist doch Bibelexperte. Siruch. Entschuldigung, Sirach meine ich. Sirach, 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 ja. Sirach, genau, Siruch. Was ist Siruch? Sirach, genau, das ist ein Apokryph. Sirach, Entschuldigung, Jesus Sirach. Das ist ein Apokryph, das ist eine Fälschung, mein Lieber. Aber ist die Bibel doch falsch? Nein, du zitierst aus einem Apokryph, was später als Fälschung entlarvt wurde. Was heute im Koran gelandet ist. Beispielsweise das Thomas-Evangelium. Du siehst doch, dass der Isa aus Leben einen Vogel formt und darin Leben einhaut. Er macht also dasselbe wie Allah. Sein Juh haucht er ein, richtig? Nein, Gott hat ihn erlaubt. Und wenn Gott etwas erlaubt, kannst du alles machen. Das steht mit Gott jetzt erlaubt. Nein, Gott hat ihn erlaubt, einen Partner zu haben, richtig? Der macht genau dasselbe wie Allah. Hey, wenn Gott mir jetzt erlaubt, ich kann wirklich einen Hauch mit meinen Händen hochheben. Wenn Gott mir erlaubt. Kein Problem, aber Jesus macht ja genau dasselbe. Sein Hauch ist genau derselbe Hauch wie von Allah. Nein, wenn der Prophet den Mond gespaltet hat. Nein, nein. Wo haben wir denn den Mond gespalten? Natürlich. Senat, wo ist deine Arbeitsstelle? Ich muss da hinkommen und meine Schuhe ausziehen und dein Arbeitgeber ein wenig auf seinen Koffer und dass er dich eingestellt hat. Weißt du das, dass die Arbeitsgeber ohne uns nicht erfolgreich haben? Kein Erfolg, Senat. Mit deiner Power und deiner Stärke und deinem Gehirn. Wir gehen alle weg aus Deutschland. Guck mal, wir gehen alle weg aus Deutschland. Okay, wir gehen alle weg aus Deutschland. Alter, du hast in Deutschland kein Kebab mehr, kein Macaroni mehr, kein Kartoffeln. Du hast nur Kartoffeln in Deutschland. Habt ihr gehört, wenn ich das lieber rausgehe, gibt es kein Kebab, keine Dings, kein Döner, kein gar nichts mehr. Wow. Das ist also eure Erwundschaft. Döner, ne? Döner und integrierte Dönerhaltung in BMW 3er. Das ist Errungenschaft. Das ist erinnert. Ey, ganz ehrlich. Stell dir vor, geh mal nur in den deutschen Markt, ja? Nur in den deutschen Markt. Da siehst du Spätzle, ja? Da siehst du Kartoffeln. Und stell dir vor, jeden Tag musst du Spätzle und Kartoffeln essen. Aber was siehst du bei den Ausländern? Siehst du alles Mögliche, ne? Alles Mögliche. Und deswegen, man darf nicht sagen, ey, Ausländer raus, aus Deutschen und da. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten. Ja, aber wie willst du denn zusammenarbeiten, wenn du eine Religion folgst, Renat? Hör mir mal zu. Wie sollen wir denn miteinander koexistieren, wenn dann Allah zu dir sagt, wir kämpfen gegen die Juden und die Christen, bis sie an Allah glauben? Wie geht denn sowas? Wie können wir zusammen koexistieren? Du musst jetzt mal gucken, das ist Vergangenheit. Was die damals mit denen gemacht haben, sollen wir das auch machen? Genau so wie zum Beispiel... Warum lügst du so, Senat? Warum lügst du so? Nein, ich lüge nicht. Ich höre doch raus, dass du eigentlich ein guter Junge bist. Du bist ein normaler Muslim. Du hast nicht so viel Ahnung von Islam. Du hast hier und da mal ein bisschen was gelesen, okay? Aber du kannst doch gerne mal den Tafsin von Ibn Kathir aufschlagen zu suchen, 9 Vers 29. Dann siehst du doch den Wahnsinn. Okay, guck mal nochmal. Ich zeige nur ganz kurz. Zum Beispiel, der zweite Königin steht auch, dass die Frau damals ihren Sohn gekocht hat und gegessen hat. Das ist nur eine Geschichte. Ich rede jetzt, wenn du kommst mit Birnen. Bitte, hör auf, sonst muss ich wieder auf deinen Fohen. Eine Geschichte, was damals sie nicht Muslime mit Muslimen gemacht haben? Senat, bitte, hör auf, deine eigene Religion, also zu lügen über deine Religion. Du siehst, das gibt es nicht, Senat, Senat. Du bist doch ein Sunni-Muslim. Du bist doch ein sunnitischer Muslim. Darfst du den Koran selber interpretieren? Ja oder nein? Wir dürfen selber nicht interpretieren, aber wir haben Verstand bei Gott. Danke schön. Habt ihr das gehört, die Lieben? Nein. Ein sunnitischer Muslim ist nicht erlaubt, den Koran selber zu interpretieren. Senat, bist du damit einverstanden, wenn ich zum Beispiel die vier größten Mufasserien zitiere, wie Ibn Kathir, Al-Kurtubi, Al-Tabari, Al-Janalein, dass du ihnen glaubst... Weißt du, was das Problem ist? Du zitiest, aber dein Herz ist versiegelt. Du verstehst nicht. Weil Gott sagt, deren Herzen sind versiegelt. Deren Augen sind blind. Deren Herzen verstehen nicht. Das ist das Problem. Wenn ich den Tafsir vorlese, ist mein Herz auch versiegelt. Du verstehst nicht. Du liest nur Kontexte. Aber nicht die Geschichte. Leute, alle eure Herzen sind versiegelt. Alle eure Herzen sind versiegelt und wir haben alle keine Ahnung, wenn wir ein Tafsir lesen. Das kannst du keinem erzählen. Du liest, aber du verstehst nicht. Es gibt Unterschied zwischen Lesen und Verstehen. Und du verstehst nicht. Kein Problem, Senat. Der Ibn Kathir sagt zu Surah 9, Vers 5, das ist ein allgemeingültiger Vers und der ist auf jedem Platz der Erde anwendbar. Was versteht man darunter nicht? Wenn das jetzt allgemein, allgemeine Vers ist, wo hast du bitte gesehen, dass wir das mit euch machen? Ich habe viele Christen bei mir. Die Polizei würde mich doch aufhalten, Mann. Nein, nein, wirklich. Du verstehst nicht. Senat, dein Gehirn ist am Ende. Senat, dein Gehirn ist am Ende. Ich merke das doch mal. Nein, 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 stimmt nicht. Guck mal. Ich, Senat, als Moslem arbeite in einer christlichen Firma und ohne uns kommen die nicht weiter. Wirklich. Ohne euch kommen die 10 Millionen von weiter. Wir haben Qualität, wir haben Qualität, wirklich. Wir haben Qualität, die Muslime arbeiten Qualität. Ach, shit. Qualität, ja, das ist eine sehr gute Qualität. Noch mehr bitte von dieser ganzen Qualität hier reinlassen. Sehr gute Qualität. Aber wir sagen Bismillah und was mit Bismillah anfängt, hat Segen. Deswegen haben die Firmen so viel verdient und so viel Umsatz. Ja. Doch, wirklich. Als Mohammed gesagt hat, wenn ihr mit euren Frauen den Verkehr habt, dann sagt Bismillah, richtig, im Namen Allahs, richtig? Weil sonst kommst du nicht da an und macht ein wenig mit euch im Bett, richtig? Nein, das hat er nicht gesagt. Wenn du mir die ganze... Okay, wenn ich dir das zeige, verlässt du den Islam? Ich verlasse den Islam, wenn da nur Bismillah steht. Da steht was anderes auch, nicht nur Bismillah. Doch, Mohammed hat gesagt, bevor ihr Verkehr habt mit euren Frauen, sagt Bismillah. Weil wenn ihr das nicht sagt, weil wenn ihr das nicht sagt, Senat, hörst du zu und hör auf in mein Wort rein zu quatschen. Wenn ihr das nicht sagt, so wird Satan mit euch eine Dreier machen. Dreier-WMW. Wenn du mir das zeigst, dass da nur Bismillah steht, ich werde Christ, okay? Okay, warte. Und du bist Moslem, okay? Und du bist Moslem, okay? Haben die das gerade gehört? Und du bist Moslem, okay? Und du bist Moslem, okay? Na, ich werde niemals Moslem, aber ich zeig dir das jetzt. Ja, komm, mach mal den. Da steht nicht nur Bismillah, da steht was anderes noch weiter. Ja, okay, siehst du, er hat das gerade zugegeben. Da steht nicht nur Bismillah, sondern auch was anderes. Aber steht dort Bismillah? Guck mal, wie dumm du bist. Weißt du, nein, weißt du, du hast nur aus Kontext rausgeholt. Aus Kontext rausgeholt. Da steht nicht nur Bismillah. Ich dachte, da steht überhaupt nicht Bismillah. Guck mal, du wirst du... Senat ist am Ende. Senat. Blamage vor die ganzen Leute. Nein, warum? Senat Blamage. Weißt du, was passiert? Jetzt gehen wir mit der Schaffung. Ich zeig dir, was passiert. Ich zeig, was passiert. Das steht, Bismillah. Aber du hast doch gerade eben gesagt, dass er nicht Bismillah steht. Nein, ich habe gesagt, nicht nur. Nicht nur, habe ich gesagt. Nein, ich habe gesagt, wenn er Bismillah steht, dann verlasse ich den Islam. Ich habe gesagt, wenn er nur... Und danach hast du dich korrigiert. Nein, nein, ich kenne das, bevor du geboren warst. Du kennst überhaupt gar nichts, ey. Du weißt doch nicht, wenn du diesen Satz nicht sagst, dass der Schätan sich um dein P.I.N.I.S. Nein, das geht nicht. Es geht um eine... Okay, was macht der Schätan? Was macht der Schätan, wenn das nicht passiert? Es geht darum, dass du Schutz vor dem Teufel suchst, damit das Kind dann ein rechtschaffenes Kind wird. Okay. Weil wenn du sagst, Bismillah, dann hast du eine... Bei uns, wir glauben daran, dann hast du eine Gewand zwischen dir gesetzt, damit die Dämonen dich nicht sehen. Ach so, aber warum hat dann Mohammed von Schätan einen Fersen in den Mund gelegt bekommen? Ich dachte, da ist es dann nämlich... Schätan, Schutz, 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 Schutz. Ja, Schutz. Warum hat dann Mohammed keinen Schutz gehabt vor schwarzer Magie und so? Schutz. Guck mal, Gott hat gesagt, ich habe euch erschaffen, um euch zu prüfen. Und auch der Prophet war ein Mensch, der geprüft worden ist. Auch die andere Propheten wurden geprüft. Aber da steht im Koran nur über die Abgeirrten. Nur über die Verwirrten. Darüber hast du Macht, Schätan. Also mit anderen Worten, ist Mohammed ein Abgeirrter? Nein. Guck mal, jeder Prophet wurde geprüft. Jeder Prophet wurde geprüft. Also Abgehört zum Beispiel bist du und der Teufel hat Kontrolle über dir. Weil du zum Beispiel nichts über Islam weißt und du redest über Islam. Okay. Das ist erstmal eine Abbildung. Wenn aber dein Gott sagt, über meine Diener hast du keine Macht, du hast nur Macht über die Abgeirrten, hat dann Satan Macht über Mohammed? Nein, das bedeutet, er kann sie nicht dazu bringen, Schiff zu machen, das aus Religion rausgehen, wie dich. Also sich hat das zugebracht. Wenn der Senat die Macht hat, deinen Propheten Koran-Fersi zitieren zu lassen, willst du mir dann sagen, dass das einfach nur kein Schutz ist von Allah oder wie? Nein, du musst nur noch eins verstehen. Der Teufel wurde erschaffen, um uns zu einflüstern. Und Gott sagt, jeder Propheten Koran-Fersi machen Fehler. Senat, Senat, dein Gott sagt in Surah 15, Vers 39 bis 44, da ist das Gespräch zwischen Satan und Allah. Da sagt dir Allah, okay, kein Problem, du hast die Möglichkeit, alle Menschen zu verführen, außer meinen Dienern, den Gerechten. Du hast nur Macht über diejenigen, die dir folgen und die Abgehörten. Ist Mohammed ein Abgehörter? Warum? Weil der Teufel wollte, dass niemand an Allah glaubt. Aber ein Diener Allahs kann Sünden machen. Er kann Sünden machen. Ist Mohammed ein Abgehörter? Oder was ist er in dem Moment, wenn Satan Macht über ihn hat? Er ist keine Abgehörter. Sünden können uns auch Diener Allahs passieren, aber keine Schilke. Warum hat der Teufel Macht über deinen Propheten, obwohl dein Allah sagt, nur über die Abgehörten hast du Macht? Du verstehst eins nicht. Wie verstehst du das nicht? Habt ihr das gesehen? Ich verstehe das nicht. Nein, ich sage dir, der Teufel kann uns auch einflüstern, Diener Allahs, aber der kann uns nicht dazu bringen, dass wir Islam verlassen wie dich. Das ist ein Prophet, den er schützt man. Raffst du das nicht? Er meint damit, nur die Leute aus Islam rausbringen, wie dich. Nur wie dich. Wenn du mal ein Diener warst, du stehst mal die Spanne in den Typen, ohne Spaß. Das Problem ist, du verstehst nicht einfach. Das ist dein Problem. Jeder versteht das außer du. Allah sagt im Koran, über meine Diener hast du keine Macht. Ist Mohammed nicht der Diener von Allah? Warum hat Gott das gesagt? Ist Mohammed nicht der Diener von Allah? Nein. Guck mal jetzt, das kann nicht wahr sein. Eindeutig, dann ist Mohammed nicht der Diener von Allah. Weil über meine Diener hast du keine Macht. Zure 15, Vers 39 bis 44. Alle könnt ihr es nachschlagen. Der Koran ist so ein widersprüchliches Buch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie der drum herum reden will. Zure 22, Vers 52, tafsiert Al-Jalalayan. Schlagt das nach. Und ihr gebt mir alle recht. Satan hatte die Macht über Mohammed. Das ist ein Desaster. Ich sehe schon mal das, Gut. Ich hätte uns mit dem Schöngeräusch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe meine Religion infrage gestellt, habe mich eines Tages damit auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass der Islam überhaupt nicht die Wahrheit ist und nur Lügen verbreitet über die Bibel. Ich habe angefangen, dann die Bibel zu lesen, mir Debatten anzugucken, Eigenrecherche zu betreiben und habe herausgefunden, dass die bestbezeugtste und bestbehützte Geschichte der Antike die Kreuzigung ist. Wenn jemand behauptet, dass Jesus Christus nicht gekreuzigt ist, er ist ein Lügner und ein Hochstapler und man sollte ihm überhaupt nichts Glauben schenken. Und das sagt der Koran in Suche 457, ihr habt ihn weder gekreuzigt noch getötet, es erschien ihn nur so. Und wenn wir dann weiter nachforschen, sehen wir auf einmal, dass Allah der größte Betrüger aller Zeiten ist, der jemanden ähnliches wie Jesus ans Kreuz schlagen lässt und alle Beteiligten betrügt. Und es so aussehen lässt, als würde Jesus dort hängen. Und er wartet dann 600 Jahre und bringt auf einmal irgendeinen Propheten und sagt, Jesus war heute wohl nicht gekreuzigt, das war nur jemand mit Ähnliches. Das ist ein Lächerlichkeit, kaum zu überbieten. Ja, Bruder, jeder, 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 jeder hat auch seine Meinung, Leute. Also, falls ihr verurteilt, seid ihr genauso schlimm wie er, ne? Ja. Das ist eine Lösung. danke wie lange willst du noch diese ganze spaltung jesus christus war ja auch kein spalter der ist auch gekommen um frieden zu bringen und die spaltung er ist nicht gekommen um zu trennen er ist gekommen um zusammenzubinden das falsche mit dem schlechte mit dem guten zusammen zu mixen das war er das war der salom aleichem salom aleichem meine lieben und ein salam aleichem ja ich habe was mitbekommen der ist noch nicht mehr dieser der typ sagt ich bin programmierer aber krieg nicht hin die kleinsten zusammenhänge zusammenzufügen und das ganze so programmiert amiga amiga computer von 1990 89 amiga 500 bei apple bei apple programmierte amiga in amerika in usa in silicon valley bei apple da haben die dem einen amiga gegeben damit er den repariert damit er diese keys wieder zusammenklebt das programmierer von apple selbst wenn er das wäre man ist trotzdem also es gibt leute die sind einfach mathematisch gut aber sonst raffen die nichts im leben das ist das eine hat damit nichts zu tun intelligenz ist ja vielfältig die grundlage der intelligenz ist ja das wort intelligenz kommt ja von den zwei latanischen wörtern inter und legere das bedeutet zwischen zwei dingen wählen oder zwischen zwei dinge unterscheiden also intelligenz die grundlage die basis der intelligenz ist eigentlich unterscheidungsvermögen differenzierungsvermögen dass du die dinge sauber konkret auseinander hält und differenziert und nicht alles zusammen mich also dummheit ist wenn jemand nicht differenzieren kann das ist die grundlage der intelligenz ich war ungefähr sechs monate drin da bin ich ins krankenhaus dein gläubiger bruder mensch im glauben mein gläubiger bruder ja guck doch mal das profil man kennt mich nicht mehr ich guck mal ich habe mich entfolgt alles gut als neues account was ich habe ok wer bist du denn ich kenne dich trotzdem nicht ja hast du bestimmt vergessen naja mir mach weiter so also egal was passiert du ich bin voll hinter dir mit gebet mit allem drum und dran ja weil unser herr jesus christus hat uns was mitgegeben er hat gesagt geht hin und verkündet aller kreatur jedem das evangelium und du machst das richtig klasse ist klar natürlich wenn man angefestet aber ich sagte ganz ehrlich du bist ein ein richtiger missionar du bist ein richtiger evangelist richtig mach weiter so mein bruder weil ich war auch ex muslim und ich krieg sehr gutes feedback wenn ich dir zuschaue weißt du ja dich auch mein bruder vor allen dingen ich weiß wie schwer es ist wenn man den herrn sein wort rüber bringen will ich meine ich weiß dass der heilige geist zwar mit einem immer ist aber der teufel du weißt selber wieder unseren herrn immer versucht hat ja gerade als er den geist empfangen hatte wurde er direkt versucht und das ist bei dir genauso das weiß ich aber du wirst auch sehr viel unterstützt mit gebet das weiß ich ja und das schöne und das schöne jetzt was ich bei dir sehe dass du immer ich mein gut wir sind manchmal auch im fleisch ich kann nicht sagen dass wir immer im geist ist das wäre gelogen ja aber du bleibst trotzdem in der sache sachlich ja und du gibst argumente die man nachlesen kann und ob es oder ob es in unserem wort ist ja und damit kommen viele nicht klar weil die wissen ganz genau wenn sie nämlich darauf eingehen was du sagst dann muss jetzt stimme weil du kennst dich damit aus so und dann lesen sagt und dann auf einmal drücken sie weg oder sie schämen sich wie vorhin der hat gar keine ahnung gehabt ja und darum geredet hat man ja gemerkt ich habe ihm gesagt allah sagt doch eindeutig im koran dass er dass dieses gespräch mit satan am führen ist und er sagt zu satan über die über meine diener die mir folgen und die zu mir gehören hast du keine macht nur über die abgehörten über die hast du macht und dann sieht man auf einmal der satan den mohammed kontrolliert hat und die koranwerte zitieren ließ das ist eine katastrophe ist das ja das richtig gut aber trotzdem aber wie gesagt das ist das unwissen oder er liegt er gut hat muss er selber wissen aber aber ich habe eine frage an die ich ja wo ich habe gestern einen anderen gläubischen bruder da gefragt drüber und ich habe auch mehrmals darüber gebetet aber ich habe darüber noch keine erkenntnis also ich habe zwar erkenntnis darüber bekommen aber ob das meine ereignis oder nicht deswegen wollte ich fragen könnte ich das mal fragen ja als unser herr jesus christus von unserem täufer johannes getauft wurde ging der himmel auf und er hatte den heiligen geist in der form von der traube empfangen richtig ja und dann ist er direkt danach für 40 tage und 40 nächte in die wüste und wurde dann vom teufel versucht als er ihm sagte sonst den stein zu brot machen und da sagte er der herr wenn du sagte der teufel er zu ihm wenn du gottes sohn ist dann macht diesen stein zu brot und da sagte er der herr in der schrift steht aber dass der mensch nicht nur vom brot alleine lebt sondern von jedem wort was dem herrn gegeben wird also was vom herrn gegeben wird so das zweite als er ihn mit auf den tempel nimmt und zu ihm sagt wenn du gottes sohn bist dann schmeiß dich doch vom tempel runter dann wird gott der engel senden dass du dir den fuß nicht verletzt dort sagt doch eigentlich jesus du sollst deinen gott deinen vater nicht versuchen also in dem moment wird doch jesus versucht da sagt er gerade ich bin gott oder nicht ja habe ich auch so gelesen wie du ja ja stimmt dass der herr zu ihm sagt du sollst deinen herrn deinen gott nicht versuchen also sagte sagte doch da ausdrücklich dass er selber gott ist oder nicht mit unter anderem aber er zitiert auf dem psalm das ist ja du sollst den herrn deinen gott nicht versuchen okay 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 du musst also immer berücksichtigen wenn der herr etwas sagt zitiert er auch immer die psalmen auch wenn er zum beispiel eine kreuzigungsszene mein gott mein gott warum hast du mich verlassen siehst du immer wieder zitiert der herr aus psalmen immer wieder immer wieder damit die prophezeiung erfüllt werden okay okay armin ich danke dir ich danke dir von ganzem herzen um dich auch und ich werde weiter für dich beten und mach weiter so ist egal was kommt du machst genau das was der herr von uns verlangt von uns christi wir müssen wach werden wir müssen wach werden die gemeinde dürfen nicht mehr weiter schlafen wir müssen weitermachen weitermachen so wie der herr uns das gesagt hat die gemeinden die gemeinden sind da irgendwie sonntags sich ein kaffeekränzchen machen während eine andere religion behauptet die letzte offenbarung gottes zu sein jesus ist nur ein prophet es gibt keinen sohn gottes jesus wurde nicht gekreuzigt und das nehmen wir einfach so hin es ist eine schande hier was die abgeht ja sind am schlafen viele gemeinden am schlafen der boden der ist richtig hart wir müssen beten und den durchbruch machen wir müssen segenregen drüber bringen das ist das eine gebetskette machen an alle leute hier die jetzt zugucken diese 400 leute alle christen alle die da sind gebetsketten jeder im gebet mitmachen wir müssen das durchkriegen also der heilige geist soll das natürlich machen okay ich danke dir ja ich gehe raus danke dir auch mein bruder ja viele leute kommt zum glauben deine wenigkeit meine wenigkeit gott sei dank ist der herr jesus jetzt in der letzten zeit hatte uns auch in den in kampf geschickt um auch noch mal so viele wie möglich dann halt du bist sehr leise auf einmal also ist dieser priester der herr jesus christus hat uns zu priester und auch sehr eingesetzt so ist das so wie viele exakt ist schon super wir haben 184.000 schon super ihr lieben komm 3 2 1 jetzt alle zusammen jetzt so ist es wie viele die 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 Das liegt für Parello. ich denke er ist er wird gerade vorbereitet ist eine abschiebung ja also wenn die polizei staatsschutz meine kollegen vom staatsschutz könnt ihr bitte das lied time to say goodbye für ihn anmachen und eventuell meine stimme dann einbauen barello pasta barello time to say goodbye selbst aus albanien kann er keine internetverbindung aufbauen dann hat er wieder seine follower sagen ja meine liebe bei dir steht ex muslim finde ich erstmal sehr gut das findest du gut ja das finde ich nicht gut super weil das nicht einfach ist da rauszukommen ja ich weiß jetzt nicht ob du gewechselt hast so was anderem aber ich will einfach hier ein sagen leute distanziert euch von dem islam nennen wir mal ein beispiel warum man sich vom islam distanzieren sollte was einen guten satz gesagt aber jetzt musst du auch ein ein plausibles ein plausiblen grund geben warum man den islam ablehnen sollte okay dann aber warte ganz ganz kurz so lange singe ich noch mal weiter für euch so ich muss immer wieder darüber nachdenken wie vorhin ja aber das ist das wenn du krebs vorzeutscht und so ja ich höre dich hallo ja jetzt bin ich da sorry ich muss in einen anderen raum gehen muss mich ja nicht jeder hören ja also ich muss sagen ich wusste nicht was vor paar wochen was im koran steht ich bin selber jüdisch ich wusste nicht also ich bin jüdisch ich wusste nicht das wurde dann gesagt da gibt es so leute die erzählen was im koran steht die haben mir das dann erklärt dass da sehr viel und steht man hört sich abgehakt meine liebe ja du musst bitte dahin gehen wo du guten empfang hast besser ja 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 jetzt höre ich gar nichts mehr ich verstehe dich nicht du hast schlechte besser ja jetzt wieder besser ja 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 doch ey das kann doch nicht wahr sein dann geh wieder dahin wo du vorher fahrst geh wieder in den raum rein Okay warte warte Vielen Dank. Oh, was ist denn jetzt da los? Ich verstehe hier gar nichts mehr. Ist er? Ja. Ah, okay. Du bist wenigstens da. Ich bin immer da, wenn Not am Mann gebraucht wird. Wenn man mal Not am Mann hat, bist du immer da. Wenn ihr Not braucht am Mann, ich komme Not bringen. Ja, heftig. Ja, aber nochmal darauf zurückzukommen. Du hast einen sehr guten Punkt gebracht mit der Intelligenz, dass das dich aus zwei Wörtern ableitet. Inter und legare oder was? Was war das? Ja, genau. Inter legare. Das bedeutet zwischen zwei Dinge wählen oder zwischen den Dingen unterscheiden. Also können wir mit anderen Worten sagen, dass Senat nicht intelligent ist, weil er keinen Auffassungsverbind hat. Jetzt gibt es natürlich Stufen. Es gibt Leute, die können auf höchstem Niveau analysieren und differenzieren. Es gibt Leute, die haben auf mittelmäßigem Niveau oder halt auf unterstem Niveau. Aber eine gewisse Intelligenz hat jeder so ein bisschen. Nur halt nicht sehr intelligent, wenig intelligent, Mittelintelligenz. Hört ihr mich? Zum Beispiel du hast den untersten Intelligenz an mir. Ja. Leute, hört ihr mich? Ja. So. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich habe zu dir gesagt, was ist denn, nenn mir mal einen Grund, warum man den Islam ablehnen sollte. Okay, also es gibt ganz viele Gründe. Erstmal, da sind Versen im Koran, wo gesagt wird, wenn man einen Jude sieht, dann mit diesem Stein und mit diesem Baum, der Baum und der Steine spricht und man sollte die töten, dann werden wir... Ich habe solche Wörter hier, bitte nicht benutzen. Okay. Und dann gibt es noch ein Vers, wo steht, dass wir Affen sind und Schweine. Ich glaube, da sind auch die Christen mit dabei. Und ja, abgesehen von der Scharia, muss ich da nicht viel sagen. Also, wer vom Islam raus möchte, wird getötet. So sagt das die Scharia. Ja, ich muss dich leider raus. Du hast jetzt völlig viele Wörter gesagt. Du hast nicht darauf, du hast nicht aufgepasst, dass du diese Wörter nicht sagst. Was sagst du? Komm später nochmal. Ja, das ist das Problem. Wir selber können diese Wörter nicht mehr hier sagen. Wir müssen immer umgehen. Weil das System ist so, ähm, so, äh, darauf eingestellt. Sobald du sowas sagst, sofort wird das gesperrt. Und letztes Mal habt ihr ja gesehen, dass der eine beleidigt hat und ich überhaupt nichts gemacht habe und ich wurde gesperrt. Warte, 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 warte. Okay. Ja, bitte, bitte. Doch nicht. Aber ganz viel. Der Herr schützt die Israel. Natürlich Israel ist ein Augapfel. Der Israel verflucht, der sein verflucht, sagt die Bibel. Wir dürfen als Christen niemals Israel verflucht. Niemals. Das ist das Spitzende. Das ist Alarm und Jesus. Aller mein lieber Gott segne dich an deine Familie. Und wenn ich auch. Ich möchte, ich möchte kurz meine Stimme dafür nutzen und gegen, ich glaube, ich soll die Arabien sagen. Oder ist es auch verboten? Ey, Saudi-Arabien kannst du sagen, aber du darfst dieses TÖ, sowas darfst du nicht sagen. Okay. Oder einfach nur Nackentherapie oder was weiß ich. Ich mache irgendwie sowas. Hauptsache, die Stimme gehört doch nicht. Okay, perfekt. Dann will ich mal kurz eine Offenbarung gegen Saudi-Arabien mal kurz loswerden. Das weiß eigentlich kein Mensch, ne? Die machen ja alle auch Forgers und keine Ahnung was. Aber insgeheim haben die Affären mit kleinen Kindern. Und warum ich das sage, weil ich einen Cousin habe, der da lebt, der im Taxi war. Und der Typ am Taxi am Fahrer, am Steyr, meinte zu ihm, komm, lass mal zur Wüste fahren. Ich zeh, die machen ein bisschen Sport da. Was? Ich hab gar nichts gecheckt. Hast du nicht gecheckt? Nee, hast du einen Witz gemacht, oder was war das gerade? Ja, das war ein Witz. Also es ist ernst gemeint eigentlich. Also ich hab das, glaube ich, gar nicht so richtig mitbekommen. Sag mal bitte nochmal. Also. So, ich glaube, die meisten Muslime denken, dass Saudi-Arabien so ein Vorbild für die sind. Bleib bitte am Telefon, nicht weggehen, sondern ganz nah an deinem Mund am Telefon, bitte. Besser? Ja, also immer so nah wie möglich am Hörer bleiben. Und nie irgendwie den Kopf wegdrehen, sondern immer nur ins Telefon reinreden. Ja, perfekt. Und zwar nehmen ja die meisten Muslime Saudi-Arabien als Vorbild und denken, dass da die größten Orgers keine Ahnung was sind. Aber in echt sind es die meisten Pädophile. Warum ich das sage? Weil ich selber da verwandt habe, die da leben. Und ich hab einen Cousin gehabt, der im Auto drin saß, im Taxi, beziehungsweise. Und der Fahrer hat erstmal so einen fetten Bart und der meinte zu ihm, komm, lass mal zur Wüste fahren und ein bisschen Sport treiben. Ach du Scheiße. Was bist du denn? Bist du Muslim? Chris, was bist du denn, Abdel? Ich bin Handel Jesus Muslim. Handel Jesus Muslim? Ja. Du sagst, Handel Jesus Muslim. Ich sag auch, Lele Allah, Isa, Rasulullah. Hä? Und bist Muslim? Nein, Spaß, ich bin Christ. Also, ich wollte schon sagen, willst mich verarschen, aber hör auf damit. Sonst, ich bin noch letztes Mal reingekommen, habt ihr? Nee, komm, hör auf mit dem Zeug, da hole ich jemanden anderen rein. Salam Aleikum, Brüder. Einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Bitte lauter sprechen. Salam Aleikum, Habibis. Einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Gott sei Dank dir und deiner Familie. Vielen lieben Dank, Bruder. Ja, also ich habe mal ein bisschen eure Gespräche verfolgt, Brüder. Ich muss dazu sagen, ich bin Deutscher, bin konvertiert, war früher Christ, aber ich bin moderat, muss man klar sagen. Bei mir gibt es keine Bomben, bei mir gibt es keine Gewalt, bei mir gibt es kein Fitner. Sowas geht nicht. Wir sind alle Menschen, vor Gott und Allah sind wir alle gleich, egal wer, woher kommt, egal welcher Hautfarbe. Darf ich dir eine Frage stellen? Aber natürlich, Bruder, bitte. Im Koran steht in Surah 3, Vers 110, ihr seid die beste Gemeinschaft, die Gott jemals hervorgebracht hat. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche. Du siehst also, dass dein Gott eine Unterscheidung macht zwischen Juden, Christen und Muslimen. Er sagt, ihr Muslime seid die besten. Nein, alle Menschen sind gleich, Bruder, egal welche Religion, egal welche Hauptfarbe. Ich habe dir gar nicht, das kann doch nicht wahr sein. Du sagst, alle Menschen sind gleich, aber in den Augen aller sind alle Menschen nicht gleich. Ich bin aber moderat, Bruder. Ich bin doch kein Radikaler. Ja, aber es ist mir egal, ob du moderat bist oder radikal, es ist mir völlig egal. Du musst auch das hören, was dein Gott sagt. Wir reden doch vom Glauben, Bruder. Ist das nicht dein Glaube? Doch, aber es muss doch nicht alles stimmen. Verstehst du, was ich sage, Bruder? Okay, ich danke dir für das Gespräch. Es muss nicht alles stimmen. Mieter mit Sohn. Genau so ist das. Genau dieses Auffassungsvermögen will ich hier. Es muss nicht alles stimmen. Wir können einfach jetzt so Larifari-Gespräch führen. Und ja, wir können das doch nicht so sehen. Und was soll das? Wo sind die ganzen Intelligenten hin? Die sind auch abgeschoben worden, oder was? Das Gehirn wurde abgeschoben. Time to say goodbye. Dieses Lied krieg ich auch nicht mehr raus mit time to say goodbye. Also das muss ich für den singen, ehrlich. Ist das echt nicht, ist das echt nicht. Hi, Moin. Hi, Moin. Hi. Und segne ich mit deiner Familie. Dir auch, danke. Das sind die typischen Shisha-Muslime. Im Koran steht es ganz klar drin, was du erzählt hast. Und der meint, nee, ich sehe das ein bisschen anders. Was soll denn die Scheiße? Ja, das ist das. Sie wollen ihren eigenen Gott korrigieren. Und sagen, nein, Allah, wir verstehen besser dein Wort. Du meinst das alles gar nicht so. Wir erklären das besser. Jesus Christ. Was ist los mit den Leuten? Die sollen mal aufmachen. Du machst einen ganz tollen Job. Super. Klasse. Weil du haust ja mit den Zuren raus und die stimmen ja auch. Und die verstehen das einfach nicht. Dass der Allah und das Gott nicht dasselbe ist. Und dass die die guten Dinge rausziehen und die bösen nicht. Was ist los? Ja. Ja, aber das erst mal zu raffen, das erst mal zu verstehen, ist ein hochkomplexes Thema für sie. Dass Allah nicht der wahre Gott ist, der sich in der Bibel geoffenbart hat, den Vater, Sohn, Heiliger Geist. Allein sich die Zeit zu nehmen, um das alles herauszufinden, wer Allah ist, woher der Islam kommt, wer Mohammed war, haben die 99 Prozent von denen überhaupt keine Lust darauf. Verstehst du? Die sagen einfach, Handel, ich bin Moslem. Anstatt sich hinzusetzen und dem Ganzen nachzugehen. Weil wenn die Leute das machen würden, glauben wir, wir hätten... Ja. Der Hammer. Man behauptet ja immer, dass die Medien uns verdummen. Und ich könnte jetzt sagen, ja, der Koran verdummt auch die Leute. Das ist ja genau dasselbe. Was die Medien erzählen, stimmt für die meisten und was der Koran stimmt, stimmt auch für 99 Prozent der Möchtegern-Muslime. Ja. Das siehst du. Ami, ich habe mal eine Frage zu mir. Ja, ich bin Christ. Ich bin starkglaubender Christ. Griechisch-Orthodox. Nee, das bringt auch nichts. Du bist nicht von neu geboren. Du weißt gar nicht, was das ist, oder? Na, dann klär mich mal auf, bitte. Ich habe einen gesunden Geist. Der Herr Jesus Christus verlangt von jedem einzelnen Menschen einmal in seinem Leben eine aufrichtige Buße und Bekehrung zu ihm. Das heißt, es muss einen Tag in deinem Leben geben, wo du dein Leben dem Herrn Jesus Christus übergibst und deine Schuld vor ihm bereust in einem Gebet. Hast du dies schon mal getan? Also ich war jetzt drei Monate lang in Jerusalem, habe for free gearbeitet, war auch in Masaba, wahrscheinlich kennst du das nicht, das strengste Kloster auf der Welt. Also, dass sie schon gut Buße tun, oder nicht? Das meinte ich nicht, dass du zu einem Kloster gehst oder zu einem Gebäude oder sowas. Gab es einmal einen Tag in deinem Leben, als du in voller Reue vor dem Herrn Jesus Christus zusammengebrochen bist? Und deine Schuld vor ihm bereut hast? Selbstverständlich. Klar, aber das war ja nicht nur ein Tag. Das kannst du ja immer wieder machen. Weil jeder Mensch macht ja viel, also auch. Ja, aber gab es den Tag, als du dein Leben dem Herrn übergeben hast und deine Schuld vor ihm bereut hast? Und ihn bewusst angenommen hast? Ja, definitiv. Du kennst ja das berühmte Gespräch. Du kennst ja das berühmte Gespräch mit Nicodemus und dem Herrn Jesus. In Johannes 3, Vers 3. Ja. Ja, wo Nicodemus ihn fragt, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu erreichen? Da sagt der Herr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht von Neuem geboren wird, der kann das Reich Gottes nicht erben. Vielleicht habe ich was nicht erwähnt. Warst du fertig? Oder kann ich sprechen? Ja, jetzt hat er zufrieden. Ich war ja auch Muslim. Also ich war Christ, dann wurde ich Muslim. 2014. Dann ging es los und habe jetzt vor einem Jahr wieder gestoppt. Deswegen, also wenn man Buße tut, also wenn man zurückkommt, dann muss man definitiv Buße tun. Ja, aber das ist unmöglich, wenn einmal erleuchtet ist, dass er zur Erneuerung der Buße, ja, du weißt, Hebräer 6, das ist ganz scharf. Wenn du einmal im Glauben warst, abgefallen bist, gibt es keinen Raum mehr zu Bußen für dich. Also laut unserem Priester geht das. Also wenn du wirklich bereust und du ein... Nee, der Priester hat da keine Ahnung von seiner Schrift. Du kannst selber Hebräer 6 sehen. Erklär mal, was macht ein Christ, der Muslim geworden ist? Weil das war ja der andere Kollege da auch. Was passiert, wenn ein Christ Muslim wird und dann wieder zurück Christ wird? Was meinst du denn, was gemacht werden müsste? Also diese Buße laut Hebräer 6 oder erzähl mal mehr davon. Nein. Der Herr sagt durch den Schreiber des Hebräerbriefs, dass diejenigen, die einmal in den Glauben waren. Das kann doch mein Bruder jetzt noch einleuchtet sein. Ja, der Hebräerbrief an zwei Stellen, vor allem in Hebräer Kapitel 6, Vers 4 sagt, wenn jemand geschmeckt hat, teilhaftig wurde Heiligen Geistes und Erkenntnis hatte und dann abgefallen ist. Für so einen ist es unmöglich, ihn zu Buße zu erneuern, weil er das Blut des Herrn Jesus, was vergossen wurde am Kreuz, für gemein geachtet hat und den Herrn Jesus für sich selbst kreuzigt und zur Schau stellt. Aber das würde ja bedeuten, dass man dann von beiden Religionen ausgestoßen wäre. Das heißt, wenn ich raus aus dem Islam bin, bin ich das TÖ Punkt Punkt Punkt, also ich müsste dann TÖ Punkt 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 werden und die Christen sagen, ich komme dann auch nicht mehr rein oder wie? Moment mal, also wir haben erstmal keine Religion. Wenn du vom lebendigen Gott abfällst, das ist keine Religion. Abraham hatte ja keine Religion, als er mit Gott gewandelt ist. Was war die Religion von Abraham? Es gibt keine Religion. Gott beruft dich zu seiner Nachfolge. Das ist keine Religion, das ist eine Glaube, die eben zur Nachfolge animiert. Das ist keine Religion. Buddhismus ist eine Religion, Hinduismus ist eine Religion, Islam ist eine Religion. Aber wenn du mit dem lebendigen Gott wandelst, das ist keine Religion. Dann bist du errettet und du wandelst mit dem lebendigen Gott. Du kannst nicht deine Religion wechseln wie in der Unterhose. Du spuckst auf das Werk des Herrn Jesus Christus hin und her. Wenn du zum Beispiel ein Esoteriker warst vorher und du gedacht hast, ja, Jesus Christus ist so ein esoterischer Guru. Und du hast Jesus Christus geliebt als esoterischen Guru und dann von dem abgefallen bist. Da warst du ja gar nicht drin. Du warst schon draußen, auch wenn du den Jesus Christus geliebt hast. Weil du nicht den wahren Jesus Christus geliebt hast. Sondern eher einen esoterischen Guru aus Indien, der Jesus war. Da kannst du reinkommen und Buße tun. Aber nicht, wenn du schon reingekommen warst, geglaubt hast an Jesus Christus. Hast du denn geglaubt, dass der Herr Jesus Gott ist? Ich bin ja so erzogen worden. Also, dass Jesus natürlich der Sohn Gottes ist. Und Gott ist gleich mit Jesus plus Heiliger Geist plus... Nein, ob der Herr Jesus der allmächtige Gott ist. Hast du das geglaubt, dass er dich erschaffen hat? Ja, selbstverständlich, schon immer. Aber dann bist du abgefallen. Ja, ich muss dir dazu sagen, wahrscheinlich 90 Prozent der neuen Muslime sind auf demselben reingefallen wie ich. Das heißt, du hörst ja dann diesen berühmten Deutschen, der halt... Ja, ich weiß nicht, ob man diesen Namen jetzt nennen darf, aber auf jeden Fall so ein berühmter Muslimexperte, der ständig die Jugend dazu verleitet. Der P.E.V. Ja, genau, gut. Das war so der Anfang und dann hieß es, ja, der Koran ist gut und der Koran macht das und das und das. Und Bruder, 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 komm mit und mach und Bruder. Auf einmal bist du, hast du so viele gute Brüder neben dir. Aber als ich dann so langsam anfing, das Mussel jetzt mal reinziehen, was ich dir jetzt erzählen werde. Ich habe alles verkauft, was ich hatte, um eine muslimische Frau zu heiraten mit Kopftuch. Dann bin ich Idiot nach Marokko und da wurde ich natürlich beraubt, also bestohlt, betrogen, unnötig geheiratet. Das macht der Herr mit Leuten, die ihn verlassen und solche Sachen machen. Jetzt kommt es ja noch besser. Da hast du eine Abreibung bekommen. Jetzt pass auf, ich bringe sie mit nach Deutschland. Was macht sie? Kopftuch raus, hört auf zu beten, reingefallen. Ja, genau so ist richtig. Genau so macht es der Herr mit Leuten, die ihn verraten. Siehst du wie der Herr? Wie erzt jetzt das, was du siehst? Galater 6, 7. Wahnsinn. Was macht der Herr mit Leuten, die ihn verraten? Ja, also ich muss ja sagen, also das wollte ich noch vorhin nochmal sagen, also 90% wahrscheinlich aller Neumuslimen ist ja reingefallen in den ganzen Sätzen, die man erzählt, die nicht so tiefgründig gelesen haben, so wie Amir zum Beispiel. Und Amir war auch der Grund, wo ich dann gesagt habe, hey, ich habe mir so ein paar YouTubes Video angeschaut, ich so, Mensch, du hast doch recht, die beklauen mich, die machen das das. Am Freitagmittag gehen die zum Mittagsgebet, weil ich hatte so eine Firma, da war der eine, der sagte immer, lass mich Freitag zum Moschee gehen. Der sagt, das raust. Was noch, Amir? Das raust. Ach so, was? Hallo? Ja, erzähl. Wir haben das jetzt mal kurz mal eine Geschichte, damit die ganzen Leute nicht langweilen. Ich hatte so einen Mitarbeiter, der sagte immer, ja. Also lass mich mal ganz kurz Revue passieren. Du hast damals eine dumme Entscheidung getroffen für den Islam, weil du dich von Pierre Vogel verführen hast lassen, da war das auf einmal so Mode wurde mit Islam und so Blödsinn. Und dann hast du auch so einen Mode-Trend auf einmal die Autos, die in Islam hat gelaufen. Und dann auf einmal hast du dein ganzes Hab und Gut verkauft. Für eine Frau mit Kopftuch in Marokko und die haben dich beraubt und dann... Ja, ja, ja. Die Mutter hat mir 6.500 Euro aus dem Briefungslack geklaut und hat sich damit ein Haus gebaut über ihr Haus. Boah, 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 boah. Boah, boah, boah. Witzig, Alter. Passt immer auf euch auf, ihr Lieben. Aber seht ihr, wie der Herr auch gerecht ist? Der Herr hat dir dann gezeigt, das, was du gemacht hast, war nicht in Ordnung, siehst du. Das war jetzt auch der Grund, um das Ganze zum Ende zu bringen. Das war auch der Grund, wieso ich jetzt drei Monate in Israel war und habe alles nur noch meine gesamte Zeit für Gott geopfert. Wir waren nur am Beten bis zu, weiß ich nicht, 16 Stunden am Tag in dem Kloster. Also schon heftig. Reza, bist du noch da? Warte ganz kurz. Ja, wann hat der Herr Jesus gesagt, wenn du zu ihm zurückkommen sollst, dass du nach Israel gehen sollst und 16 Stunden in Israel beten sollst? Wann hat der Herr Jesus das gesagt? Sobald mir meine noch Ehefrau gesagt hatte, du kannst jetzt gehen, ich bleib hier. Also sie hat eindeutig dann auf einmal ihr Gesicht geändert und hat gesagt, okay, das ist gar nicht so, wie du denkst, ne, also ich möchte mich von dir trennen, also nachdem die Papiere von Deutschland kamen, dass sie bleiben darf, dann hat sie mir diese Offenbarung genannt und dann ging mir ein Licht auf, echt so wie eine Glühbirne über meinem Kopf und da ging so ein Licht auf und dann, boah, und da ging so ein Kurzfilm ab, innerhalb so 10 Sekunden Kurzfilm, wieso das alles passiert ist. Der Diebstahl, die Lügen und das Ganze und dann das Licht, nein, hat mir dann so gesagt, so, jetzt änderst du komplett dein Leben. Das war so die Antwort auf deine Frage. Warte mal, wer hat dir das gesagt? Ein Licht? Also im Endeffekt, nachdem die Offenbarung kam, dass das Ganze so gelogen war, dass ich mein Leben aufgegeben hatte für den Islam, hab extra mit Kopftuch gesucht und so weiter und nachdem sie offenbart hat, dass es gar nicht so ist, dass sie nur die Papiere haben wollte, da ging mir halt so im Gedanken ein Licht, also kein echtes Licht, sondern gedanklich so eine Glühbirne, also ich hatte gedanklich so eine riesen Glühbirne auf meinem Kopf und dann, das war so der Moment, wo ich sagte, so, jetzt ist es los mit dem Islam, das war's. Ab nach Israel. Ja, aber du bist ja nicht wiedergeboren. Du kannst nach Israel gehen, hundertmal am Tag. Du kommst trotzdem, du gehst trotzdem verloren. Ja, was schlägst du denn vor? Was soll denn ein... Ich bin ja nicht der Einzige. Ja, Moment mal, bist du jetzt zu Israel zurückgekommen oder bist du zum Herrn Jesus gekommen, zu deinem Gott? Ist Israel dein Gott? Für mich ist Israel das heilige Land und mein Gott ist Jesus Christus, der Heilige Geist. Ja, Moment mal, aber wenn wir doch für uns zu Herrn Jesus Christus bekehren, was hast du denn da in Israel verloren mit 16 Stunden beten? Du willst ja zum Herrn Jesus kommen, an jedem Ort der Erde und das hat mit Israel nichts zu tun. Du musst wiedergeboren werden. Was schlägst du uns denn vor? Das sind ja hier Tausende von Menschen wie mich. Was schlägst du denn konkret vor? Ich habe die Befürchtung, dass Hebräer 6.4. Hebräer 6.4 schon an dir wirkt. Das ist meine Befürchtung. Dass du gar nicht die Befürchtung hast. Du rauschst in Gereza. Du rauchst ohne ich rausch. Wer rauscht dann? Bin ich das, Armee? Hörst du mir zu, Evangel? Ja klar, Evangelos. Evangelos. Bist du von neuem geboren? Deine Definition von neu geboren weiß ich nicht, aber ich bin definitiv Vollblutchrist. Sonst wäre ich jetzt nicht auf dieser Plattform, würde mich mit dem Ex-Muslim und mit dir unterhalten. Jetzt musst du mir sagen, ob das reicht. Alles Mögliche von Leuten hier rein und sind trotzdem nicht wiedergeboren. Das hat damit nichts zu tun, dass du auf dieser Plattform bist. Bist du von neuem geboren hast? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Bist du mit dem Heiligen Geist versiegelt? Definier das mal. Was ist die Versiegelung des Heiligen Geistes? Definier das mal. Du wirst mit dem Heiligen Geist versiegelt, bist du also in den Heiligen Geist getauft, wenn du dich selbst als Sünder vor dem Herrn Jesus bereust, dich selbst absterbst, alles was du bist, nämlich Dreck, und das vor dem Herrn Jesus bringst und sagst, Herr Jesus, jetzt weiß ich, dass ich der größte Dreck auf Erden bin. Vergebe mir alle meine Sünden. Ich komme jetzt ganz zu dir und lasse mich von dir retten. Rette mich, mein Herr. Und der Herr nimmt das an. Aber dazu brauchst du Glauben. Wenn du nicht den Glauben hast und einfach so ein Gebet sprichst, funktioniert das nicht. Da wirst du nicht wiedergeboren. Also, bist du fertig? Soll ich sprengen? Ja. Also im Kloster drin hat man mir so, also diese von dem Priester so, ich sage jetzt mal salopp, so eine Decke auf dem Kopf und drüber wurde mir was vorgelesen. Ja, du bist nicht wiedergeboren. Genau. Und was noch dazu kam, wir haben jetzt Zauber gemacht, da war so ein kleines Seilchen in meiner Hose und so weiter, das wurde verbrannt. Und als er mir dann vorgelesen hat, dann musste ich heulen, ganz extrem lange heulen, viel heulen, als ob ich ein Wasserfluss hatte. Und das war auch so der Moment, wo ich wusste, okay, Jesus, der gibt mir jetzt für alles. Und ich konnte auch nie schlafen und alles. Und morgens dachte ich nur an sie und mittags an sie und abends an sie. Und als das dann kam, diese Vorlesung, nach diesem ganzen Heulen von zehn Minuten, dann konnte ich schlafen und alles war weg. Ich bin neu geboren. Meiner Meinung nach. Also du meinst, du bist von neuem geboren, weil ein Priester dir ein Tuch über deinen Kopf hängt. Ja, und dieses ganze Geweine und das Ganze, was in dir war, rausgegangen ist und du konntest auf einmal das tun, was du drei Monate lang nicht tun konntest. Nach meiner Auffassung ist das so. Also ich verstehe es nicht immer richtig. Du bist zurückgekehrt zu deiner Orthodoxie oder zu deiner katholischen. Ja, du bist nicht wiedergeboren. Nein. Ja, dann klär uns mal alle auf. Ich will euch jetzt auch nicht so lange belassen, wie du mal gestimmt bist. Wenn du wiedergeboren wirst und den Heiligen Geist empfängst, dann verlässt du die Welt. Dann lässt du die Welt hinter dir. Und zu Welt gehören auch diese ganzen weltlichen Kirchen, wie zum Beispiel die Orthodoxie, wie zum Beispiel die katholische Kirche. Du stirbst die Welt ab. Du siehst doch, dass die orthodoxe Kirche dich nicht vor dem Glaubensabfall retten konnte. Das heißt, du warst nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt, sonst wärst du ja nicht abgefallen. Und du kehrst wieder dahin zurück, was dich nicht vom Abfall zurückgehalten hat. Das ist, das bringt nichts. Du bist nicht von neuem geboren. Also ich bin nicht so ganz so dumm, aber ich weiß nicht, was man denn dann tun sollte. Erklär uns doch mal auf. Ich hab's dir doch gerade erklärt. Ja, aber ich, aber ich, weißt du, das ist mehr vom Herzen, meinst du. Du meinst, also ich fass mal zusammen, ich fass mal zusammen, was du gesagt hast. Nein, ich höre vom Priester, ich höre vom Tuch, ich höre vom Weinen, ich höre von einem schönen Gefühl. Ich höre aber nie, dass ich zum Herrn Jesus gekommen bin und vor ihm zusammengebrochen bin. Das höre ich nie von dir. Ich höre nur drumherum. Okay. Jetzt sage ich dir, was ich von dir verstanden habe. Du hast gerade erklärt, was du von mir verstanden hast und jetzt erzähle ich dir, was ich von dir verstanden habe. Du sagst, vergiss die Kirchen, vergiss diese Gebetsbücher, vergiss, dass du neues Denken hast, dass du jetzt umgeschwungen bist zurück zum Christentum. Und was ich verstanden habe, außerdem war, dass du sagst, dann sozusagen wie als ob Jesus vor mir war. Ich habe mich runtergekniet und das wäre dann die Erlösung. Hast du das so gemeint gerade? Alles, was du da sagst, mit Gebetsbüchern, Priester, Gebetstuch über deinen Kopf oder was du da alles erzählst, ist immer alles ein Anzeichen dafür, dass du nicht ganz zum Herrn Jesus eingegangen bist. Du bist nicht zum Herrn Jesus gekommen, sondern du bist zu deiner Kirche gekommen. Du wirst nur wiedergeboren, wenn du dich ganz dem Herrn Jesus schenkst und nicht einer Kirche. Es gibt keine Kirche mehr. Es gibt nur noch dich und Jesus Christus. Definier mal bitte schenken. Ich soll mich Jesus schenken. Ich habe alles verkauft, was ich hatte. Was soll ich denn noch schenken? Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich meine dich selbst, als Mensch. Du hättest auch alles behalten können, dein ganzes Geld. Und trotzdem bist du nicht wiedergeboren, obwohl du dein ganzes Geld verkauft hast. Das ist nur eine äußere Veränderung. Es muss eine innere Umkehr stattfinden zwischen dir und dem Herrn Jesus Christus. Nach dem Wiedergebot gibt es eigentlich nichts mehr, außer dem Herrn Jesus Christus in deinem Leben. Amen. Ja, aber was suchst du in Israel? Was suchst du in Israel? Das heilige Land. Da steht alles in der Bibel. Was haben wir denn damit zu tun? Was haben wir mit Israel zu tun? Israel hatten eine irdische Verheißung und wir, die Frau Christi, haben eine himmlische Verheißung. Ja, aber wo kommst du dem Gott irdisch mehr näher als dort? Da ist Jesus Christus gelaufen, da wo ich stand. Gott wohnt in uns, wenn du wiedergeboren bist. Was ist denn näher, wenn Gott in dir wohnt oder wenn du nach Israel gehst, um ihn zu spüren? Was ist näher? Wo ist Gott näher zu dir? In meiner Seele. Siehst du? Und da kannst du auch nicht mehr näher kommen, Gott, als wenn er schon in dir ist. Ja, aber... Das ist ja das Problem. Der heilige Geist ist ja nicht in dir. Deswegen suchst du ihn in Israel. Wie soll ich dich nennen? Der Rasa oder wie heißt du? Du kannst mich Riese nennen. Nee, sag mal. Resa. Resa. Also Resa. Resa, wir sind doch... Wie soll ich dich nennen? Rose, Riese. Rote. Also Rote, pass auf. Ja. Ja. Mensch, wir sind ja alle Menschen. Wir machen jeden Tag Fehler, jeden Tag, immer wieder. Aber wir Menschen mögen auch, also wenn du jetzt 100% Christen fragst und dann alle sagen, ja, ich möchte auch gerne nach Israel. Wenn du 100% von den Menschen des Glaubens vom Islam fragst, die würden dir auch sagen, zu 100% ja, ich möchte auch mal nach Mekka. Ich meine, was spricht denn da dagegen, wenn man nicht zu den heiligen Städten soll? Ach, es ist alles spricht dagegen. Du hast mit Israel nichts zu tun. Du hast mit der Welt nichts zu tun, wenn du wiedergeboren wirst. Ja, aber ich habe ja gerade erklärt, dass wir Menschen sind und Fehler machen und so kleine Dinge uns freuen. Nein, das ist kein Fehler. Du lenkst von deiner Wiedergeburt ab. Das ist das Problem, was du hast. Rita, zu welcher Religion gehörst du denn eigentlich? Das ist das Problem, du verstehst mich gar nicht. Ja, sag mal aber. Du misst mich immer anhand von menschlichen Maßstäben ab. Was ich sage, du versuchst das in menschlichen Maßstäben zu analysieren und zu verstehen. Und das geht ja nicht, wenn du den heiligen Geist hättest, würdest du mich sofort verstehen, was ich da sage. Du kannst mich nicht verstehen. Alles, was ich sage, ist für dich wie so ein Rätsel. Deswegen sage ich dir, normalerweise, ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht mit Leuten, die reingekommen sind und wieder abgefallen sind und dann meinten sie, sie wären wieder zurück, aber waren die nicht. Später sind sie sowieso alle verloren gegangen. Aber, nehmen wir mal an, du hattest noch nicht die Erkenntnis und du bist wahrhaftig zurück. Du bist nicht zurück, du bist noch nicht wieder geworden. Da musst du erst Buße tun von dem Herrn Jesus Christus. Du musst dich selbst... Das ist dein Rauschen. Hörst du mich an mir? Dein Rauschen, das macht ja eine Töne. Ja, warte mal, ich wechsle mal die Koffe. Ja, warte mal, ich wechsle mal die Koffe. Ja, warte mal, ich wechsle mal die Koffe. Nein, du darfst nicht ablenken. Du musst absterben der Welt, du musst absterben dich selber, als Person, als Sünder, als Dreck vor dem lebendigen Gott. Du musst eben vor Herrn Jesus treten, alle deine Sünde ihm bereuen und dann dich ihm schenken. Und nicht nach Israel gehen. Israel gibt's erstmal gar nicht. Du bist erstmal bei der Wiedergeburt. Verstehst du mich? Darf ich dich was fragen? Ja, bitte. Bist du wiedergeboren? Natürlich bin ich wiedergeboren. Dann erzähl uns doch mal, was für ein Gefühl hattest du denn? Das ist kein Gefühl. Du kommst zum lebendigen Gott. Du wandelst ab der Zeit, ab dem Tag, Stunde, Minute, Sekunde, wo du wiedergeboren wurdest, mit dem lebendigen Gott Jesus Christus. Da gibt's kein Gefühl. Das ist keine Droge. Amen. Das ist das, was du nicht verstehst. Du suchst nach Gefühlen. Du suchst nach Gefühlen. Nein. Das ist ein lebendiger Glaube an den lebendigen, wahrhaftigen Gott Jesus Christus. Mein lieber Reza, ich habe gearbeitet da, wo das leere Grab von Jesus Christus. Und da habe ich sozusagen Security gespielt, dass die Leute rein und raus gehen und wie viele rein dürfen und wie lange und so weiter. Und von zehn Frauen, die reingekommen sind, haben vielleicht vier davon geheult. Und ich habe über hunderte von gläubigen Menschen gesehen, oder tausende schon, weil ich war sehr lange dort. Aber als die geweint haben, habe ich gesehen, Gott Jesus hat die berührt am Herzen. Die wurden berührt. Das konnte ich sehen. Du kannst nicht in das Herz schauen. Ach, Reza, was ist los mit dir? Nein, diese vier Frauen haben in dem Moment, weißt du, woran die geglaubt haben, warum sie geweint haben? Sie haben geweint, weil sie vergessen haben, den Herd auszuschalten. Die haben vergessen, den Herd auszuschalten, wo die losgeflogen sind. Und da waren nur Kartoffeln drauf, auf heißem Wasser. Reza. Die haben Kartoffeln gekocht und vergessen, auszuschalten. Reza, was bist du denn für einer? Sag mal. Ja, was bist du denn für einer, wenn du sagst, dass du in das Herz eines Menschen schauen kannst? Wenn jemand weint, dass du weißt, warum er weint. Okay, also. Ach, du weißt das. Du weißt, warum die geweint haben. Du kennst den Grund. Ich hab doch gesehen, wie die Seele von denen rauskam. Du siehst die Augen von den Mädchen, von den Männern, die gefeint haben, weil sie am Grab von Jesus Christus waren. Was erzählst du denn da für ein Herd, Junge? Was ist los? Also, du bist Gott, du kannst in das Herz eines Menschen schauen. Nein, ich hab keinen Bock auf diese Blödsinn. Gar keinen Nerv. Gar keinen Nerv auf so einen Esoterik-Kampf. Wir verstehen, wenn du zu deiner Bekehrung... Wir verstehen, wenn man sich bei seiner Bekehrung, dass man Tränen weint, weil man ohne den Herrn Jesus Christus ein Leben gelebt hat, wo man auf dem Weg zur ewigen Hölle war. Ja, da kannst du wirklich weinen. Und da hast du ein Gefühl der Reue, der Schuldgefühle. Natürlich weinst du in dem Moment. Dass du sagst, Herr, vergib mir all meine Schuld. Ich komme heute zu dir her, mit dem, was ich gemacht habe, Jesus Christus. Du bist der Einzige, der fehlt mir, meine Schuld zu tragen. Das ist ein wunderschönes Gefühl, dass die Lacht dir abgenommen wird. Und dann kommen auch Tränen. Siehst du? Genau. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja. Aber das Problem ist ja, er lenkt ja die ganze Zeit ab davon. Er erzählt was von Priestern, von Tuch, von Gebetsbüchern, wie so ein Jude, der auch mit Gebetsbüchern vor der Klagemauer in Jerusalem betet. Ich habe das nicht mitbekommen, ich war ja draußen. Ja, der hat gesagt, der hat auch Gebetsbücher. Das heißt, der kann nicht frei beten aus dem Heiligen Geist. Das ist das Problem. Ja, genau. Ich glaube, der wollte trollen. Ja, hier, der ganz Augenwecker. Wer wollte trollen? Ich glaube, er wollte trollen. Ich weiß. Ja, wissen wir, weiß ich. Kann sein. Aber es gibt halt viele Katholiken oder Orthodoxen, die halt Moslem werden und wieder anscheinend zurückkommen. Und das geht nicht. Wenn du Orthodox bist, musst du nach vorne, progressiv nach vorne und wiedergeboren werden. Weil wenn du da abfällst vom Glauben, dann ist es vorbei. Dann kannst du dich mehr so gut. Das war's. Weil du den Herrn Jesus für dich selber kreuzigst und zur Schau stellst. Ja. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und deswegen konnte er mich nicht verstehen, ob er jetzt ein Troll war oder nicht. Aber nehmen wir mal, er war kein Troll. Er konnte mich nicht verstehen, weil er den Heiligen Geist nicht hat. Ja, Gottes Segen, hallo. Ich hätte eine paar Fragen. Aber Bruder Reza, können wir denn guten Gewissens sagen, dass ein Orthodoxer oder ein Katholik teilhaftig des Heiligen Geistes sind? Die haben hier nur ihre komische Tradition, ihre Religion. Werden die denn teilhaftig? Das ist wieder eine andere Sache. Könnte sein, ja. Es gibt bestimmt Katholiken, die teilhaftig sind. Auf jeden Fall. Aber in der Masse, ich bin ja ex-katholisch, die haben ja nicht mal gesagt, dass Jesus Gott ist. Ja, die kannst du ganz vergessen, die sind ja noch nicht mal teilhaftig. Aber ich rede von denen, die sogar sagen, Jesus ist Gott. Die sind trotzdem nicht wiedergeboren. Ja, das, ja, auf jeden Fall. Aber wir dürfen da ja auch nie vergessen, dass, naja, ich vergleiche es jetzt mal so, der Sadler glaubt ja auch, dass Jesus Gott ist. Ja, genau. Der glaubt ja auch, dass Jesus Gott ist. Also ich rede wirklich davon, werden die Orthodoxen und die Katholiken wirklich teilhaftig im Sinne von dem, dass sie beispielsweise wundern teilhaftig werden, wie die Pharisäer, oder zum Beispiel eine tiefe Beziehung zum Herrn haben auch. Wo sie tatsächlich teilhaftig werden. Oder haben sie nur ihre Tradition und ihre Religion. Dann können wir dann sagen, dass sie teilhaftig werden. Du kannst keine... Ja, aber Moment, du hast ja gesagt, eine tiefe Beziehung mit dem Herrn und teilhaftig, das geht nicht. Du kannst keine tiefe Beziehung mit dem Herrn. Wenn wir Jesus als Teilhaftiger haben, nur als Wiedergeborener, hast du eine tiefe Beziehung, nämlich Gott selbst wohnt in dir. Ja, okay. Also noch näher, noch tiefere Beziehung gibt es ja gar nicht mehr. Als wenn Gott, der Heilige Geist, in dir wohnt. Denn Gott wohnt ja nicht in den Teilhaftigen. Die schmecken nur. Das ist so, wie wenn die Kaugummi kauen, aber die runterschlucken. Irgendwann mal schlucken die Kaugummi raus. Das wäre nicht ein Teil von ihnen, weil sie es nicht runterschlucken. Also jetzt zum Beispiel in Bezug auf Katholiken. Ich würde niemals sagen, dass Katholiken in der Masse teilhaftig des Heiligen Geistes werden. Zum Beispiel, wenn ich 10 von 10 Katholiken auf der Straße frage, ob Jesus Gott ist, dann sind die verwirrt. Ja. Das sind ja gar nicht. Genau. Das sind ja gar nicht. Ich rede wirklich von Katholiken, die halbwegs, halbwegs so ein bisschen die Lehre mitbringen, dass der Herr Jesus Gott ist, dass man seine Sünden bereuen soll und so weiter. Das ist nochmal nur ein ganz kleiner Prozent innerhalb der katholischen Kirche. Und die sind teilhaftig. Aber wie sieht das denn aus mit dem Orthodoxen, die beispielsweise an eine verfälschte Trinität glauben? Also das ist ja auch katastrophal. Ja, deswegen sage ich ja, die müssen nach vorne, zu Wiedergeburt. Also diese Lehren hinter euch lassen, wahrhaftig die Bibel lesen, also den Gott der Bibel, den dreieinigen Gott kennenlernen und vor allen Dingen den Sohn, der Rettung der ist. Und das haben die eben nicht. Also zum Beispiel, wenn es um Charismatiker geht, wenn die abfallen, da bin ich 100% gewiss, die waren heilhaftig. Da gibt es nichts. Aber bei Orthodoxen und bei Katholiken bin ich etwas vorsichtig, weil ich nicht mal glaube, dass die teilhaftig werden werden. Achso, du meinst, du könnten dann wieder zurück, wenn die nicht teilhaftig waren? Ja, ich glaube, die werden nicht teilhaftig, aufgrund der Irrlehre. Also in der Masse jetzt. Aber der hat ja gesagt, dass er geglaubt hat, dass Jesus Gott ist. Ich habe ihn ja vorher gefragt, hast du das geglaubt? Und er meinte, ja, schon von Kindesbein an war ich im Glauben, meine Eltern haben mir das so beigemacht, was Jesus Christus Gott ist. So, und das war's. Er hat das geglaubt. Und du hast auch gesehen im Gespräch mit mir, dass er mich nicht versteht. Ja. Das heißt, ich muss das so leider so urteilen. Ja, ich hab's gelernt. Und er hat nur, nur, also abgelenkt von der Wiedergeburt. Und deswegen muss ich das, leider muss ich das so stehen lassen, dass er nach Hebräer 6,4 eben nicht mehr zum Wurste fähig ist, weil er den Sohn Gottes eben für sich selbst kreuzigt und sich ausstellt. Also da fehlt mir noch ein bisschen die Erkenntnis, also was denn hier so, haben wir ja schon geklärt, also ein kleiner Teil der Katholiken wird teilhaftig. In der Masse nicht. Das ist ein Zeichen. In den Orthodoxen ist es wahrscheinlich auch so eine ähnliche Sache. Aber was die Charismatik angeht, die werden teilhaftig. Ja. Die werden teilhaftig. Ja, die sind schon besendet. Die sind komplett drin. Ja, genau. Wenn es abfallen, dann sind die raus. Da habe ich ja als letztes die Erkenntnis bekommen, was es angeht. Vor allen Dingen, wenn ein Charismatiker Hände aufgelegt bekommt und der ist ja nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist, dann bekommt er einen Dämon ab. Dann bekommt er einen unreinen Geist ab. Und von da an zum Wiedergebot zu kommen, obwohl man dann besessen ist, ich weiß nicht, wie dann der Charismatiker das schaffen. Das ist sehr, sehr schwer. Also vorher ist das schon schwer als Charismatiker, wenn du noch nicht den unreinen Geist empfangen hast. Aber danach noch zu Jesus zu kommen und wiedergebot zu haben. Ja, Bruder Rieser, da gab es zum letzten seinen Fall. Vor ein paar Tagen war ich in der Stadt evangelisiert. Und da war einer bei uns im Stadt, der war Charismatiker. Ich habe ein bisschen mit ihm geredet und er meinte, wenn du willst, ich kann dir auch diese komische Sprache da geben. Ich musste nur die Hand aufnehmen, hat er gesagt. Da hat auch kumische Sprache jemand vorgenommen. Das ist Wahnsinn. Ganz, ganz komisch. Aber das wusste ich tatsächlich nicht, dass du diese Sprache weitergeben über die Hand aufnehmen. Das wusste ich nicht. Ja, weil eben, wenn du nicht versichert bist mit dem Heiligen Geist und du dich sozusagen öffnest, wenn du zulässt, dass jemand durch Hände auflegen sich mit dir identifiziert, also du erlaubst jemandem anderen durch Identifikation, durch dem, nämlich dass er seine Hand auf dich legt, dass da etwas von ihm in dich übergeht. Ja. Und wenn du nicht zu bist durch den Heiligen Geist und so zugemacht worden bist, der Heilige Geist, wenn nicht zugeschlossen ist über dir, dann kriegst du so ein unrein Ding ab. Und dann, ein paar Monate später, hörst du die ganzen Stimmen bringen dich um, bringen dich um, du bist nichts wert, bringen dich um. Gott liebt dich nicht. Und die wissen nicht, woher das kommt. Ich kenne ja, in neun Jahren habe ich auch Charismatiker getroffen, die auf einmal in Psychiatrie gelandet sind. Stimmen hören, die hören die Stimmen, weil der Dämoner in denen anfängt, ihn zu malträtieren. Und nicht viele haben sich, zum Beispiel, ich kenne einen Evangelisten, der ist abgefallen vom Glauben und hat sich vor dem Zug geschmissen. Was war denn mit Judas? Was hat er gemacht? Ja. Was hat der Judas gemacht, nachdem er abgefallen ist? Er hat sich umgebracht. Er hat sich vor dem Zug geschmissen, sozusagen. So wie dieser eine Evangelist. Mit dem war ich sogar evangelisiert, auf der Straße. Ich kannte den. Und dann ist er abgefallen und hat sich vor dem Zug geschmissen. Das heißt, die Dämonen, die er danach empfangen hat, nachdem er abgefallen ist, und die haben den so krank gemacht, in seinem Kopf, dass er sich nur noch töten muss, um davon loszukommen. Wenn man in so einer Situation ist, was macht man denn dann? Kann man doch gut zu tun davon? Wenn du abfällst, greift der Bräer 6.4. Dankeschön. Das ist derjenige, der sich umgebracht hat. Das ist klar. Wenn du abfällst, ist das ganz klar. Aber im Sinne von, du erkennst das Ganze, du erkennst das, verdrehst das Ganze nicht und du musst Gruße davon. Ja, wie gesagt, wenn du nicht mit der Wahrhaftung Jesus Christus der Bibel, also keinen Kontakt hattest, also wenn du, was weiß ich, einfach Jesus Christus als einen esoterischen oder was lieb hat es und dann davon weggegangen bist und wieder zurückkommst. Ja, das geht. Aber nicht, wenn du schon Glaubenssätze hattest aus der Bibel, dass der Jesus Gott ist, dass du daran geglaubt hast. Nein, das ist schon Erkenntnis, das ist schon Schmecken. Ja, zum Beispiel, bei meinem Fall war das so, das ist schon Schmecken. Bei meinem Fall war das so, wo ich 16 war, da wurde ich auf der Straße evangelisiert und da wurde ich, also da bin ich in eine Gemeinde gekommen und das war, habe ich später erfahren, das ist eine charismatische Gemeinde gewesen und ich wusste das ja damals gar nicht. Ich wusste nicht mal, was das ist, weißt du? Ja, ja. Und die haben dort auch beispielsweise Handauflegung praktiziert, aber Zunge-Sprache oder so, das habe ich dort niemals gehört, habe ich nie gehört. Ja. Ich würde auch sagen, also von der Lehre dort her, war 90 Prozent, war alles top. Aber wenn 90 Prozent top ist, die 10 Prozent, die wichtig sind, das haben die nicht. Dann kannst du ja alles wegschmeißen. Ja, natürlich, es geht. So ein Fall war das. Genau, so ein Fall war das. 90 Prozent war top, 10 Prozent Katastrophe. Aber ich hatte halt damals in der Kenntnisstand. Und beispielsweise, die haben dort auch Hände aufgelegt. Und ich habe ab und zu nicht sehr oft, aber ich habe auch Leute gesehen, die sind beispielsweise umgefallen, lockert gefallen. Einfach so. Zweimal habe ich das gesehen, glaube ich. Ja. Ja, die waren die Stand. Ja. Aber bei mir beispielsweise. Du darfst nicht umfallen. Wenn du umfällst, dann warst du, also da war der, der in der Welt ist, stärker als der, der in dir ist. Der Herr hat mich davor bewahrt. Ich bin niemals umgefallen. Bei mir war nie so was. Wenn, wenn nach Jesaja, Kapitel, ich glaube, ja genau, weil das ist Jesaja Kapitel 18, wo eben Jesaja sagt, sie werden einen Unfall rückwärts gestürzen und zu Fall kommen. Ja, wie ist das nie passiert? Der Herr hat mich da vorbekommen. Das heißt also, ja, ja, ja. Natürlich durch die Händeauflegung versucht der Dämon, in dich hinein zu kommen. Aber der Heilige Geist, den du empfangen hast, der wird dir so eine Stärke geben, dass du widerstehen kannst. Dass der Dämon es nicht schafft. Und wenn du diese innere Stärke durch den Heiligen Geist nicht hast, weil du nicht versiegelt bist, wird er reinkommen, weil er stärker ist als du. Der Dämon ist stärker in dem Moment, wenn du dich öffnest. Und er kommt rein. Du lässt ihn ja auch rein. Du lässt ihn ja auch rein. Und selbst wenn du mitbekommst, dass du das nicht willst, aber das ist zu spät, du hast dich die Stärke gegen ihn zu kämpfen. Der kommt rein. Ja, bei mir ist halt der Fall, also ich war damals ja nur gläubig, wie ich sage, ich war damals nicht wiedergekommen, aber dennoch, der Herr hat mich davor bewahrt, ich bin nie umgefallen, nie. Ich habe das bei anderen gesehen, die sind da wirklich, die haben herumgeschrien, die sind umgefallen, bei mir nichts. Ja, da warst du schon auserwählt, da bist du auserwählt. Früher oder später wärst du sowieso zum Herrn gekommen. Von daher hat der Herr dich bewahrt. Ja, also ich glaube halt 100% das, was das Wort Gottes sagt, eben, dass der Heilige Geist uns eben in alle Wahrheiten führt. Ja, ich glaube, dass der Herr mich eine Zeit lang eben dort aus welchen Gründen auch immer haben wollte, um mich dann halt wieder auch rauszuführen. Das glaube ich auch. Ja, wenn du aus der Welt bist, wärst du früher oder später eben da rausgeholt. Er hat mich da rausgeführt und dann habe ich ja die Gemeinde, also Suche nach der richtigen Kirche oder Gemeinde, habe ich da nachher abgeschrieben. Habe ich abgeschrieben. Und ich habe dann eben nur noch, ich bin ins Gebet gegangen, habe gesagt, Herr Jesus Christus, gib mir eben bitte Brüder, Brüder im Glauben, weil das ist ja die Gemeinde. Ja, und das hat er hergetan. Da bin ich auch absolut. Ich hole mal den nächsten rhein-christlichen Dauer. Okay. Das kann es ja gleich wieder reinkommen. Ja, okay. Gut, du sieg. Gut, du sieg. Das ist ja das Traurigste, Das nervt voll, Mann. Schon wieder? Ja, das ist einfach voll nervig, Mann. Wenn da jemand redet, ich verstehe kein Wort, ey. Aber wenn ich dann hier stumm mache, dann geht's doch, oder? Wenn du stumm machst, ja. Das ist okay. Hallo. Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Gottes Segen, es ist schon deine Familie. Danke euch auch. Und zwar, ich habe ein kleines Problem in der Sache gerade von Reza. Da war ja gerade einer drin, der gesagt hat, ich war in Israel, dies, das, tralala. Und jetzt nur einfach nur für auch Verständnis von vielen, die wo ich hier reingeschrieben habe, man hat gemerkt, dass der nicht ganz bei Trost ist, denke ich. Also einfach sein Kopf nicht mental so weit ist wie manche andere. Und ich finde, dass Reza das so rübergebracht hat, also es war zu hart einfach und geurteilt hat. Also nicht nur meiner Meinung nach, ich denke, dass viele da mitsprechen können, aber das war gerade ein bisschen wirklich trüber. Was genau hat dir denn nicht gepasst, was mein Bruder gesagt hat? War irgendwas unwieblich? Nein, nicht das, sondern einfach dieses, er hat nicht verstanden. Jetzt haben die Leute in Kommentare geschrieben, hey, guck mal, er checkt das nicht, weil das und das und das. Weißt du, das war einfach für diese Person einfach, wie soll ich sagen, nicht angebracht, so ihm das zu erklären. Er hat ja versucht, Hilfe zu holen hier und für ihn, er wurde abgelehnt, für ihn selbst. Also man hat es an seinem Reden gemerkt, auch an seinem Verständnis und alles. Und ich wollte einfach nur, und auch so, biblisch oder unbiblisch, ja, im Endeffekt, ich meine, nur der liebe Gott urteilt über seine Seele am Ende des Tages. Klar steht es geschrieben, aber ihm wurde jetzt komplett die Hoffnung sozusagen da mitgenommen. Also meines Erachtens, denke ich. Hast du schon mal den Hebräerbrief Kapitel 6, Vers 4 gelesen, meine Liebe? Nein, ich bin noch nicht so weit. Also ich bin am Lesen, ja, aber ich bin jetzt noch nicht so tief drinnen. Ich verstehe schon, was ihr meint, ich verstehe es, aber einfach nicht. Wenn Gott sagt, wenn irgendwelche Leute in den Glauben reingekommen sind, geschmeckt haben und dann abgefallen sind und wieder reinkommen wollen, dass diese Leute keinen Raum zur Buße haben, was sollen wir denn dagegen tun? Sollen wir gegen das Wort Gottes sprechen, oder was? Nein, um Gottes Willen, nein. Das ist nicht das, was wir tun. Aber für dieses Verständnis, was dieser Junge hatte, war das, also, ich weiß nicht, er hat es einfach nicht verstanden. Er hat diese Art und Weise, ich habe es vielleicht anders verstanden und ich habe den Rieser verstanden. Ich sage dir, was das ist. Ich sage euch allen, was das ist. Wir haben alle ein Problem damit, wenn jemand hier reinkommt und auf einmal diese Geschichte so erzählt, dass das uns leid tut, richtig? Was heißt leid? Weil man denkt, okay, der hat einen Fehler gemacht oder dies und das und jenes. Nein, nein, das ist nicht. Nein, ich denke einfach auch, dass er diesen Islam angenommen hat, weil dieser Mensch ist lost. Das hört man ja an ihm und ich meine, wenn jemand ein Gefühl für Menschen generell hat, oder Menschenkenntnis irgendwo, dann merkt man ja, keine Ahnung, aber man hat richtig gemerkt, der Junge ist lost, der ist einfach auch alleingelassen irgendwo und im Endeffekt hat er sich hier die Hilfe holen wollen, irgendwie zurückzufinden. Das ist jetzt so meine Interpretation der ganzen Sache und mein Gefühl, was er mir gegeben hat, als er gesprochen hat. Und ich denke einfach, dass es zu hart für ihn gerade war von Reza. Ich will ihn jetzt nicht verurteilen, um Gottes Willen. Nein, das ist nicht meine Absicht. Aber ich wollte einfach nur sagen, dass man ein bisschen Verständnis für diese Art von Mensch irgendwie aufbringt, damit er das versteht, dass er es nicht verstanden hat. So, das war eigentlich meine Intention jetzt hier. Aber ich denke, mein Bruder hat, ich denke, ich war ja daraus, ich habe ja nicht mitbekommen, was du hier geredet hast. Ich denke, mein Bruder hat versucht, ihm die ganze Zeit zu erklären und der Typ hat überhaupt gar nicht mehr richtig zugehört und war gar nicht aufnahmefähig. War das nicht so? Ja, aufnahmefähig war er nicht in dem Sinne, dass er nicht zugehört hat, sondern einfach mental, seine mentale Situation. Man merkt einfach, dass er mental nicht... Warte mal, ich muss mal ganz kurz diesen Hato. Hato muss mal für alle Ewigkeiten hier raus. Tschüss. Tschüss, Hato. Ihr seid alles, Fake-Christen. Tschüss. Raus mit dir. Fake-Christen will ich hier nicht hören. Hab, leber, schee. Nee, im Endeffekt, ich wollte eigentlich auch... Ich will niemanden schlechtreden, ich will über niemanden urteilen, um Gottes Willen. ich kriege ab. Okay. Herr Riese, auch nicht gegen dich. weil das Problem ist, hörst du mich? Ja, ich höre. Das Problem ist, wir müssen das Wort Gottes über unsere Mitleid und über unser Herz stellen, weil der Herr Jesus sagt, das menschliche Herz ist böse und verdorben. Du darfst nicht auf dein Herz hören, sondern du musst auf das Wort Gottes hören, auch wenn es in dem Moment deinem Herz zuwider ist. Da musst du das Wort Gottes drübersetzen. Ich verstehe... dass es einem leid tut. Ich weiß, dass er mit mir hat er auch Leid getan. Das ist kein Mitleid von meiner Seite. Es ist einfach... Man hat einfach gemerkt, dass er das nicht kapieren kann. Er konnte es nicht kapieren. Warum? Ich habe ihm auch erklärt. Ich habe ihm auch erklärt, warum er mich nicht versteht. Weil er nicht den Heiligen Geist hat und er muss wiedergeboren werden. Aber er hat ihn mal abgelegt. Und deswegen bin ich so dazu. Ich denke nicht, dass eine Behinderung jetzt den Heiligen Geist verbietet. Also ich denke, dass er schon eine Behinderung hatte. Also meines Erachtens... Du nennst das Behinderung. Ja, genau. Ich nenne das Blockade aus Hebräer 6, Vers 4. Weil Gott schließt über jemanden zu. Wenn Gott sagt, wie jemand, der abfällt vom Glauben und wieder zurückkommt, sozusagen, für ihn ist das unmöglich, zu Pustel zu kommen. Unmöglich. Ja, denn Gott dann die Besessenen dann auch geheilt im Endeffekt. Er hat sie trotzdem dann auch geheilt und angenommen am Ende. Ich denke einfach, dass es eine Sache... Ja, aber das ist ein alter Heilzeitalter. Nein, du darfst nicht lehren, Schwester. Du musst bitte vorhanden und du musst dich belehren lassen. Nein, ich möchte auch nicht lehren. Du hast es ein Argument gebracht und jetzt musst du mich jetzt antworten lassen. Diese Besessenheitssache war in einem anderen Kontext, einem anderen Heilzeitalter. Das heißt, der Herr Jesus war noch nicht ans Kreuz gegangen, er ist noch nicht gestorben, er war noch nicht wiederauferstanden von den Toten, der Heilige Geist und Apostelgeschichte Kapitel 2 war noch nicht ausgegossen über die Jünger. Dieser Zeitraum konnte so abfallen und wieder zurückkommen. Das ging. Aber ab dem Zeitpunkt, wo das Evangelium gestanden hat, genau, ab Apostelgeschichte 2, wo die Gemeinde Jesu entstanden ist und der Heilige Geist jetzt in der Gemeinde wohnt, ab diesem Zeitpunkt, wenn du abfällst, kannst du nicht mehr zurückkommen. Vorher schon. Jetzt nicht. Weil wir haben Hebräer Kapitel 6, Vers 4. Okay, ja, ich wollte einfach nur was dazu sagen. Ich weiß, das ist hart. Das war echt... Aber wir müssen, wir müssen das Boden Gottes... Ich hoffe, dass der sich jetzt, ich weiß nicht, ich hoffe, dass der sich jetzt nichts antut, weil ich glaube, der ist richtig lost und es ist so ein Mensch, wenn er jetzt so weiß, okay, ich werde jetzt nicht mehr angenommen, hier, keine Ahnung. Also ich glaube, der wird richtig abfallen. Ich weiß nicht. Also ich hoffe es nicht, da war. Nein, Schwester. Du unterschätzt die Menschen und das Böse und die Satan und seine Dämonie auf der Erde. Was glaubst du, warum Eva verführt wurde von der Schlange? Ja. Aber da wurde nicht verführt. Eva wurde verführt, weil die Frau durch ihre Schwäche kann sich verführen lassen von dem Bösen. Warum fallen denn Frauen immer wieder auf diese sogenannten Bad Boys? Also mein Mann ist dann Bad Boy. Aber die meisten Frauen. Die meisten Frauen. Ich habe ja keine Ahnung, weil die schlecht dahinter werden wollen. Oh, ich war so dumm. Wie konnte ich da drauf reinfallen? Ja, und wie konntest du da drauf reinfallen, weil du dieses Eva-Prinzip in dir hast? Seit Garten Eden. Die Frau fühlt sich zum Bösen hingezogen und lässt sich verführen von dem Bösen. Der Böse muss nur ein bisschen schön reden. Hey, meine Schatzi, ich liebe dich. Also die Frauen müssen dann zum Mann so Hey, mein Schatz, ich liebe dich und dann sind die Männer verfallen und Frauen in den Defekt. Ja. Ja, nein, 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 nein. Die meisten Frauen verfallen eben den Männern. Okay. Und werden dann von denen verarscht. Ich kenne keine meiner Kumpels, wurde je von einer Frau verarscht. Immer andersrum. Gut, also ich bin jetzt eines Besseren belehrt. Ich wollte einfach nur was dazu sagen, weil ich einerseits, klar, rede ich auch mitleid mit mir, andererseits, ich fand es halt echt hart, weiß nicht. Und ich hoffe, dass du mich nicht beteiligst. Warum denkst du, Apostel Paulus sagt, eine Frau darf nicht lehren, Schwester? Warum sagt der Apostel Paulus, dass eine Frau auf gar keinen Fall lehren darf? Wieso? Die haben doch genauso in der Intelligenz wie ich. Frauen haben doch genauso in der Intelligenz wie wir Männer. Ja, das habe ich dir gerade erklärt. Ja. Wenn du es richtig zugehört hast, hast du zugehört, warum eine Frau nicht lehren darf? Oder eine Gemeinde lehren darf? Eine Frau wird schneller für Mitleidung solche Sachen. Das ist wie der Teufel, als er Eva damals verpürt hat. Ich habe schon verstanden. Also ich habe es mitbekommen. Aber wie gesagt... Der Mann ist da in der Hinsicht gefestigter und der Mann ist nüchterner. Die Frau ist emotional. Ja. Das ist... Der Mann ist nüchterner. Und deswegen... Deswegen hat der eben der Herr die Führung über die Gemeinde den Brüdern überlassen und nicht den Schwester. Ja. Also wie gesagt, ich bin da noch nicht so weit auch mit dem Hebräer 6 und alles. Aber ich denke mal, dass es schnell gehen wird. Also ich lese jeden Tag und alles. Aber wie gesagt, ich will auch nur wissen... Nicht von deinem Herzen leiten lassen. Ja. Ja. Ich versuche alles, um richtig zu sein. Ja, okay. Und ich tue auch alles dafür. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören. Gottes Segen an euch beide. Und macht's weiter so. Danke. Gottes Segen. Ja. Ciao, ciao. Heute auch. Ciao, ciao. Hallo. Hi. Gott segne dich und deine Familie. Euch auch. Wir haben nur eine Frage. Kann man sich eigentlich selbst taufen? Nein. Ich hab das irgendwo mal gehört. Irgendwer hat das gesagt. Hier in live. Ich weiß nicht mehr wer, aber ich hab das so mitbekommen. Ne, in der Bibel heißt es auch, lasst euch taufen, nicht geht euch selber taufen. Ja, ich hab das irgendwo mal gehört. Ich wollte das nur... Also ich wollte nur fragen, ob das so stimmt, ob man das so machen kann. Wenn der Herr selbst getauft wurde, soll dann... Sollen wir uns dann selber taufen, oder was? Ja, ich weiß, das war eine blöde Frage, aber ich wollte nur mal so nachfragen. Ne, also du kannst ja... Du siehst ja, dass der Herr Jesus Christus von Johannes den Täufer getauft wurde. Also wer sind denn wir, dass wir uns nicht gleichstellen mit dem Herrn und verstehen, dass wir von jemandem getauft werden lassen müssen. Also dass jemand uns taufen muss. Ja, stimmt schon. Ja, und ich hab noch eine Frage. Wenn du dich taufen lassen willst, dann such dir einen Bruder aus, der genau an das glaubt, an was du glaubst, und dann lass dich taufen. Ja, ich hab nur noch eine letzte Frage. Kann man... Also sollte man Israel lieben, als Christ? Ja. Du musst Israel lieben, aber nicht das, was wir da gerade sehen, sondern du darfst Israel nicht verfluchen. Denn wenn du Israel verfluchst, dann bist du selber verflucht. Weil das Volk Gottes, das ist ja das Volk des Herrn. Und wenn du anfängst, auf einmal schlecht zu reden über Israel, auch was jetzt gerade so abgeht, dann sagst du eigentlich damit, dass du mit Gottes Volk in Streit bist, sozusagen. Ja. Und deswegen hältst du dich als Christ raus und betest für beide Parteien und bittest den Herrn, dass er Frieden schenke und dass der Krieg so bald wie möglich aufhört. Verstehst du? Ja, stimmt. So ist das. Okay, das war's. Aber du als Christ kannst niemals Israel verfluchen, denn wenn du es tust, bist du selber verflucht. Und der Herr wird dir dann schon zeigen, was abgeht. Ja, ich höre von vielen christlichen Leuten, die für Palästin, eher Palästin bevorzugen, statt Israel und ja. Ja, du musst als Christ erst mal in der Sache neutral bleiben und für beide Parteien weinen. Denn auf beiden Seiten sind ja Tote zu verzeichnen. Sind jetzt die Kinder der Israeliten weniger wert als die Kinder der Palästinenser? So, Quatsch. Wir trauern ja über beide Parteien, oder nicht? Ja, doch schon. Sowohl für die Palästinenser als auch für die Israeliten. Weil der Tod ist nun mal verbunden mit Leid und Schmerz und da sind Menschen, die überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben und ihr Leben lassen müssen. Versteht ihr? Das ist das Ding. Wir weinen sowohl für die Familien der Palästinenser als auch für die Familien der Israeliten, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Ja. Und dann noch verloren gehen, in die Hölle kommen, weil sie sich nicht bekehrt haben. Das geht an. Er sagt, warte mal ganz kurz. Das rauscht voll. Er sagt, bitte, warte. Ja. Hast du das verstanden, meine Liebe? Ja. Du bete einfach für Frieden, dass die beiden Parteien aufhören sollen, sich da abzumurksen und so. Und du siehst, auf jeder Seite gibt es nur Leid zu verzeichnen und tot, ne? TikTok-sportlich. Ja. Danke, auf jeden Fall. Okay, mein Lieber. Äh, meine Liebe. Mein Lieber. Fällt meine Liebe. Danke. Sorry. Danke, mein Lieber. Jetzt machen wir deine Stimme einmal tief, damit das klappt. Wacht. Sag, okay, Dr. Cera, Boami, danke für deine Zeit. Okay, danke. Na gut. Kannst du mich da raus machen? Ich werfe dich raus, alles klar. Danke. Mach's gut, meine Liebe. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch. Ciao. Guck mal hier, was der da schreibt. Der freut sich doch bestimmt, was in Palästina passiert. Also so ein Atomphysiker, das ist unglaublich. Unfassbar. Ja, der kann in dein Herz schauen, weil er Gott ist. Ja, genau. Der kann in dein Herz schauen, Atomphysiker, let's go! Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen auch dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch. Amir. Ja, warte mal ganz kurz. Der schreibt, bei dir weiß man nie. Also ich sage, wir beten für beide Parteien und wir weinen für um die Kinder und die unschuldigen Menschen, die auf beiden Parteien ihr Leben lassen müssen. Und dann sagt er zu mir, war weiß man nie, das kannst du keinem erzählen. Also mehr als ich zu äußern zu der Sache und meinen Standpunkt zu vertreten, kann ich nicht. Es tut mir leid, dass ich nicht noch mein Herz raushole und dir das so ins Gesicht schnalle und sage, hier, das ist das, was mein Herz da fühlt. Amir. Ja. Wir müssen einfach singen, come on, let's twist again. Let's twist again. Warte, warte. Warte, ich warte sofort an. Das wird mein neuer Wecker morgen. Das ist wie Elvis. Das ist der Song vom Vater, dem Islam. Das ist der Song vom Vater, dem Islam. Das ist mein Name. das ist mein neuer wecker morgens jetzt ja ich sag doch immer die besten lieder am start ja gottes wegen dir mein bruder ich muss jetzt zur arbeit wollte ich einfach nur begrüßen und dir gottes segen wünschen ja danke dir gott segne dich auch mein lieber halte immer mehr jesus christus fest und vergiss nicht überwinde das böse mit gute amen 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 gott segne dich reiche ich bruder und die ich auch resa das ist die autos die gehen war Das ist doch so. Du hast den Weg. Come on, baby. Let's hitz, baby. Come on, let's hitz again. Come on, let's hitz again. Hey, Abu Amir, wie geht's dir? Ja gut, Flexi Flex. Wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich hab dich letztens, glaube ich, ganz kurz gesehen, dass du bei mir im Stream warst. Ich wollte dich hochholen, aber du bist dann rausgegangen. Nee, das war mir dann wieder zu bunt, da muss ich wieder rausgehen. Oh Gott, ja. Nee, wie gesagt, ich klär das auch ein bisschen auf mit den Hadithen und so. Mama Mia, da gibt's ja kranke Sachen, Mann. Ja, natürlich, hab ich schon gesagt. Ey, das ist nicht normal. Also umso tiefer du in die Materie reingehst, umso schlimmer. Umso schlimmer, umso schlimmer, dann ist ja komplett vorbei. Ja, siehst du, hab ich schon gesagt. Ah, das ist ja Katastrophe. Aber ums Verrecken verstehe ich nicht, warum die meisten, wenn sie hochkommen, versuchen, diese Hadithe zu verteidigen und wenn ich dann sage, okay, Leute, bringt mal Quellen, die philosophieren ums Verrecken. Ich denk mir so, ey, das ist der Wahnsinn. Das kann vorsichtig sein. Ja. Ja. Ja, dann siehst du mal, was der Dr. Schert auch bei mir in Deutschland hier ausgelöst hat. Jeder ist jetzt auch damit beschäftigt mit Aufklärung und so, das ist aber. Ja, das ist schon brutal. Das ist schon brutal. Nee, also du hast wirklich eine Bombenarbeit, das muss man sagen, aber dass die das nicht wahrhaben wollen und dann versuchen die dann noch weiter zu philosophieren und dann sind sie so gekränkt und sind aggressiv und am liebsten die würden dich angreifen. So, weißt du, was ich meine, Katastrophe? Das ist nicht so traurig, das ist so traurig. Mega traurig, mega, mega, mega traurig. Ich finde das schade. Nein, das ist so traurig. Schade, schade, schade. Nee, aber wir sollten mal zusammen mal, wenn du mal Lust hast, müssen wir mal zusammen streamen. Jetzt mal ohne Spaß. Ja, es kann sein, dass wir irgendwann mal in dein Stream mal reinkommen. Ja, das wäre richtig cool, weil das feiern die Leute, weil die Leute die ganze Zeit bei mir mal reinschreiben, geh mal mit Amir live, geh mal mit Amir live. Und haben mir gedacht, komm, komm ich mal wieder zu dir hier rein und informiere dich einfach mal, ne? So, warte mal. Ja, sehr gut. Ich mach mal ganz kurz meinen eigenen Account mal hier rein. Einen Moment. Okay, okay. Leute, das hier ist mein zweiter Account. Bitte einmal alle folgen. Das ist der Nebenaccount. Ich habe nur den hier und diesen hier. Alle mal einmal draufklicken und folge, damit ihr Bescheid wisst. Ich lasse das jetzt extra hier drinnen, damit ihr das dann mitbekommt. Also, Bruderherz, Amir, dann später. Ich bin gerade unterwegs. Auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn wir mal zusammen mal live gehen. Oh, ich muss dir eine kurze Info geben. Wir hatten mit Anas eine kleine Debatte gehabt, das war so witzig. Ich hab das schon gesehen. Und der Typ will mit mir dann diskutieren über ganz heftige Dinge im Islam, das ist unglaublich. Was meinst du, wie der sich den Brut und Boden geschämt hat, als er gelesen hat, dass sein Prophet ein kleines Kind geheiratet hat, der es mit Puppen gespielt hat? Ja, 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 ja. Aber gut, aber bei dem muss man auch aufpassen. Also er ist auch sehr theologisch unterwegs. Also wenn du da in seine Falle tappst, dann kann auch sein, dass du was Falsches sagst. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ich kenne ja solche Leute wie ich. Ja, ja. Also gut, Amir, ich lasse, ich lasse, ich, ja, Amir, guck mal, ich wünsche dir Gottes Segen, Bruderherz. Und ich mache dann jetzt mal weiter. Wie gesagt, ich freue mich, ich freue mich, wenn wir mal auf jeden Fall mal zusammen live gehen. Ja, können wir mal an, wo Gott will. Sollten segne dich von deiner Familie. Gott segne dich. Also, ciao, ciao. Okay, ciao. So, ihr Lieben, das hier ist mein Zweitaccount. Einmal hier so draufklicken, auf dieses Gesicht hier drauf. Und dann, da oben drüber ist dann so ein, nochmal, der Account. Und dann nochmal draufklicken und dann einmal folgen. Das ist wichtig, dass ihr das seht. Weil so sind wir immer miteinander verbunden. Weil die meisten wissen noch nicht mal, dass ich hier einen Zweitaccount habe. Wie geht nicht? Na klar geht das. Doch. Ihr klickt hier drauf. Ihr klickt da drauf. Und dann kommen diese ganzen Geschenke und so. Und da oben in der Ecke ist dann nochmal das Bild. Da klickt ihr nochmal drauf. Und dann stehen da noch mehr Optionen. Und dann steht da unten folgen und, und, und. Ja. Ich denke, das kriegt ihr hin, oder? Kriegt ihr das hin? Oder schafft ihr das nicht? Ja. Das Schia-Bild. Hat geklappt. Sehr gut. Auf TikTok ist das schwierig. Ja, ich denke schon. Weil einige kriegen das nicht hin. Das ist heftig. Danke, danke. Gute Verkleidung. Ja, das sind die einzigen Accounts. Der hier, wo ich jetzt mit live bin. Und der hier. Das sind die beiden Accounts, die mir gehören. Alles andere ist nicht von mir. Eventuell Fake oder Supporter. Fake oder Supporter. Es gibt ja einige, die supporten mich und haben auch schon ein paar tausend Follower mit meinem Bild und alles mögliche. Und laden da Videos hoch. Und verstehe nicht, dass das nicht mein Account ist, sondern ein Supporter-Account. Das ist unglaublich. Aber ich bin mittlerweile für Bild. Nee. Dann wäre ich ja jetzt schon, äh, also dann wäre ich nicht mit diesem Ding hier unterwegs, sondern hätte ganz andere Sachen zu tun. So sieht's aus. Hallo. Hi. Und es geht ab, Amir, als wird? Ja, natürlich. Bei dir? Jawohl, Papa. Wann gehen wir nach Residenz Düsseldorf feiern? Ja, wann du möchtest. Also, ich stehe dann davor und verteile Traktate. Was machst du? Ja, du machst das, was du schon damals gemacht hast. Sehr ehrlich. Ich war damals im Rinderung richtig Party zu machen. Aber heute würde ich davorstehen und die Menschen wagen, nicht in den Club reinzugehen, sondern eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Aber ist das im Christentum auch haram, feiern zu gehen und so? Ja, solltest du nicht machen. Wenn du es machst, dann hör auf damit, so weißt du. Möchtest? Ja, besser hältst du nicht. Und was macht du mit dem Stopp hast du noch? Bitte? Mit dem Stopp, bis kommen wir Transport unterwegs sehe ich. Ja, warte mal, ich muss mal hier jemanden kurz stummen, weil der macht mich hier bekloppt. Der hat ein Stummschaltpaket verdient. Genau, dieser, wie heißt der, ZR, ja genau, der. Den haben wir ganz schnell gestummt. So, was darf ich mit dir tun? Bruder, ich hab Balken. Streck dahin, da gibt es auch mal Lowkicks von Allah. Zeige ich dir, wie der mir beigebracht hat. Boah, wie fies. Man ist ja so fies, aber. Sag mal. Du weißt, dass Allah ein Schienbein hat, ne? Der macht auch Lowkicks, das ist heftig. Ach, ich sage, Bruder, was machst du so? Ja, aber es ist doch so, der macht wirklich Lowkicks, der Allah. Der hat ein Schienbein. Was machen wir mit einem Schienbein? Lowkicks, Thai-Box. Boah, Schienbein gegen Schienbein machen, ne? Ja, das ist die Kunst, das ist die Hauptaufgabe dann von Allah. Schienbein gegen Schienbein. Nein, Bruder. Weißt du, warum sagst du das Dach von Allah? Ich verstehe das nicht. Ihr sagt alles Dach von Allah, obwohl Mohammed sagt Allah hat ein Schienbein. Morgen ist Jum'ah, Bruder. Machen wir so. Ja, wie morgen ist Jum'ah, und jetzt? Ja, gut, dann gehen wir morgen. Morgen ist ich doch eh, das ist ein Dorf-Moschee. Ja, du kannst ja gerne deinen Imam mal fragen, was es auf sich hat mit sahibukhali7439. Solche Fragen? Ja, du kannst dich fragen, warum sagt er, dass Gott ein Schienbein hat? Nein, Mann. Doch, Mann. Als ernst? Ja, ehrlich, der Mohammed sagt Allah wird sein Schienbein zeigen. Nein. Du drippelst da. Du bist nur am drippeln, ne? Am drippeln, ja genau. Der Allah macht mit seinen Schienbein drippeln, genau. Der Kwan-Dunkkämpfer. Ja, auch, ja. Oh, du, Billah. Le, haula, wala, kuwata, illa, Billah. Ey, Bullah. Du bist so hart, Bullah. Ich bin Amerikaner. Was bist du? Ich bin Algerier, Bruder. Ja, also, Nafri. Ja, was? Ja. Ist nicht dasselbe. Wie wenn es dann Österreicher... Aber nein, du hast recht, die hatten sich untereinander gegenseitig. Ein Tunesier hasst den Marokkaner, ein Marokkaner hasst den Algerier und ein Algerier hasst den Tunesier. Die Leute fangen einfach am Arschi. Dass die sich überhaupt nicht mögen. Siehst du, dass die sich untereinander überhaupt nicht mögen? Die einen akzeptieren aber es gibt einen Großteil, die sich überhaupt nicht akzeptieren. Ja, war schlimm. Ich habe selber hier marokkanische Freunde gehabt, die meinen, ich hasse meine eigenen Landsleute. Die sind nur Scheiß am Bauen. Ja, wurde das nicht gut. Nicht gut, oder? Ja, du riechst also. Die mögen mich selbst noch nicht mal. Ich möchte sagen, so ist das, so ist das aber. That's live. Live, is live. Aber was machst du, oder? Du bist in einen Fiat Ducato. Ich sehe das direkt. Ich habe auch diese Fiat Ducato gefahren bei DPD. Ich hole dich gleich wieder rein. Oh, oh, oh. Oh, oh. So. Oh, oh, oh. Immer ist sie, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amir ist life, Amir ist life, Amir ist life. Amir ist life, Amir ist life, Amir ist life, Amir ist life. Amir ist life, Amir ist life, Amir ist life, Amir ist life. Amir ist life, 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 Amir ist life. Und ihr sollt bei der Entrückung dabei sein, weil danach bricht die Welt auseinander und die Zornesgerichte Gottes kommen über die Welt. Es kann jede Sekunde vorbei sein und die Entrückung geschehen oder heute Nacht. Und deswegen bitte ich euch jeden, der jetzt meine Stimme hört, dass ihr heute noch zum Herrn Jesus Christus kommt. Oder wenn ihr noch nicht an ihn glaubt, aber an ihn glauben wollt, dann fragt ihn einfach mal kurz Augen zu und fragt einfach in eurem Geist. Gott sieht das, Gott sieht dieses Gebet und hört auch dieses Gebet. Fragt ihn, Gott, bist du Jesus Christus? Bist du der allmächtige Gott, Jesus? Oder wer bist du? Und Gott wird euch die Antwort geben. Aber verpeilt die Zeit nicht, verpasst es nicht. Jede Sekunde ist wertvoll. Und deswegen auch genauso ist nicht nur wertvoll, insofern, dass ihr gerettet werdet, sondern auch gefährlich, wenn ihr verloren geht, in Ewigkeit, in den Feuersee landet und das in aller Ewigkeit. Das ist sehr, sehr schlimm. Also schlimm ist ja kein Begriff, um diesen Zustand zu beschreiben. Daher müsst ihr wirklich alles jetzt auf eine Karte setzen und Gott suchen. Sucht ihn. Er wird sich finden lassen von euch. Ihr müsst ihn nur suchen. Und seid ehrlich zu ihm. Keine Spielerei. Ganz ehrlich. Eins zu eins. Er sieht doch sowieso euer Herz. Und euren Gedanken kann er auch lesen. Also, was gibt es da zu verstecken? Ganz ehrlich zu ihm sein. Gott, wenn es dich gibt, ich will dich kennenlernen. Wer bist du? Und er wird euch antworten. Ganz, ganz wichtig. Ihr habt nichts zu verlieren. Ihr könnt nur gewinnen. Das Einzige, was ihr verloren habt, vielleicht zwei Kalorien, aufgrund dieses Gedankens, dieses Gebetes, was ihr gesprochen habt. Zwei Kalorien. Wie Tiktok. Äh, Tiktak oder Tiktok. Ist es dasselbe? Tiktok oder Tiktak. Ja, ein Tiktak hat nur ein Kalorien. Ist das nicht wert, zwei Kalorien zu verschwenden, zu opfern? Zwei Tiktaks? Ich rede davon, dass ein Gebet zu Gott, wer er ist, kostet ungefähr ein bis zwei Kalorien, Gedankenkraft verschwenden. Das ist so dieselbe Kraftmenge, die man zu sich nimmt an Tiktak. Kennst du, Tiktak hat nur zwei Kalorien, die Werbung. Ja, genau. Ein Tiktak. Selbst das will der Mensch nicht ausbringen, ne? Ja, das wird dich retten, dieses zwei Kalorien verschwenden. Ja, Islam ist dein Stolz und dein Ehre. Ja, ich sehe, was für eine Ehre das ist, einem Gott zu folgen, der erlaubt, Kleinkinder zu heiraten. So ist das heftig. Genau, das ist dein Stolz. Tiktok sportlich, ne? Also, das ist alles nur Tiktok sportlich. Das nennt er also Ehre. Schaut euch das bitte an. Ach, Nadja, das ist ja eine Frau, ist das. Oh mein Gott, noch schlimmer. Das ist alles Tiktok sportlich. Seid ihr schon dem Account gefolgt? Ja, ich muss das immer wieder erwähnen. Ich muss das... Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss ja wieder... Hier ist noch Fächer drin. So, jetzt ist es besser. Top, der Nachmittag ist gelettet. Und ein Momentum. Ich komme so fort. So, jetzt ist es besser. So, jetzt ist es besser. was aber jetzt denn ich bin der transporter ich bin jason best of the best top of the tops top of the tops jesus christus ist der beste danke geht in der paket austral jeder ein päckchen ausliefern du weißt du was das ist der warte mal du kriegst erst mal dein stummschallpaket warte wo bist du hin da jassen ja sekund okay okay do you speak english a little bit okay so you're ex muslim yeah yeah were you sunni or my family i came from a shia family but i was interested in the sunni path right so what what shia book have you read or what shia or sunni hadith have you read or any book that you've read about islam i read surah 424 who you can practice muta do you know this no you can't practice yes of course yes of course uh in my country in my let me speak in my country uh iran you can uh marry a woman we're not talking about shia shia is not muslim is muta something bad yeah it's something bad 100 okay that mean that your prophet ordered something bad i'll explain to you okay explain to you okay let me explain it to you your prophet said in sahib bukhari five five one six six okay do you want me to explain to you now okay explain for me okay so you first brought up the ah yeah okay about you're saying tamattu okay tamattu does not mean tamattu anisa okay there can be tamattu hajj tamattu but of course you don't know about this because you've never read any aqidah book okay are you the prophet of islam who explained the quran for me yeah yeah i'll explain i'll explain to you i'm bringing you no you are not the prophet of islam you are not the prophet of islam and you are not allowed to explain the quran for me is that true i'm giving you this is from the hadith that's from tafsir ibn qafir i have this hadith here from from bukhari okay your prophet said in sahib bukhari five one one six i heard ibn abbas when he asked about the muta with the woman and he permitted it on that a free slave said to him that is only when it is very bad yeah this is a disgusting thing i laugh at some disgusting like this do you know do you know what you're reading firstly like you're embarrassing yourself in front of the people you are embarrassing yourself you said to me you said to me that muta is a very bad thing that means your prophet that he ordered a bad thing is that okay are you gonna let me speak now or are you gonna keep speaking after you 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 destroyed your own prophet do you want me to explain now do you want me to explain or no it's did you did you say for for the beginning that this muta is a practice for shia and um iran and something like this are you gonna let me explain you know we record it it's going to be in the internet okay okay good so now this guy this guy because he doesn't know what he's talking about he is he is talking about the muta that the shia's do in iran the shia's in iran how did that girl come on what's going to do this he is able to put the freak on you are such an idiot the biggest idiot i've ever seen in my life you idiot no you idiot you don't understand we're talking about there's two different there's two different there's a muta that the shia do the muta you're used to your mother having muta with a hundred women this guy doesn't know what he's talking about let me speak let me speak let me let me speak don't run god bless you and your mother okay don't run don't run idiot 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 was you know what you're talking about it for you who did that you don't know anything okay 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 are you are you are you let me speak or are you just going to show that you don't know Okay, I let you speak, but you talk over my word. Okay, now can I speak? You are here in my live stream, be patient. You are here in my live stream, be patient. You said to the beginning, you said to the beginning, that this mutter marriage is the Shia thing. Now can I explain? Can I explain? Now he's talking over my word. Can I explain? Let me speak or you go out. Okay, Allah, speak. This thing that you said, that your prophet ordered this thing, you know, that mutter is temporary marriage. You can marry a woman, you can rent her for SEX, you know, that is mutter, it's nothing else. Now, are you going to let me speak now? Okay, is that true? Yeah, okay. So now there's a difference between we as Muslims, as Sunni Muslims, which are the real Islam, we don't believe mutter is your version of Shia mutter, because your version of Shia mutter, anyone, anyone can go and do mutter with any girl without, without any wali, so without her father accepting, without her accepting, without, um, without any wali. This is, this is the Shia mutter. I don't agree with this. This is bullshit. Yes, this is zina. Okay, bullshit. Okay, wait, wait, wait. When your prophet did, let me ask you, when your prophet did this, when your prophet did this in Surah 33, in Surah Al-Azab, Ayah 50, Al-Qur to be said, he can F with any woman, he wish, he don't need the wali. Is that okay? Okay, now, you're going to let me explain? You destroyed your own prophet, you idiot. Are you going to let me explain? Are you going to let me explain? or are you just going to talk? Okay, explain me, please. Okay, Ahsant. So this guy, this guy just, this guy just brought up the ayah. Okay, he doesn't know what the ayah is talking about, but as, like, this is a normal behavior of this guy, who his God is a carpenter, he's praying for a carpenter now. Okay, thank you for, go get, go get the tafseer of the hadith. for your, for your pension, now, now you, you insult, because you, you know, when you insult, you're going out. No, no, I didn't insult you, I didn't insult you. My God, don't insult my God, your God is a neck. The Bible says this, the Bible says this, your God is a shin, your God is a shin. Your God is a shin. The Bible says this, the Bible says, your God is a shin, yes. Okay, do you, do you have a job? Allah, do you have a job? Can I ask you? I'm destroying Islam, this is my job. Okay, so you have a better job than your God. Your God was a carpenter. Your God had a nine to five job. Your God is a, your God is a, did you know that your God is a, is a pimp? Wallahi, your God is literally a carpenter, like your God was running from people. Imagine your God, imagine your God, running, imagine your God running. He's like, no, 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 I don't want to be crucified. I don't want to be crucified. I don't want to be crucified. Please God. This is hilarious. I don't want to be crucified. Wait, wait, your God is a pimp who, who promised you virgins in paradise. Kiss you, have no. Okay, you're done? Okay, so now my God, alhamdulillah, my God, my God is powerful. my God is powerful. Your God is a carpenter and he was running. Your God was running. I don't want to be crucified. No crucify me. No crucify me. No crucify. No crucify. Allah, your God. Are you stupid enough to believe in such a garbage? Yes, are you stupid enough to believe that your God was literally crucified by a man? God is a pimp? God is a pimp? God is a pimp? God is a pimp who gives the virgins. What is this guy on about, bro? What is he on? Why is he laughing? So, okay, okay. It's very, very funny because I don't believe it's such a... Okay, but you believe, but you believe your God had a nine to five job. I have a better job than your God. Your God had a nine to five job. I have a better job than your God. I have a better job than your God. Your God is a leg. Your God is a leg. Imagine, imagine your God being crucified. Why? This is embarrassing. Allah show his leg. This is embarrassing. You fall down to a leg. Imagine, imagine, brother. Imagine your God being dragged. Imagine your God being dragged. Your God was dragged and crucified. He show his sexy leg. Here, look, look at my leg. What's wrong with this guy? Allah. Allah is a sexy leg. Are you done? I show my leg too. You come up to defend mutter. Yeah, he's talking about mutter because mutter is the most damaging part in Islam. It shows the filth in Islam. Surah 424. And let me read for you Ibn Kathir what your scholar said about this topic. Tafsir Ibn Kathir. I know that you are have more knowledge than Ibn Kathir. Ibn Kathir is an idiot next to you. I know it. It's a shame. 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 Let me read what your scholar said about this topic. The permission to marry all other women. Allah said all others are lawful meaning you are allowed to marry women other than the prohibited types mentioned here. As Atta and others have stated Allah's statement provided you seek them with a dowry from your property desiring chastity not fornication meaning you are allowed to use your money to marry up to four wives and for for the purchase of as many female slaves as you like all through legal means desiring chastity not fornication Allah's statement so with those among them who you have enjoyed give them their required due means to enjoy them as sexuality as sexual Ali surrender to them their rightful dowry as compensation in other ayat Allah said and how could you take it back while you have gone it unto each other and give to the woman whom you marry that dowry dowry with a good heart and it is not lawful for you man to take back from your wives any of that dowry you gave them and now and now who is who forbid the mother marriage who forbid the mother marriage it was Omar ibn al-Khatab Omar ibn al-Khatab ibn al-Khatab ibn al-Khatab ciao ciao Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du hast mich nicht verletzt. Du hast mich nicht verletzt. Ich zeig dir mal ganz kurz mal was. Hier, guck mal. Hallo? Hallo, hallo Bruder, wie geht's? Danke, gut. Und ihr? Auch gut, danke schön. Ich hab mal ne Frage, was hat dieser eine Araber vorhin, also dieser Engländer oder keine Ahnung was er war, was hat er gelabert? Ich hab gar nichts verstanden, aber ich hab mich kaputtgedacht. Naja, wir haben über die sogenannte Zeit-Ehe im Islam gesprochen. Okay. Und diese Zeit-Ehe ist ja ein riesen Problem, was die Sunniten haben. Weil da befindet sich ja im Koran drin, in Sure 424, und es wurde durch keinen anderen Vers abogiert. Ein Hadith kann niemals einen Vers aus dem Koran abogieren, das ist eine Unmöglichkeit. Und die Sunniten wollten absolut nicht akzeptieren, dass ihr Prophet und ihr Gott diese unmoralischen Handlungen erlaubt haben. Die Schiiten praktizieren das nach wie vor in meinem Land, im Irak und Teilen, wo die Schiiten die Oman haben. Und das ist ein rotes Desaster und der Typ wollte das partout nicht begreifen und hat er da drum herum geredet. Aber ich hab ihn immer wieder gepackt, wo ich gesagt habe, warte mal. Was du da gerade redest, entspricht nicht dem, was der Islam über die Mutter sagt. Ja, dann hat er sich irgendwie lächerlich gemacht. Irgendwie sein Gott ist powerful und Jesus ist, keine Ahnung, was hat er gesagt? Irgendwas? Ja, dann hat den Herrn Jesus Christus dann beleidigt, ne? Sagt er, dein Gott ist ein Teppichhändler. Dann sag ich ja, dein Gott ist ein Pipp. Der hört das Lied von 50 Cent und bietet dabei die ganzen Hulis. I don't know what you heard about me. But I can't get it out of me. And I don't understand you can't see. But I'm a motherfucking... Das ist das Lied von dem Land gefahren. 5%! Hier, guck mal, jetzt gut das Abspiel. I don't know what you... Ich hab mal ne Frage, jetzt abgesehen von dem Islam, jetzt mal was anderes. Ich kenn einen Typen, der einen Typen kennt, der hat... Ich weiß nicht, was du davon hältst, weil du kennst... Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Wir müssen das noch mal ganz kurz hören. Einen Moment, einen Moment. Leute, wisst ihr ganz genau welches Lied Allah so abspielt während er die ganzen Hulis gibt? Das hier. Guck mal. Das gibt er den Muslim. Es ist nichts anderes. Also nicht der schwert sich Der Werte Die Nicht nur das mit den vielen Frauen, die er dir so verspricht, sondern auch diese ganzen weltlichen Dinge mit Gold und Klamotten und Mercedes und alles, was ja der Moslem im Paradies bekommt, AMG Brabus mit 800, 900 PS, Brabus AMG und sowas. Und das ist ja genau das, was sie ja in ihren Videos zeigen. Man muss den Schech Schweinfurt fragen, gibt es auch AMG mit Brabus, auch Brabus, gibt es die Firma da oben auch oder ohne Brabus? Und wenn du sagst, nein, Brabus mit viel Carbon, mit viel Carbon Einbau in deine Mercedes AMG da im Himmel, das gibt es auch, ja, aber das muss man die Frage. Das ist doch nicht ganz klar an dir. Das ist so heftig. Ich höre mich auch nicht. Hallo, hört man mich? Das ist so abgefahren, ne? Jetzt hört man euch schon doppelt. Was sagst du? Man hört euch doppelt. Kannst du mal bitte lauter sprechen? Man hört euch doppelt, doppelt. Ja, jetzt hört man uns nicht mehr doppelt, oder? Doch, 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 doch. Also bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das an meinem Handy liegt. Ja, bestimmt. Ich höre mich nicht doppelt. Hört mich einer doppelt? Nein. Siehste, die Leute hören sich nicht, hören mich nicht doppelt. Egal, ich höre vielleicht wieder noch ein paar Teile, da wollte ich dir diese eine Frage stellen, weil das ist sehr wichtig zu wissen. Also ich würde mich freuen, wenn du später wieder reinlässt. Ja. 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 I don't know what you heard about me. Da hat der, Leute, da hat der Abu'l-Bara über 50 Cent gesprochen. Dabei versteht er sich, dass 50 Cent wie sein Herr im Himmel ist. Ja, genau, mit dieser Kette kriege ich auch, Goldkette und so. Ja, es ist Wahnsinn. Alleine schon, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, komm, ich gebe dir Frauen so viel wie du willst, ich gebe dir Ferrari, ich gebe dir Goldkette und so weiter. Da musst du sofort das kritische Denkvermögen einsetzen. Und sagen, ey, da ist jemand, der will mich mit eddischen Gütern, eddischen materiellen Dingen, die vergänglich sind, locken. Da will mich jemand locken. Der Teufel. Wenn jemand zu ihm kommt. Ja, wenn jemand da draußen so auf die Leute zugehen war, auf die Muslime und das sagen würde, dann würden die sofort vorsichtig werden. Richtig? Richtig. Und der Teufel kommt ja immer mit diesen materiellen Dingen. Komm, wenn du deine Seele mir verschreibst, dann gebe ich die Frauen. Gebe ich dir Geld. Alles, was dein Herz begehrt. Ja, was hat der Teufel versucht, den Herrn Jesus Christus, als er ihn auf den Zinn gebracht hat. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Die ganzen Reichen der Erde. Brauen, Gelb, aber das hat den Herrn Jesus Christus ja nicht interessiert. Man kann den Herrn nicht mit sowas gewidern. Und das ist es. Man kann die wahren, wahren Wiedergeborenen, die Gott folgen, nicht mit sowas in die Irre führen. Genau, man kann die Wiedergeborenen Kinder Gottes nicht verführen. Der Teufel hat natürlich Macht über die Abgeirrten, die nicht wiedergeboren sind. Die kann er verführen, dass sie ihm ihre Seele verkaufen für Reichtum und Ruhm. Das gibt's. Aber alleine das ist auch schon wieder ein Beweis, dass die Bibel ja wahr ist. Amen. Weil eben der Satan die Welt beherrscht und dir eben diese materiellen Dinge auf der Erde, die er besitzt, auch gibt. Weil der Herr Jesus sagt ja nicht, oh nein, Teufel, du hast keine Macht hier auf der Erde. Die gehört das auch alles gar nicht. Sondern mir gehört das alles. Das hat der Herr eben nicht gesagt. Das heißt, der Herr hat das ja so gelassen. Das heißt, dem Satan gehört diese Welt. 2. Kräuter 4, Vers 4. Oder wenn der Herr Jesus nach Johannes 14, Vers 13, den Satan als Fürst den Welten, der Fürst dieser Erde bezeichnet, dass der jetzt gestürzt wird. Johannes 16, nochmal, wiederholt der Herr Jesus, dass der Satan der Fürst dieser Welt ist. Dem gehört ja alles. Das macht der Riele. Er hat dieses System hier aufgebaut. Und der Herr erlaubt ihm das. Leute liken. 3, 2, 1, jetzt. Alle zusammen, jetzt. Aufgrund. Komm, die 400.000 ballern wir jetzt, komm. 5 Minuten auf die 400.000, komm. Doktor Scherer, Frau Mil und die Hetzis. Ihr seid die Heftigsten, ehrlich. Der Sünder. Jetzt alle zusammen bis 400.000 glühen. Die Finger müssen glühen. Ihr seid die Heftigsten. Und der Sünder aufgrund der Sünde, Anrechtsliebe. Der ist ja auch... Ami, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ami, Entschuldigung. Du hast schlechten Empfang, Elsa. Hängt das bei Reza oder bei mir? Oder bei uns beiden. Okay, bei Reza. Aber das ist heftig, ne? Dieses PIMP ist der Anthem von Allah. Heftig, ne? Allah, der Gott des Islams, ist nichts anderes als Juhäfner, Leute. Wie kann man sich von sowas denn locken lassen? Mit billigen Versprichungen. Mit Bischofwoll, mit Wein, Honig, Frauen. Da musst du doch aufwachen, Mann. Aus Maul. Lala. Ja, Honig. Köstlich für die Trinke, denn Honig und Wein und so, ne? Ja, allein wenn wir uns nur dieses Lied PIMP anhören, das erinnert uns direkt ans Himmelreich von Allah. Boah, wir haben die 400.000 geknallt. Komm, jetzt die 500.000 knacken wir auch. Hammer. In einer Minute haben wir 400.000 geballert. Das ist ja unglaublich. Beste, Hammer, Beste, super. Schaffen wir die 500.000, oder was, ihr Lieben? Ich habe das 100.000 geknallt. So? Wir haben jetzt planeen, 100.000 übrig. Hört mal, was sagt der wundervolle Herr Jesus? Was sagt unser Herr und Gott, der wundervolle? Der Heilige! Er ist im Himmelreich der Größte. Amen, das sage ich euch. Das sage ich euch, sagt der Herr. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein und demütig sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Meister. Meister, wir sahen wie einer in deinem Namen Dämonen austrieb und wir versuchten ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Namen Wunder tut, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört. Amen, ich sage euch. Er wird nicht um seinen Lohn kommen. Wer einen von diesen kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt. Für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde. Haben Sie gesehen, mein Lieber Muslim? Er spricht mit Mohammed. Mein Gott, mein Herr und Gott spricht mit deinem Propheten. Er sagt, es ist besser für deinem Propheten, dass er etwas an seinen Hals bringen, und er bringt ihn in den tiefen Meer. Er hat ein junger Kind. Ziemlich haue. Ziemlich habe ich damit. Du bist 20 Jahre alt und hast mit 9 Jahren? Und du folgst diesen Mann? Bist du in deinem Gehirn? Du bist krank! Raus hier! Du bist wirklich krank, der sowas folgt! Raus! Wer will noch ein Sturmschaltpaket? Unglaublich! Wie kann man sowas denn folgen? Du musst wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank haben! Tiktok-sportlich! Daher habe ich gesagt, der Ort an dem Mohammed jetzt ist, der ist grausam! Er ist sehr, sehr grausam! Denn es wäre besser, dass ein Mühlenstein um seinen Hals gelegt wird! Matthäus 18 Matthäus 18 Drei 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 Listen to what Jesus says about your prophet and about your religion. Lord. I laughed. I said my brother sinned against me. And I forgive him. I say not unto thee until seven times. But until seven times seven. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon. Dein nächstes Auto. I ain't got to see the Bible. Listen. Listen to the word of God. At the same time came the disciples unto Jesus saying. Verily I say unto you. Except ye be converted and become as little children. Ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child. The same is greatest in the kingdom of heaven. And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me. But whoso shall offend one of these little ones which believe in me. It were better for him that a millstone were hanged about his neck. And that he were drowned in the depth of the sea. Listen to that. Did you listen to what Jesus said when you touch a little child? It is better that you go to the deepest ocean? Let me bring it again for you. A millstone that he throw in the depth of the sea. In the deep of the sea would be better, that he would sink. That is that. The Muslims must immediately leave the Islam because of so an example. But no. They stay in Islam because they love something. They love something. Because Allah does so make in the Surah 65 verse 4. They love the Islam. They love that. They also want to know how Muhammad is a little child. They love that. Anders kann ich es mir nicht erklären. Allein diese Tatsache musste ja schon reichen, um den Islam sofort zu verlassen. When you search for that, that Muhammad had relations with a child, you can find it in Sunan Abidawood 2121. Look what your role model did. I mean, this is the role model who marries a six-year-old girl? Is that a role model? Nein, ich rede extra-englisch gerade, weil der Typ bestimmt noch hier drin ist. Is that a role model? Is that a role model? Oh Hallo. 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 ich habe nur eine kurze frage oder dann gehe ich wieder weg was sagst du jesus bild da so sind die erlaubt oder ja wir sollen uns eigentlich kein bildnis machen es wäre besser wäre wenn es nicht machen also das verboten sagst du ja der er sagt dass das verboten ist nicht ich sondern der herr selber sagt wir sollen uns kein bildnis machen von gott alles danke dir hallo mein lieber gott segne dich und deine familie danke euch auch also wir haben hier gerade was sehr schönes gehört vom herrn und ich würde gerne etwas von allah an machen also das was er verspricht hör mal zu wie gnädig der herr allein ist mein letztes album hieß chronik ja aber chronik das buch der chronik der bibel der chronik der könige erste chronik zweite chronik da hat das gestohlen und dann für sein album verwendet das wort chronik ja das ist eine biblische anspielung weil er gott sein will weil sein album ist genauso wie wenn gott sein buch der chronik in die bibel gelegt hat das ist auf derselben stufe sozusagen er möchte so sein wie der gott der bibel armier der deutschland der auch chronik gibt übrigens stupe doge doge hat ja dieses bekannte rieb gemacht murder was the case das ist aus den 90er jahren genau da zeigte uns eben genau diesen prozess wie er dem teufel seine seele verkaufte rum und reichtum und es gibt eine ganz ganz schnelle szene wurde auf so ein das geht ja ganz schnell das muss man einfach eine pause machen da schaut er auf ein umgedrehtes kreuz und das wird dann ganz schön reingeschmissen und dann wieder weggenommen dass er seine seele verkauft hat gegen den herrn jesus christus um jetzt seelen mit seiner musik seelen in die hölle zu locken schämst du dich nicht dass du einem menschen folgst der ein sechsjähriges kind angefasst hat tiktok sportlich ich gehe dann raus ne ich lasse mann die hüte mit dem einst nicht so viel zu machen dass er eine kurze die hüte gerne die hüte die hüte die hüte die hüte die hüte die hüte Wieso wacht man? Das ist lustig. Ja, das Problem, das ist lustig machen, es ist einfach nur noch zum Lachen. Verstehst du? Das ist einfach nur zum Lachen. Dass die Muslime uns Gott als einen Juhefter verkaufen wollen. Das müsst ihr euch mal geben. Und da lache ich nicht darüber, dass ich so 50 Cent in meinem Kopf auf einmal bekomme, der über PIMP spricht. Nicht über Frauen, die so wie Hookers da sind. Das ist ja nichts anderes. Allahs Himmel, kannst du eigentlich so sehen, einfach 50 Cent sein Lied abspielen lassen und dann die ganzen islamischen Quellen. Suche 55 Vers 56, Suche 52 Vers 24, Suche 78 Vers 33. Und dann hast du noch die ganzen Hadithe. Diese großäugigen Hoodies mit fetten Hintern und sowas. Man muss nach Ahmad, die Szenen 511, 1,6 Kilometer Breite hinteren. Aber wovon reden wir denn? Da muss das Gelächter ja hoch sein. Das kann man doch nicht mehr ernst nehmen. Darüber muss man ja lachen. Oder willst du mir sagen, dass du das ernst nimmst? Dass Gott wie Juhef da rüberkommt? Leute, ihr Gehirn muss doch angeschaltet werden. Das ist nicht Gott. Gott lockt uns nicht mit die irdischen Dingen. Ich glaube nicht. Ich rede manchmal gegen eine Wand. Ich rede gegen eine Wand. Die Leute sind am Pennen. Die Leute sind im Koma-Zustand. Ja, Gott kann uns doch alles versprechen. Sag mal, wie tickst du noch richtig? Es ist doch eher der Teufel, der uns sowas verspricht, anstatt der Herr. Herr Gott. Mit irdischen Dingen. Honig, Wein. Welche Volk für die Trinkte? Was musst du tun? Ja Gott, bitte. Ja genau, was musst du tun, um diese Ferrari und die Frauen zu bekommen? Suchen. Ja, deine Seele verkaufe. Nein, 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 ich meine eben Suche 9 Fest 111. Da musst du irgendwas tun. Szene verkaufe. Dabei? Ja, ich darf es nicht aussprechen. Ja, und dann töten und dabei getötet werden. Hey, Lisa. Ja, okay, ja. Ja. So was nicht mehr sagen hier, Lisa. Hörst du? Wenn du sagst, dann sag einfach Nackentherapie. Ja, okay, okay. Ja genau, dabei Nackentherapie verpassen und auch Nackentherapie bekommen. Sich selber Nackentherapie verpassen. Genau, und wenn du dann Nackentherapie verpassen bekommen hast, erst bei dem Nackentherapie verpassen, dann erst bekommst du Ferrari und Frauen und sowas. Das ist nicht einfach nur so. Das haben nur die Schahids verdient, diese Sache. Alle anderen Muslime, die nicht Schahid werden, die müssen fürchten, ob die das bekommen oder nicht. Da kann keiner sagen, ich komme ja in den Himmel von Allah und ich bekomme das. Nein, keine Garantie. Im Islam gibt es Garantien nur für die Märtyrer. Also Dreitürer oder Viertürer. Die Märtyrer... Ja, alles was mehrere Türen hat, die bekommen dann diese Sachen. Also Eintürer zum Profet und so weiter nicht. 500.000, Leute, wie schafft denn das? Gebt alles. Hier, ich mache das Lied an zur Motivation. Warte. Damit ihr Motivation bekommt. Hier. Leute, ihr braucht Motivation, kein Problem, ihr kriegt Motivation. Warte. Ich gebe euch. Pass auf. Jetzt machen wir 600.000 voll. Guck mal, jetzt nur durch dieses Lied. Da kommt direkt Motivation. Pass auf. Der Dr. Schäger, warum ihr bringt jetzt das Lied? Ganz genau. Ganz genau. Jetzt! Alle, zwei, drei! Okay, Schattenburg. Jetzt alle ein Uppercut geben mit dem Amir. Alle ein Uppercut. Alle ein Uppercut. Ramsat Amir Shimaev. Ramsat Amir Shimaev kommt in die Manege. Kommt in die Manege. Rocky Hetzboer. Rocky Hetzboer kommt rein. Das gibt nochmal zusätzliche Motivation. Ja, ganz genau. Hallo. Gott segne euch. Gott segne euch nicht, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Guck mal, Amir, ich verfolge dich seit mehrere Jahren. Und ich versuche, das so alles zu recherchieren. Ganz ehrlich, ich habe auch Reza, dein Bruder, mal zugehört. Und bei einem anderen Beiträgen, zum Beispiel mit Illuminatis und Tistas. Ich habe mal eine Frage. Es kommt da ja nicht drauf an, welche Religion ich angehöre oder was ich mich... Oh Mann, ich habe eine Verstoßverwarnung bekommen. Warum? Egal, wir haben die halbe Million geknackt, die lieben. Häftig. Also... Ich komme gleich wieder live oder heute Abend oder so, ja? Oder Reza, kannst du mal live kommen, Reza? Kannst du mal live gehen und ich komme bei dir rein? Reza. Ich muss immer wieder abbrechen und so weiter. Ja, okay. Ich komme jetzt gleich wieder. Es tut mir leid, die Liebe. Dankeschön für die ganzen Leidens. Kannst du mich dann halt wieder rufen nehmen wieder?